Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Und endlich ist es soweit, wir können auch Resident Evil Village spielen. Und mit dabei ist natürlich auch wieder unser schöner Steve. Servus, grizio und aloha, liebe andere. Ja, wie ihr bestimmt gerade mitbekommt, seht ihr von mir heute kein Bild, sondern nur noch meine Stimme. Der Grund dafür ist einfach, heute ist mein selbstakkordener Nudistentag. Und das will keiner sehen von euch. Der Horror in diesem Spiel ist schon schlimm genug. Ich möchte euch nicht noch mehr zumuten. Aber gesagt ist gesagt, damit bin ich heute die ganze Zeit nackig. Viel Spaß mit diesem Kopfkino. Und ich werde Benni heute nur mit meiner Bibi-Zauber-Innen-Stimme unterstützen. Benni, es ist endlich draußen. Ich habe so Bock drauf, wirklich. Ich habe so Bock drauf, irgendwie. Was haben wir gewartet auf den Scheiß, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hat lange genug gedauert. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht lange schnacken, sondern direkt rein ins Spiel. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Bären für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Bärenbüsche leer. Fest entschlossen, Bären zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhalten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. Komm, Kind, stille deinen Durst, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Komm, Kind, wärme dich, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe. Finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es sowas Gruseliges sein? Sie ist erst sechs Monate alt. Die Frau im Laden meint, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Ich... Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mach uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Okay. Ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Geld. Nein, nein, nein. Nö, nö. Ja, krasse Intro, oder? Also, was... Intro ist es ja nicht, ne? Die Geschichte. Wollte ich gerade sagen, so pädagogisch wertvoll für das Alter. Hm. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig, ja. Aber die Grafik sieht ja mal, oder? Butter mit ganz viel Sahnehäubchen oben drauf aus. Ach, guck mal hier schön. Die Natural Sense. Natural Sense. Ja, ja, ja. Ja, dann bring mal die kleine Pupsgranate mal ins Bett hier. Die kleinen Wonne Popman. Aber sieht nice aus, oder? Schöne Wohnung. Ja, ja. Ich hatte aber Mia irgendwie vom Gesicht her anders in Erinnerung. Naja, vielleicht hat sie einfach durch die Schwangerschaft noch ein bisschen Reserve. Kann ja sein. Also, oder vielleicht ist auch einfach mal nicht drei Jahre in einem Keller eigentlich sperrt gewesen. Da kann das Gesicht doch mal wieder ein bisschen nach neben aussehen. Guck mal, was sieht hier schon. Das sieht wirklich sauber aus. Guck mal hier. Aber gleich erst mal ein Bild gemacht. Schön. Und hängt schon. Was ist das denn? Eine Winterlandschaft. Ja. Winter Wonderland. Die ist abgehangen. Erst mal hier alles öffnen. Erst mal alles gucken. Okay, komm. Prüfen wir die kleine erst mal ins Bett. Das ist ja gut. Prüsch dich. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's ja gesagt. Das ist noch nichts für dich. Ja, genau. Der war schon schissig. Krieg ich da vor. Naja. Kam mir ein bisschen vor wie Little Nightmares. Ja, mir kommt es gerade ein bisschen. Just im Moment so ein bisschen wie Visage vor hier. Oder ein bisschen wie die Hellseed. Von dem Boden. Aber schön eingerichtet, ne? Also, sieht super. Können wir hochgefallen. Klar, hier die Tür mit der Tapete und so ist jetzt nicht so geil. Und warum man jetzt da vorne, ist das auch ein Spiegelschrank, der abgehangen wurde? Warum sind denn alle Spiegel abgehangen? Ja, vor allem. Wie sieht das hier aus? Naja, das hat wahrscheinlich gerade noch eingezogen. Okay, komm, wir gehen woanders hin. Das würde aber nicht das Kinderzimmer sein. Kann ich eigentlich... Ne, kann ich nicht. Ich wollte gerade gucken, ob ich rennen kann oder laufen kann. Ein bisschen schneller. Aber doch nicht mit dem Kind im Arm. Das ist doch ein Kleiner. Fällt mir richtig gut, die Hube. Komm mal, so sieht ein Schlafzimmer aus. Und hier, der Spiegel abgehangen. Stimmt. Was ist da los? Keiner darf wissen, wie Ethan aussieht, oder was? Rose hinlegen. Da wären wir süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Ja, das ist wohl wahr. Na, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um, oder? Gehen wir doch mal in den Arbeitsbereich. Das ist einfach ein Laptop, Alter. Den hat er doch mitgenommen. Komm, der ist doch aus Resident Evil 7. So wie der aussieht. Ah, 6.02.2021. Mir und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor drei Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Das ist ja kein Wunder, hallo. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Hier geht es nicht weiter. Ah, so. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen, uns zu tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich mir sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Ja, man hat schon ganz deutlich gemerkt, sobald man unten das Thema auf die Vorfälle gebracht hat, ist der Pampisch geworden. Das ist so ein Thema, das sollte man wahrscheinlich meiden. Oh, guck mal, Name Rose, äh, Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.2020, Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 kg. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonst die Bemerkung, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Was? Applefeld Memorial Krankenhaus. Ja, das ist ja natürlich der Kind oft testen, ob die, wenn die Mutter keinen Grund zur Sorge dem Ganzen direkt da ausgesetzt war und besessen war oder beziehungsweise, die Leute, die Resident Evil 7 noch nie gesehen haben, hier oben ploppt gleich so ein Link auf, irgendwie einfach mal raufklicken und ihr könnt dem wunderbaren Let's Play diesbezüglich folgen, damit ihr wisst, wovon wir reden. Ach, guck mal hier, Rose-Leeping-Spielzeug, das bringt ganz weit von dir weggepackt, sehr sinnvoll. Ah, guck mal. Oh, guck mal, auch hier heiratet. Ach, wie schön. Guck mal, schauen wir uns doch mal an. Ach, siehst du, das ist doch das obere Bild, das ist aus dem Video, was sie schickt haben. Warte, können wir nochmal zurückblättern? Blättern nochmal zurück. Oder, ich glaube, in dem Intro von Resident Evil 7. Oh, Even, ich bin so glücklich. Das war doch irgendwie auf dem Boot. War das das? Müsste man sich nochmal angucken, dann muss man einfach nochmal reinschauen. Muss man nochmal gucken. So, was haben wir hier? Die Schwangerschaft. Ah, da, schwanger. Ja, schön gemacht, das Bild. Mein Civil-Fotobuch. Guck mal hier. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Ja. Das ist geil, hier unten links schön, das Affenkostüm. Und hier rechts schön, Strandparty. Achso, weiter geht's nicht. Okay. Das war's. Na, älter ist er noch nicht. So. So, dann lass uns nochmal zu unserer Frau runtergehen und mal gucken, was es hier zu essen gibt. Weiß ich, wiederholen mich, echt, was mir gefällt, diese Tausende. Ja, also, ich würde ja auch mit. Also, jetzt mal, klar, so eigene Sachen könnte man natürlich austauschen, so vom Dekor her, aber so rein von der, vom Aufbau her, von der Raumanordnung. Super. Schläft sie? Ja, sie schläft wie, wie ein Baby. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Äh, hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug an Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber. Rose? Was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bring den weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Los. Schaff den hier raus. Schaff den hier raus. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo? Hallo, Mr. Winterson. Große Testergebnisse sind da. Ich würde Sie gerne mit Ihnen besprechen. Passt das am Tag? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum hundertsten Mal. Es ist nicht gross, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein! Um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir brauchen Zeit. Wie ist Ihr Statut? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Wir sind da. Das ist der sicheren Kanal. Verabschung zum Ruckdruck. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Ja, wenn die kommen, lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt losrennen hier, irgendwie mal ganz kurz Fakten auf den Tisch. Also, wir kennen keine Fakten. Ich persönlich habe jetzt noch nichts gesehen, YouTube-technisch irgendwie, um mich nicht spoilern zu lassen. Aber, also entweder ist Mia nicht mir oder Chris nicht Chris. Richtig. Also diese Kaltmütigkeit, mit der der da reingelaufen ist. Irgendwie gesagt hat, ja, na hier, ich knall erst mal alles weg und sagt ja aber nicht Ethan irgendwie. Und hier, ihr Wehrkolbeln in die Fresse und schafft ihn raus. Und hier bin ich auf den Pinsel, fasst meine Jacke nicht an und der ist der Scheiß. Das ist nicht der Chris, den ich kenne. Aber finde ich schon krass. Also, Mia fand ich jetzt gerade mega anstrengend als Person, als Charakter irgendwie. Also, da ist doch irgendwas, da war es doch nicht richtig. Ja, die weiß irgendwas und erzählt wieder mal nichts. Das ist wie schon, wie bei Resident Evil 7. Ja, genau, genau, genau. Wir gucken mal einfach. Irgendwas läuft doch da wieder verkehrt. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, wir legen los. Okay, komm, wir gucken uns jetzt erstmal hier die, die Akte an. Missionsziele. Ziele eliminieren. Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zum Standort C. Für weitere Untersuchungen. Mindestens zwei Officer als Begleitung während des Transports. Gut hier nochmal den sicheren Kanal ab. Da ist es nicht mehr zu gebrauchen. Da ist es nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt gleich kaputt, Youngberg. Auflegen. So, kann ich hier unten irgendwie, kann ich hier nochmal rein? Kann ich hier irgendwie was mitnehmen? Hast du eine Waffe dabei? Junge. Hast du irgendwas an dir? Nee. Nee, das ist einfach nur schon Schock gefrostet. So, wo sind wir überhaupt hier? Also wir sind jetzt hier irgendwo Winter Wonderland anscheinend schon wieder. Vielleicht ist das Auto irgendwo runtergeklatscht irgendwie, weil ich sehe, wo keine Straße unten ist hier. Aber der Blinker geht. Aber der Blinker. Wie, was sind hier Spuren? Dann folgen wir denen. Geht das auch schneller? Nee. Schade. Jetzt ist ja mal die Frage, kannst du deinen Namen schreiben? Wahrscheinlich würde bloß ET nachher dastehen. Aber das wäre ein nicest Gimmick. Einfach so hier hinstellen, eine Taste drücken und dann irgendwie. Ich habe beworben, bei Postal oder weiß ich mir doch, was? Ja, aber andere Spiele. Ja, das ist ja auch ein anderes Spiel. Okay, jetzt hier geht es wieder bergab. Irgendwomirgendwo, Alter. Es ist, also, es ist ja auch kein Bock drauf, ne? Warte mal, stopp mal. Liegt rechts von dir nicht da was? Oh! Zutritt verboten. Do not enter. Do not enter. Du darfst da nicht rein, Benni. Ist verboten. Du darfst da nicht rein. Oh, siehste. Wie lange ist deine letzte Tetanusimpfung her? Du musst die Auge aufstehen. Okay. Bitte? Was war das? Oh. Warte mal, war mit Federn? Ja, ja. Blut und Federn? Blut und Federn. Aha. Vor allem, ich habe hier noch weiter rascheln gehört. Freue ich mich ja. Ach, guck mal. Nö, ist klar. Alter, hier haben sie ja irgendwelche Rahmen zerlegt da halt. Alter, hörst du das? Ja. Und ich bin so froh, dass ich nicht der Spielende heute bin. Ja, toll, 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 toll. Ah, ist ja mal ein richtiger Massaker. Kleiner die Fügel-Salat geworden hier. Es hört sich an, als ob da irgendwie ein Hund, irgendeine, irgendwas knurrt. Okay, okay, irgendjemand mochte die Fügel nicht. Ja, ist klar. Oh, 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 oh. Ah, darf ich dich schlagen? Mann. Haben wir in der Waffe, hast du überhaupt was irgendwie bei? Nein, ich habe nichts. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Inventar, kann ich nicht aufrufen? Ja, ist ja gut, beruhig dich da. Du Vogel. Du Vogel, genau. Oh, neblig. Und ich sehe nichts. Oh, ich höre nur was. Ich hasse dieses Rascheln. Ja, gehe ich jetzt da lang oder gehe ich da lang? Blutspur, ne? Ich würde sagen, folge der Blutspur. Aber die selbst sieht es ja nicht mehr nach. Oh, okay, 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 okay. Ähm. Ja? Hinterher, der will nur spielen. Der tut jetzt. So, was haben wir hier? Ein kleines Flüsslein. Ja. Es ist auch super dunkel gerade, also. Und Müll, Müll, Müll im Wald hier. Klicke dir das an. Oh, guck mal, ein Kocher. Guck mal hier, oh, ein Campingkocher. Oh, schön. Ein Gaskocher. Äh, ein paar Reifen. Schön, schön. Wo ist er da? Hat gerade irgendjemand über den Zaun gehüpft? Ja, ich habe da auch was gehört. Ähm. Ähm. Ach, du meine Fresser. Nö. Also, ich meine die Gummistiefel, die da gerade standen. Also, die sind aber mal dreckig, Freunde. Jetzt guck dir das mal an. Die hat keiner Sauber gemacht. Okay, wenn das dein einziges Problem ist, du, oder, äh, ne? So stellt man keinen Besen hin. Oh Gott, oh, was für eine arme, kleine Hundehütte ist denn das? Das ist doch immer ein kleiner Hund. Vor allem bei dem Wetter draußen. Nee, ey. Ja, eben. So, na dann. Ich bin ja, haha. Ich war noch gar nicht rein. Ich hasse das, wenn das Spiel irgendwann übernimmt und du nicht mehr zurück kannst. Ah, kenne ich gut. So, können wir hier irgendwas mitnehmen als Waffee? Hier, so, 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 so ein Schraubenschlüssel, weißt du? Rückwärts für ein Handfee, ja. Doch, ich nehme die Handtasche. Du, die tut so viel für dich, ne? Würde Guido Maria Kretschwald sagen. Äh, ja. Na dann wag dich mal rein. Oh, Bier. Bier. Ist das? Ist das wie Bier? Dalvi-Bier? Dalvi-Bier. Alter, das ist doch aus Louisiana. Das ist doch die Drecksecke aus Teil 7. Das war doch ein Dalvi. Echt? Ja. Okay. Also, hat ja... Ah. Wow. Nehm mit doch. Nehm mit mit. Nehm mit. Kartoffeln damit. Oh, ein paar Kartoffeln schön. Oh Mann, 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 ist ja gar nicht... Guck mal hier... Oh, da ein grüner Kraut. Da kann man grüner Kraut. Nehm mit mit. Nehm mit. Heilung. Fotografiere dreckiges Wasser. Ja, genau. Nächste Mutprobe. Benutze die Zahnbürste. Oh, oh, oh. Opa Tablettchen. Oh, was ist das? Nazivien-Seg da stehen, ne? Hat einer scheinbar einen kleinen Heuschnupfen. Knopfi. Hm, schön. Ja. Schreiter. Ja, im rum und gegangen sehr kräftig kahl und anheimelnd. Was war das? Das ist ein Holzhaus. Das knackt nochmal. Kannst mich mal am Arsch schlecken, Ed Knackt. Ich verstecke mich im Schrank. Nicht bei Outlast. Ich höre den Hubschrauber an. Oder was ähnliches. Ich mach ganz kurz nochmal um, auf dem Bett lag da noch irgendwas? Da nochmal eine Flasche Dauvie Beer. Dauvie Beer? Also man merkt halt schon irgendwie, ich denke mal die Marke oder der Markenname ist jetzt halt einfach nur, da haben sich halt die Entwickler halt Spaß gemacht irgendwie. Aber man merkt schon, die wollen mit Biegen und Brechen halt den Link zu Resident Evil halten. Irgendwie von der Spielverlinkung her. Ich hab sogar keine Lust da so lang zu gehen. Hallo? Im Keller. Ja. Wollen wir einfach wieder raus gehen? Ja. Jetzt rückt's mal Auto. Alter, was ist denn hier los? Ja. Bauballon. Wunderbar. Okay, komm. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Schon bin ich wie in Louisiana, Alter. Aber ich war so froh, dass du die Resident Evil Teile gespielt hast, was? Ja, deswegen ist das Privileg, dass du das hier spielen darfst jetzt bei dir. Hier wieder grünes Kraut? So, kombiniere verrottete Kraut mit verrottete Kraut. Hallo? Jemand da? Jemand hier? Hallo, hallo, hallo. Wenn du dich jetzt irgendwo finden kannst. Der Typ hat ne... Oder diese Person, die da wohnt, hat sehr viele Hand... Was darfst du denn? Oh, hier. Untersuchen. Äh, wie kann ich das... What is that denn? Ja, okay. Das ist ein stark ikonisiertes Bild, würde ich sagen. Wie kann ich jetzt wieder... Achso. So. Okay. Wollte grad fragen, wie kann ich das jetzt wieder hinlegen? Hm. Ja, ist ein bisschen feucht der Keller. Ja. Gibt es... Waaah, 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 waaah. Mann! Hör auf mit dem Brad. Oh, was ist das? Mit dem Scheiß. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Das ist doch... Mann! Geh weg hier. So ein Silent Hill Speichermenü. Punkt. Ach hier, guck mal hier, schöner Teppichstuhl. Ja. Der Schackrug. Der Schackrug. Der Schackrug. Also ich bin ja auch ganz froh, dass du ja mit dabei bist, ne? Da hab ich hier noch ein bisschen Ablenkung. Finde ich ganz angenehm, auch wenn du jetzt nicht bildtechnisch dabei bist. Aber zumindest, ja, unterstützt du mich so ein bisschen. Oh. Oh, und du erinnerst dich, was passiert, wenn man Kleiderschränke öffnet, Benni? Ich kenne Kleiderschränke aus Visage. Richtig. Richtig. Ah, Gott. Was klackert hier? Ist das jetzt hier der Ding hier oder was? Ich will da nicht. Ich, ich, ich möchte... Nein! Da ist bestimmt der kleine Hund drin nur, der Schiefer war. Ja, jetzt kommt so ein Vogel oder eine Ratte rausgerannt oder so weit. Ja, siehste. Der Ratte! Alter! Oh Gott. Und weiter? Na, ich schätz mal, jetzt passiert's, wenn wir uns umdrehen. Nee, ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Dreh dich doch mal um! Ich konnte mich grad nicht umdrehen. Was ist denn alles passiert, bitte? Ich hab keine Ahnung. Ich bin nur rückwärts gelaufen. Ist da jetzt ein Balken runtergekommen oder was ist da passiert? Ich guck gerade, was sich verändert hat. Ich guck gerade, was sich verändert hat. Ich bin in das Haus rein gefahren. Jetzt geh halt schnell hoch, Benni. Okay. Schnell nach oben. Ich hab keine Lust mehr. Warum ist das hier unten? Ah, das hier weiß kaputt. Fuck you, ey. Fuck you! Ich hör dich. Hing die Rand oder hin die Rand? Ja, ich kam mir ein bisschen zu nah gerade. Der Schrank. Oh, ne. Oh, ne. Oh! Meinst du nicht richtig einfach wegzugucken? Bringts! Ich wusste nicht x- Ich wollt' rückwärts laufen. Und drück' auf x versehentlich, und dann drehst du dich anscheinend um. Ja, schön. Nein, wenn ich das böse nicht sehe, sieht das böse mich auch nicht. Achso, jetzt kann ich mich hier runter... Ne, genau. So wie früher Verstecken spielen, weißt du? Du siehst mich nicht. Ach geil, Grafik sieht echt krass aus. Ich glaube, ich habe gerade Grafik gesagt, mit K. Ja, tolle Grafik. Oh, schau mal. Vor allem jetzt auf einmal ist es hell draußen. Ja, es ist jetzt Tag geworden. Nimmt. Dann können wir erstmal nochmal hier hinten lang gehen. Mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwie was Schönes finden. Okay, hier kommen wir nicht mehr raus. Schade. Aber wir finden hier auch nichts. Gut, denn gucken wir hier nochmal nach. Ob wir jetzt hier was haben. Ja, da hat auf jeden Fall irgendjemand ein bisschen für den Ovo und Maltin auf der Stuhle gehabt. Irgendwie, wenn man einfach so, ich gehe nach Hause. Einfach durch die Wand gelaufen. Ach, schön. Okay. Oh, da wird eigentlich gleich kalt, wenn man nicht so... Wie Hindernis überwinden. Ja, okay, dann überwinden wir mal das Hindernis. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Nimm den verbudelten Traktor mit. So, jetzt läuft der zumindest schon mal ein bisschen schneller. Das gefällt mir. So, ich gehe jetzt mal von aus, dass jetzt hier links und rechts wahrscheinlich nichts weiter Interessantes ist. Mann, da habe ich mich, ey. Das Spiel hat mich jetzt schon... Macht mich jetzt schon fertig, ja? Echt, ja? Ja, ja, also die... Meinst du... Oh. Wo zum Teufel bin ich? Krass. Also, ich kann mich dem nur anschließen. Die Grafik, äh... Sieht einfach mega aus. Also, es sieht wirklich mega aus. Ja, das ist... Du Arsch. Grafik ist echt krass. Genau, die ist recht krass. Ja, wäre mal interessant. Also, wir sind ja mit Mia in Europa. Ja. Wissen wir, wo in Europa? Also, wie lange war jetzt der Blackout? Sind wir jetzt... Also, wir sind mit dem Auto verschleppt worden. Also, wo sind wir hier? Rumänien-Partner oder was soll das sein? This is a good question. So, ihr wisst... Irgendwie haut es mal unten in die Kommentare. Hier unten geht es... Wir wissen es nicht. Hier unten geht es herunter ins Dorf. Irgendwie sieht aber das Dorf nicht sehr einladend aus. Ja, ich denke... Wir werden nicht rumkommen, Benni. Ja, das Spiel heißt ja nicht umsonst... Village. Village. Nicht zu verwechseln mit... Visage. So. Hier, ich würde mir hier so einen kurzen gönnen. Zum Aufhören. Ich dachte hier, das wäre jetzt... Sind das echt... Sind das Klamotten? Ja, das sind Hosen. Äh. Uh. Ja. Ähm. Ja. Ach, du Scheiße, ey. Hände ich da vorne eine Schale mit Totenschädeln? Äh. Nehmen wir Schneebellen, oder? Aber wie? Ich würde jetzt einfach Schneebellen sagen. Einfach das... 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 Ah, ja. Ah, ja. Die Tür bewegt sich. Da habe ich hier gar keinen Bock drauf. Hallo. Ah, okay. Ich habe mich verlaufen. Könnten Sie mir weiter helfen? Was ist denn Vogelfutter? Hirse. Okay. Gibt es hier irgendwas schönes? Ein Köcher hier? Nee. Hier können wir uns hinsetzen. Gucken wir mal hier rein. Hallo? Jemand da? Oh, guck mal hier wieder. Die Gummistie hier. Guck dir mal bitte an. Irgendwie. Sie sind unterwegs. Ja, stimmt. Soll ich mal sehen, irgendwie wie der Türrahmen aussieht? Oder Durchgangstür? Oh. Oh. Ah. Äh, hallo. Aber hier, guck mal hier. Muss jemand gewesen sein. Ja. Oh Gott. Was kochen die Leute da bloß? Hat anscheinend sehr gut geschmeckt. Ach, ja. Nee, aber hätte man auch mal hier die... Ach, du Scheiße. Hätte man auch mal zuspachteln können, ne? Ein bisschen. Die kleinen Lunker. Eine Menge Spachtelmasse. Sieht nur so ein bisschen... Ach, guck mal, der gleiche Bild, ne? Hm. Okay. Sieht so aus, als wenn man auch noch in einem Bett liegt. Ja, hier? Ja. So einfach umgedrückt, ist mir egal. Ich penne jetzt. Oh. Oh, was ist hier passiert? Okay, 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 komm. Wir wollen uns ja hier gar nicht so... Alles gut, alles. Ich würde ja übernehmen. Ja, das heißt natürlich im Umkehrschluss, waren wir in den Super noch heißer. Warten, warten. Da war grad was. Echt, ich hab's nicht gesehen? Ja, ich schon. Da ist grad was am Zaun, rechte Seite. Richtig schön, ganz schnell, lang geruscht. Na, rechts runter. Da geh ich jetzt nicht hin. Ich guck jetzt erstmal hier ran. Ich würd gerne so ne Schaufel, irgendwas, Waffe. Nehme mal die Heugabel, Alter. Ja, also... Schaufel. Ich nehm auch die Spritzen. Als Waffe. Ist mir völlig egal. Hauptsache ich hab ne Waffe. Ich hab' irgendwie... Hallo? Da ist ein Brunnen voller Blut. Toll, 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 toll. Don't enter. Mmh, do not enter. Mmh. Ja, du. Schnap, schnap, ja. Ey, jetzt, jetzt, jetzt. Kommt euch hier bestimmt gleich was. Mann, ey, auf. Oh. Oh. What's that? Was war da? Achso, schließen. Äh, okay, hier finden wir nix. Den schließen wir, den ganzen Kram wieder. Das wollen wir nicht sehen. Danke. So, hier brauchen wir bestimmt wieder... Irgendwas fehlt. Hm, was könnte sein? Sinn? Okay. Äh, 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 okay. Also, die Dinger da oben kenn ich schon von, von, aus der Demo. Äh, dazu bräuchten wir aber ne Waffe. Dann könnten wir das hier runterschießen und dann könnten wir gucken, was da drin ist. Ah. Ja, stimmt. Das, äh, hatte ich in, in der Demo im Dorf, hatte ich das auch bei uns gehabt. Könnt ihr übrigens auschecken, ne? Äh, bei uns auf dem Kanal. Gerne mal reinschauen. So, da ist ein Schloss. Das ist gut. Das heißt, ich komm hier nicht rein. Sehr gut. Und es kommt auch nichts da raus. Noch viel besser. Was denn? Du hast ja gesehen, die rennen einfach durch Wände durch, irgendwie. Ich weiss jetzt nicht, ob so ein Vorhängeschloss reicht, irgendwie. Okay, können wir nicht durch. Ich würde immer gerne, ne, hier so hochklettern. Aber vorher hätte ich gerne ne Waffe. So, was... Wir haben noch nicht mal Messer mit gar nichts, ne? Wir haben einfach... Ne, also, ich guck nur mal ganz kurz. Ist nix. Nix, nix, nix. Hab ich hier irgendwas anderes? Ich mag aber das Kofferprinzip, irgendwie. Das haben sie ja schon bei Resident Evil 4, sehr cool gemacht. Hat mir gut gefallen, irgendwie. Fand ich von allen Inventar, äh, Designs von Resident Evil am besten. So, du konntest jetzt in deinem Koffer so zurechtpacken, irgendwie fand ich super. Fand ich geil. Hat mir gut gefallen. Weil das nicht so viele Plätze haben? Sieht, äh... Sehr täuscht dich, mein ich, irgendwie. Wenn du jetzt ein Gewehr findest, dann sind vielleicht irgendwie fünf Plätze weg, oder sechs. So, wisst ihr? Also, ne Munitionspackung, zwei Plätze. Also, so wart halt bei Resident Evil 4, irgendwie. Ich denke mal, dass es hier jetzt genauso sein wird. Hallo, 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 hallo. Oh, hallo, 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 hallo. Hier haben wir wieder ein Klöchen, kann man bestimmt öffnen. Schau mal auf. Ja, auf. Das ist bestimmt besetzt, sieht man drauf. Gut. Denn gehen wir zu den Ziegenköppen, oder was? Ja, da bin ich gar nicht hin. Aber du sagst, wir folgen der Melodie. Ja, das hat schon bei Far Cry immer so cool funktioniert. Das ist doch. Das ist doch. Wer macht denn das? Und wieso, vor allen Dingen, sind das... Ach, ist das hier, äh, wie in der Demo, ähm, ähm, die Opferziegen? Stimmt, das könnte sein, ja. Also, in der Demo war es ja bloß so eine stilisierte Friedhof, Werkstatt und Zeremonienplatz. Äh, in der Demo war es ja bloß so eine, so eine, so eine stilisierte Figur, ne, in der Zigir. Ja, genau, die muss es ja irgendwie kaputt machen. Das waren ja denn die, ähm, wie nennt man das? Die Collectibles? War nicht wirklich, ja, war nicht, ach so, äh, war nicht schlimm, war nicht... Du musst es, du musst es die kaputt machen, irgendwie. Ähm. Oh, da vorne ist Licht. Und hier gibt es Bananen. Nee, was ist das? Ach, nee, Mais ist das, wa? Das ist Mais. Leckend ist das Schlicht. Seht ihr das so schlecht. So, guck mal, Bananen. 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 Äh. So, links haben wir wieder ein Schloss, wo wir nicht rinkommen. Habt ihr schon gesehen? Aber, aber wir haben hier noch was zu... Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres. Kein Zutritt. Okay. Gelbe Klebeband ist ja anscheinend ganz groß am Kommen in... Ist auch... Ich weiß nicht, wo wir sind. Anabolien. Aha. Was ist los? Ich muss aber sagen, das Haus sieht aus wie sonst was, aber dieses Tor mit diesem goldenen Zeichen... Mhm. Wie neu. Klar. Logisch. Ja, vielleicht ist Neuanschaffung, wa? Amazon liefert vielleicht auch dahin. Wer weiß. Ich will da nicht rein, aber wir müssen da rein. So was wie... Taschenlippe, ey, das ist verdammt dunkel hier. Okay, jetzt wird's ein bisschen heller. Und wir können auch immer die Kiste aufmachen, kann das sein? Sieht zerbrechlich aus. Ja, kann ich... Ich würde gerne draufschlagen oder sowas, aber ich kann nichts machen. Warte mal, ist hier vorne was? Oh, hier ist ein Messer. Messer, Messer. Nimm das Messer. Ja, ja, nimm das Messer. Ja, geil ist nicht, wa? Aber... Wenigstens etwas. Hat's neu. Hat's neu? Hat's neu. Was? 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 Wollen wir uns mal ganz kurz überlegen? Nee, wir bräuchten. Okay. Hat sich erledigt? Hat sich schon erledigt, ja genau. Nicht! Nicht! So, ihr könnt ja mal auch bitte in die Kommentare schreiben, irgendwie wie euch die Synchronstimme von Ethan Winters gefällt. Ja? Die ist ja... Die polarisiert ja sehr stark. Äh, im Netz. Einfach weggelaufen? Äh, probier doch mal. Probier doch mal. Probier doch mal, dann weißt du, wo sie hin sind. Ja, wie gesagt, die Stimme von Ethan ist, äh, die einen mögen sie, die anderen finden sie... Die einen mögen sie halt, ne? Das muss man so zu sagen. Also im Englischen ist sie sehr gut. Ähm, ich möchte ja auch dem Synchronsprecher jetzt nicht... Äh, also nicht, nischt, wie sagt man denn so schön? Äh, nicht Schlechtes. Nicht böse, nicht schlechte, so, aber das ist halt irgendwie, äh, fehlt mir etwas an Emotionen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das war halt auch schon Teil 7, so. Wusstest du, dass, äh, äh, Lara Loft wieder eine Synchronstimme hier, äh, drin hat? Ich weiß mal nicht wann und wo, aber, äh, angeblich sollte die hier auch wieder was synchronisiert haben. Äh, ja, die spür ich groß. Echt? Nein, keine Ahnung. Nicht schießen! Nicht sch... Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst! Was ist los? Oh nein. Sie konnten. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die Köln. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Was ist denn da raus? Hey, haben Sie gehört? Hey! Hey! Ach, du Schande, Alter. Ach, du Schande, Alter. Eine Leiche? Ja, eine? Mist! Noch mehr! Oh Gott, geh weg hier! Hast du, hast du, hast du, hast du die, Alter, das sieht er mal aus. Wo ist denn, wo ist denn die Flinte? Gib mir mal die Flinte! Oh, ich habe genau zehn Schuss. 20. Also, 20. So was kann ich untersuchen. Ja, wow. Oh, er hat Schuppen. Was ist denn? Was ist denn? Gott, verdammte. Ziemlich, wa? Copy and paste. Man hat sie es einfach gemacht. Die sehen wirklich alle gleich aus. Als Klone. Oh! Da hinten bewegt sich das. Oh, da hinten. Ich schieße drauf. Ich schieße drauf. Gib mir, gib mir die Steuerung. Gib mir die Steuerung. Ich erschieße. Ah! Wie geht's? Warum denn immer die Hand, Alter? Die scheiß Waffe. Oh Gott, sieht das eklig aus. Das sieht ja mal eklig aus, Alter. Komm, komm, nimm die Waffe. Nimm die. Echt das ab, Mann, Alter. Das entzündigt sich alles übel. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen. Gib mir die scheiße Waffe. Klatsch. Nein. Ich muss unbedingt... Oh, nee, das muss ich ausmachen. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Zielhilfe an, ja? Ja, ja, ja. Das muss ich unbedingt ausmachen. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz was verändern. Also, Zielhilfe für die Controller-Spieler, okay. Bei Maus und Tastatur, Horror. Okay, wir sind auf dem Horror-Kanal, also daher ist ja okay. Ja, das war krass eklig. Guck mal, ob die Flinte da jetzt irgendwie rumliegt. Das hat sich hier was hingefallen. Also hier liegt auf jeden Fall die Munition, ja? Die Drohnen liegen noch rum. Aber... Auf dem Boden. Ich sehe keine Flinte. Oh, echt, wahr? Ja, ich würde liebend gerne die Flinte mitnehmen. Hm. Also ich liebe ja, äh, also gut, ja, in Shooter-Games, ne, generell, mag ich Flinte. Holzenschneider. So, so, Shotguns. Das ist geil. Ja, so schlunzen, wa? Irgendwie. Ja, einfach rein, 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 reinhauen. Ja, ist richtig schön. Einfach einen raus, einen Meißel. So. Nee, aber, äh, ja, so, Laraloff hat hier eine Sprechstimme, ja? Ne, ist weggefressen worden. Ja, Laraloff hat wieder eine Sprechstimme, ja? Okay, na, vielleicht erkennt man sie ja. Sie hat ja eine sehr markante Stimme. Hallo, hallo. Oh, 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 guck mal hier. Ah, eine Brennnessel. Komm, nimm mit, das Ding. Eine schöne Graue, doll. Das ist das richtig. Ein paar Äppel. Ich will ein paar Äppel mitnehmen. Und noch mehr Äppel hier, gucken wir mal, ist denn lecker. Was haben wir da? Chemikalie. Eine Flasche Chemikalie. So, warte mal, jetzt könnten wir doch wahrscheinlich, also wir haben hier, okay, 14 Schuss Messer. Und wir könnten doch jetzt bestimmt, genau, Arznei herstellen. Hier brauchen wir Schießpulver zweimal und rostige Reste. Okay. So, schätzen wir nichts. Und es gibt ja auch hier mittlerweile wieder so eine Währung. Leib. Leileleib. Ja, warum immer eigentlich die scheiß Hand? Ja. Schon immer die linke Hand, Alter. So, lassen wir uns mal hier ein bisschen gucken, ob wir hier noch ein bisschen Munitione finden. Oder irgendwas anderes. Steinhofen. Was herzustellen. Aber es sieht nicht danach aus. Gehen wir mal aus dem Türchen und öffnen dies. Jetzt bin ich mal auf die Animation gespannt. Ja, diesmal mit Hände. Ach so, war das Feuer ohne? Bei Teil 2, also bei den Remakes, bei Resident Evil 2 und Resident Evil 3. Hatten so eine sehr, sehr, sehr coole Bolzenschneider-Animation. Hätte mich jetzt mal gefragt, ob sie die gleiche benutzt haben. Oh, da wurde mit Pfeile geschossen. Oh, was für welche? Oh. Ei, 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 ei. So Org-Pfeile, ey. So ein Manns große Baum, also Baumstämme, die wir verschossen werden. Patronen, da würde ich... Warum liegt da einer? Hm. Warum ziehst du in sein Rektum? Ähm, wo ist er hin? Oh, er wurde wahrscheinlich gerade weggezogen. Entweder die spawnen hier alle sehr schnell. Oder? Er wurde gerade wirklich weggezogen. Ich tippe auf Board 2. Was ist das? Okay, Rektum. Oder? Das stimmt. Oder ein Radio, was wie bei Silent Hill gerade ausschlägt. Da. Bei Monstern der Nähe sind. Da, wo es grün leuchtet. Da würde ich mir vorstellen, würde wahrscheinlich irgendwie so eine Art Radio oder sowas sein. Oder ein Funkgerät, wie du schon sagst. Das ist ein Funkgerät. Ich lauf mit Absicht, wie gesagt, noch nicht rein. Der einzelne Gummi-Schuh. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Sag mal, kannst du die Fässer... Messer an? Äh, warte. Nee. Adi. Okay, wir haben irgendwas Gelbet hier rechts von uns am Türrahmen. Ja. Achso, ja. Das habe ich ja auch gesehen. Du konntest ja hier, ähm... Okay. So ein bisschen Backup schaffen für dich. What? Warum hat sie so vorhin mal aufgehört? Ich habe nichts gedrückt. Nichts passiert. Munition. Nehmen wir mit. Wie viel waren es? Zehn. Bitte? Was? Wie? Wie? Kann man denn nicht die Nägel ein bisschen besser und ein bisschen tiefer eintreiben ins Holz? Und nicht so... Oberflächlich? Was soll der denn mit halten? Da könnt ihr mich schon wieder aufregen, wa? Da könnt ihr mich aufregen. Da lebt der Puls auf 200. Über uns ist was. Gehen wir doch mal. Warte mal, wie viel Munition habe ich? 19 Schuss. Gehen wir doch mal nach oben. Alter... Freunde, komm mal her, ich hab mal eine Pistole. Ja, siehst du, was passiert denn davon? Ich hab eine Pistole. Da ist noch eine Munition. Noch mal Patron. Chemikalien. Guck mal hier, da hat er sich einen Vogel schnabuliert. Ich dachte, er hat sich eher da den Typen reingehämmert, der da an der Tür lag. Ja, aber der ist ja nicht... Der liegt hier nicht. Ja, ja, du hast recht. Ich hatte da irgendwelche Rahmen wieder auseinandergenommen. WUAH! Du bist so schnell. Oh, die Penner, Alter. Ich finde die Magazinwechselanimation sehr geil. Jetzt liegt er wieder da. Hat er aufgegesen. Naja, er hat aber auch ein paar Schuss passiert. Und, unten, unten, unten. Nene, da. Da, komm her, hier. Na, auf, das wäre unten. Naja, unten geht es trotzdem noch weiter. Bleib hier in der Ecke. Da. Kann ich hier einfach rausrennen? Ne. So, dann kommt mal rein hier, Freunde. Ich habe genau 27 Schuss. Kannst du da hinten über das Fenster abbauen? Schaffst du nicht irgendwie alle. Seh ich mal um. Das ist auch ein Fenster. Ja, genau. Geh doch zum Fenster. Geh. Na ja. Lass mich dich abschießen. Ich habe gesagt, du hättest liegen bleiben. Ne, ruhig bleiben. Mehr Kontrolle. Headshots. Only Headshots. Ja, ja, hast du ja gesehen. Gerade da. Oh. Halleis haben wir bekommen. Vorbei. Es war doch sehr clever. Schon von vornherein hier die Geschichte. Absolut. Ach, guck mal. Ist der Indikator das Radio? Wenn noch irgendjemand überlebt hat, kommt zu mir. Zu Luisas Haus. Oben beim Acker. Überlebt? Oben beim Acker. Okay, ich habe überlebt. Guck mal, gehen wir mal zu Luisas Haus. Ich bin ein Survivor, ich bin ein Survivor. Nein, 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 nein. So. Au, 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 ich höre die doch noch. Ich höre die doch noch. Ja, ja. Ich gehe mal ganz kurz hier hinten nochmal lang. Nur um zu gucken. Ne, schade. Dachte mittlerweile könnte ich da durch. Oh, da sitzen sie. Auf dem Weg hinten auch eh nach. Ja, deswegen gehen wir auch gar nicht da lang. Wir gehen erstmal hier lang. Warum? Um. Wenn ich jetzt aber schieße, glaube ich, mache ich die aggressiv. Ich denke, um. Geh mal links rum. Vielleicht will ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier mir einen Fluchtweg aufmache. Mal auf hier. Genau. Dann bin ich im schlimmsten Fall. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist halt die Frage. Wir haben uns sehen. Und ich gehe mal jetzt von aus, dass sie nicht blind oder irgendwas sind, dass sie nur auf die Räucher achten. Na komm, wir probieren es mal. Ich will dir jetzt nicht unbedingt abschließen. Stopp, stopp, warte mal. Geht ihr weg? Oh, komm her, du. Okay. Fängst du ein paar Freundchen. Er geht weg. Bin er sonst nicht... Ich bin kein aggressiver Typ. Aber ja, hier werde ich aggressiv. Okay, Benni, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, wollen wir mal ein bisschen spielen, mein Freund. Warum greifen die nicht an? Weiß ich noch nicht. Oh Gott, sehen die widerlich aus. Lauf. Okay, das war scheiße. Das wollte ich auch mal testen. Oh, oh, oh. Nimm doch die Flinte. Verdammt. Andy, nimm es. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Haut. Lalalala. Tschüssu. Links neben mir ist noch ein Kraut. Äh, warte, 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 kurz. Ich habe nur zwei Schuss mit der Flinte. Da ist er. Oh, fuck. Munition. Schießmulver. Super. Mehl, warte mal. Voll Mehl. Ich lobe, wenn die kommen, irgendwie kannst du die mit dem Mehl ablenken. Oder irritieren oder sonst irgendwas. Ich verpiss mich. Ich habe leider zu wenig Munition. Gott helle. Gibt es die sonst noch? Es nimmt kein Ende. Ja, das sehe ich genauso. Okay. Ich kann nochmal die Säcke anschneiden. Vielleicht können wir durch die Mehlwolke entkommen oder so. Alter. Was gehe ich denn hier ab? Okay. Okay. Tschüss. Nein. Okay, okay, okay. Machst du nur Brett. Kann ich nicht. Schreibe vor, schnell. Schreibe vor, Benni. Achso, oder? In den Schrank. Ja, ist okay. Grüß dich. Nee, Brust bist du nicht, Mann. Los. Ich mache die kaputt. Juge. Oh Gott. Die ist sowieso hier. Komm, ihr weg hier. Das sind richtig viele, oder? Alter. Ich wüsste, was ich machen könnte, aber... ...davor habe ich ein bisschen Angst. Nee, warte, warte. Okay, wenn die sich vorne sammeln, werdet ganz gut. Und wir gucken mal vorne nochmal schnell, was in der Kiste drin ist. Weil wenn die sich nachher da durchprügeln... Erstmal hier Munition mitnehmen. ...liehst du auf das rote Fass. Oh Gott. Komm, du her, hier. Ich fängst hier, Mann. Wow! Was bist du denn für ein... ...holt der jetzt nicht die Kiste? Oh, Gleiter hoch. Hallo! Oh, das ist ein shitty McTee-Dee hier. Wo muss ich denn hin? Oh. Biss dich. Ich habe nur noch einen Schuss. Dem, 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 dem. Panik! Da sind noch welche. Boom! Er ist der... Hilft der mir oder hilft der mir nicht? Weg da. Können wir wieder zurück zu dem Haus? Ja, ja. Ich bin nur noch im Weg. Schnüppi. Lass mich in Ruhe. Versuch, die mal eher zu umlaufen. Einfach, um ein bisschen Munition zu sparen. What? Auf Wiedersehen! Versehen. Ja! Wir fahren! Wir fahren! Wir fahren! Wir fahren! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Wer kommt denn? Also, nach Rose suchen. Ja, okay. Sie kommen zurück heißt jetzt, äh, die Wehrwäufe oder diese, wie heißen die, Lykaner? Ja, genau. Also, so würde ich jetzt mal interpretieren. Oder etwas Mächtigeres kommt zurück. Noch mächtiger. Noch mächtiger. Na, dann... Vielen Dank auch. Ich liebe es... Okay. Oh, große Lykens. Sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Ja, großartig. Das ist auch zu lebensbejahend. Was war, steht da gerade? Akten finden? Im Notizbuch können Sie Ethans Tagebuch sowie... Alter! Ich kann nicht so schnell lesen. Okay. Werden einfach bloß die Sachen, die wir gefunden haben, werden da quasi niedergeschrieben. Und er schreibt noch zwischendurch ein Tagebuch. Ist in Resident Evil sehr stark verbreitet, dass die Leute extrem viele Tagebücher schreiben. Was wollte ich gerade sagen? Das erinnert mich an irgendein Resident Evil Ding von dir da. Das Schloss ist leicht zu knacken. Kannst du das mit dem Messer aufmachen? Also wir bewegen uns ja jetzt hier quasi wieder in dem Areal, in der ja auch die Demo Village lief. Genau. Nee, kann ich leider nicht. Also du brauchst anscheinend wirklich eine Dietrich. Ich hatte ja die Vermutung gehabt, dass du das ja mit dem, eventuell mit so einem Schraubenzieher oder so öffnen könntest. Aber nein. Du brauchst einen Dietrich. Ja, stimmt. Richtig. Die Theorie hat das ja schon in der Demo mal unterbreitet. Ja. Hat leider nicht funktioniert. Karte aufrufen. V. So, wie? Achso, die blauen Häuser sind quasi begehbar und die grauen nicht, ne? Äh... Ja. Würde ich jetzt mal interpretieren auf der Karte, ne? Oh, was ist denn das? Haben wir da was vergessen? Die schnittische Tür. So, genau. Hier haben wir die Leiter. Ich würde auch wieder behaupten, dass wieder blau heißt, du hast alles gefunden und rot heißt, du hast was vergessen. Ja, das ist ein sehr, sehr cooles Gimmick, was sie ja quasi seit den Remakes als Kartenoption da haben. Vor allen Dingen. Absolut super. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Richtig. Ja, genau. Unbekanntes Gebiet. Ey. Naja, unbekannt heißt ja nicht, dass man nicht rennen kann. Richtig. So, und wenn ich mich nicht ganz täusche und die das hier nicht geändert haben, gibt's hier nämlich ein Kristall. Nice. Was ich immer blöd fand, auch in der Demo, dass du die Kristalle teilweise wirklich, dafür musst du eine Munition verschwenden. Das fand ich irgendwie blöd. Ja, ist in Teil 4 auch so. Ach so? Echt? Ja. Ich hab Teil 4, glaub ich, nie gespielt. Ja. Schau doch mal demnächst auf den Kanal. Mach ich. Ähm. Vielleicht kommt ja da was. Ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Okay, dann gehen wir mal hier wunderbar auf der Freedhof. Hier sehen wir nämlich diese Opferziegen. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zornmutter Mirandas ereilen. So, daraufhin sag ich erstmal. Messer. Boom. Komm doch, komm doch. Noch bin ich mutig. Das wird sich ganz schnell ändern. Nee, die Stunde hab ich ja gespielt, genau. Deswegen weiß ich jetzt auch noch so halbwegs grob, wo wir eventuell hin müssen, aber dann war's das auch schon wieder. Ja, also ich weiß zum Beispiel, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass da so ein Ding ist. Nice. Was man aufnehmen kann für rostige Teile. Ich weiß, dass diese Opferziege da oben mich genervt hat ohne Ende, weil ich sie nämlich nicht gefunden hatte auf Anhieb. Stimmt, ja. Stimmt. Und dann hört's auch schon wieder auf. Und vor allen Dingen die eine Opferziege, die wir da hinten in diesem hohen Gras hatten, die hab ich nie gefunden. Stimmt, aber jetzt wollen wir sie finden. Ja, zu zweit sind wir. Wir sind zu zweit, als wir das kriegen wollten. Bisher. Die Augen sind mehr. Ist das ein Safe Point? Das Jungfernfragment. So, und das war ja, das hatten Benni und ich schon lange diskutiert irgendwie. Wir haben quasi als Zentrum dieses Bild irgendwie und dann, also medial gesehen ist man ja quasi um die große Dame, die wir da links sehen, Mitrescu, glaube ich. Mitrescu? Dimitrescu. Dimitrescu. Nicht herumgekommen, ne? Und wir sehen noch andere Leute drumherum. Wie ist, glaube ich, ist das die Omi? Das weiß ich nicht. Das könnte sein, ne? Sieht so ein bisschen einfach aus. Ja. So, wen haben wir noch? Wir haben das, was auch immer das sein soll. Eine Frau komplett verhüllt und eine Puppe, eine Handpuppe. Ja, aber die sieht aus, dass sie so ein Hochzeitskleid anhat. Weißt du, so mit so einem Schleier. Hier ist so ein kleines Kleid. Das wird vielleicht die aus dem Märchen sein. Das kleine Märchen aus dem Märchen. Stimmt. Und dann hier Van Halen. Van Halen. Van Halen. Und wie gesagt, in der Mitte im Epizentrum sehen wir quasi halt diese Freske da irgendwie, die wir auch auf allen anderen Bildern schon gesehen haben. Das stimmt. Ja, jetzt wäre mal die Theorie, die hattest du ja aufgestellt in der Demo, dass das Mutter Miranda sein könnte. Ja. Weil wenn das hier die Dimitrescu ist, die Große, dass das die Göttin Miranda, also ja, die, die hier alle anbeten anscheinend. Genau, Mutter Miranda, ja. Mutter Miranda. Da hatte ich auch die Überlegung, wenn wir jetzt hier gleich in das hohe Gras gehen, aber ich würde liebend gerne noch ein bisschen Munition finden vorher. Ja, gerne. Ja, ich würde nämlich gerne die, äh, die hier nutzen wollen. Ja, haben wir denn noch irgendwie die Möglichkeit, hier Munition zu finden? Ähm, ja, es gibt noch ein, ein Point gibt's noch, bevor wir hier in das hohe Gras gehen, und zwar links. Und zwar gibt's ja hier die Möglichkeit, hier rein zu gehen, weil ich glaube, in der Demo hattest du nämlich die Flinte nämlich auch hier dann gefunden. Also wir machen erstmal vorsichtig selber zu, ne, safety first. Und hier lag irgendwie auch... Auf dem, auf dem, auf dem Schrank hinten, auf dem Zeitbauklasse. Und da ist er jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich würde sie jetzt hier liegen, wenn du sie vorne nicht mitgenommen hättest, und die Mine vor allen Dingen. Ach, die Mine, die wollte ich immer mal ausprobieren, fällt mir gerade ein. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Ja, wenn nicht, muss ich eben halt wirklich mit, mit, ähm, mit der Pistole arbeiten. Tatsächlich würde ich die Mine mal sehr gerne in Aktion sehen, irgendwie. Mann! Aktuell habe ich so das Problem, dass mein Finger, ähm, ja, ich bin, äh, ich werde sie sagen, Trigger-Abzug. Schnell den Finger am Abzug. Wetter. Ich seh dich! So, äh, und zwar lag nämlich noch Munition, wenn ich mich nicht ganz täusche, musste ich hier rüber. Weiß, dass du da bist, lag nämlich, glaube ich, hier noch Teile und hier Munition. Nice. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, zwei Schuss. Ja, immerhin. Wurde, ganz lange, immerhin, ne? So, besser als gar keinen zu haben. Wobei ich mich aber, ich würde auch liebend gerne, ich würde gerne mal die Mine ausprobieren, weil. Hier hin. Leg die mal da hin. Mal zurück. Ja, komm weiter, komm weiter. Jawoll! Boom! Boom, schakalaka, Junge. Der hat wart mit dir. Hat er was fallen lassen, der Junge? Ah, sieht gut aus. So, 303. Die nehmen wir gerne mit. Das war wahr. Also klar, jetzt für einen war ein bisschen Verspendung. Sollte man vielleicht aufheben, äh, wenn irgendwie mehrere hinter dir her sind? Damit du mehrere gleichzeitig ausschaltest. So, und hier, höre ich die ganze Zeit dieses Geklapper. Dann müssen wir mal gucken, weil, genau, hier sind wir immer noch nicht alleine. Das können natürlich auch die Knochen hier neben uns sein, ne? Mhm. Achso, ja, hier unten, stimmt, hier unten gab es ja auch noch einen kleinen Weg. Wo zumindest es Teile gab. Ja, die Demo hat wirklich, ich sag jetzt mal, so ein paar Fundorte hat die Demo schon verraten. So ist er nicht, ne? Achso, ja, genau, warte mal, einer war ja noch hier hinten. Den habe ich jetzt gleich getriggert, pass auf. Und zwar, wenn ich hier lang gehe. Ja, 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 ja. Okay, super. Come on! Wo, war ich das für dich? Nee. Hat nicht ihr recht. Aber das hat ihr recht. Ah, Kristallmaschede. So. Öffne. Mist. Wut? Wer war da? Ach ja, das war ja hier die Tante, stimmt. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will immer noch diese Machete da haben. Die wollte ich schon in der Demo haben. Die ist, die finde ich, fand ich, fand ich besser. So, hier haben wir einen Brunnen, ne? Ja, wir müssen unbedingt diese, so eine Kurbel oder sowas, umgatt finden. Damit wir da hin können. Was haben wir da noch? She's pulveral. Hier weiß ich, hier gab es auch noch was. Hier gab es durch noch flüssige Chemie. Chemikalien. Hm. Kann ich jetzt eigentlich auch alleine rein? Also ich könnte ja auch... Erstmal die beiden reinlassen. Ne, will ich nicht. Gut, lass ich die doch einfach da draußen. Ja, ich weiß, das ist, äh... Achso, ja stimmt, hier war ja das, äh... Genau, hier brauchen wir erstmal noch was, um das aufzukriegen. So. Rollen wir uns jetzt erstmal die beiden wieder ab. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch. Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher. Oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Hilft mir. Wir müssen ins Haus. Die Frage wäre ja auch mal, kann man ihn denn nicht von seinem Leiden erlösen? Sag mal, diejenigen, die von euch die Demo kennen, wissen, was jetzt passiert. Dann ist es unvermeidbar. Dann muss das Unvermeidbare jetzt geschehen, Benni. Was? Achte mal auf die Stimme von der, äh, von dem Mädel. Ist das zufällig Lara Loft? Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf! Die sind unsere Freunde! Na los, rein mit euch! Kommt! Hier lang! Du bist nicht aus dem Dorf? Äh, nein. Ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen! Ich sagte, geh! Tja. Wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Krass. Okay, ein Safe Point. Cool. Komm hier. Ernest. Ernest. Ich möchte mir erst mal das Dorf angucken. Oh. Stimmt, die Statue. Da unten rechts hatten wir, war ja auch gewesen. Das war ja das mit dem kleinen Flussbett da. Richtig, genau. Das kleine Wasserrad. Genau. Ich hoffe, wir kommen auch da wieder zurück, weil da sind ja noch einige Sachen, also ich gehe mal von aus, wir werden da auch wieder zurückkommen, weil es sind ja einige Sachen, die wir jetzt bis jetzt noch nicht öffnen konnten, weil uns dafür ja die Utensilien fehlen. Die Windmühle würde mich auch nochmal interessieren, also da werden wir wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie hinkommen. Und das unten rechts. Ich denke mal, dass wir an alle Orte kommen werden. Was ist denn, also das unten rechts erinnert mich irgendwie immer so an, ich sag jetzt mal so ein Industriegebiet. Das ist halt so Fabrik, irgendwas, was? Ja. Ja, oder Fabrik. Komisch. Säge, also Sägewerk oder irgendein Scheiß vielleicht. Das ist die Frage, soll ich jetzt speichern? Stevens zweitliebste Beschäftigung? So, auf geht's. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopft dir das Maul, Roxana! Das reicht! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist! Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie, sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen, uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht, erbringen wir uns als Opfer. In Erwartung des Erlösenden Nichts, im Leben wie im Tod, reisen wir euch, Mutter Milanda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet, hab ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Du gehst, hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Ich sagte, aufhören! Oh Gott, es tut mir leid, Vater. Hey, hey! Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Nein! 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 Du hättest nichts tun können! Er war bereits tot! Lass mich in Frieden! Nein! Ich bringe uns hier raus! Uns beiden! Ja, soviel zum Safehouse, ne? Wir müssen hier raus! Ja, jetzt steht's in Flamme! Ja, Leonardo hat wieder die Party gesprengt, quasi. Der Leonardo! Das ist immer, immer einer, der sich neben ihm kann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was Schönes finden. Zum Beispiel sowas hier. Eine leere Schublade! Ach, eine! Nimm die Schublade mit! Das ist die Schublade, die du finden sollst. Das ist doch vorhin auch so ein, ne? Hier. Spachtelmasse? End is on. Ja, ja, richtig. Zum Lackkratzer. So, kann ich hier hinten? Nee, kann ich nicht. Da kann ich nicht. Das ist alles. Oh, 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 Kraut. Green is Kraut. Ist hier auch nochmal Kraut? Nein. Schade. Immer schön die Jokkarpalme gepflückt hier. Hier wird viel Mehl benutzt. Ich finde das so unbefriedigend, wenn du Schubladen aufmachst und nichts ist drinne. Ja. Oh, yeah. 500 Leih. 500 Leih. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gesammelt? 2820 Leih. 2820. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Ah. Oh, oh, oh. Was hab ich da gesehen? Ah, schrubbelmumpeln. Chilis. Also, das könnte mir gefallen. Ich hab dir mal einen Meter Chili, Alter. Lecker. Äh, das nicht. Das ist der große Kohl oder was? Autoschlüssel. Ja, genau. Hier? Weißt Bescheid. Schraubenzieher. Was für'n Schraubenzieher, Alter. Mist. Das Feuer breitet sich aus. Ja. Ich würde jetzt sagen... Warte mal. Willst du mal gucken? Nee. Da ist ein Holztor. Richtig? Mhm. Da ist die Wand. Mhm. Ich bin gespannt, wo er langfährt. Autoschlüssel. Das ist vielleicht die Frage, ob du... Dich vorwärts oder rückwärts bewegst jetzt. Was hast du vor? Geh rüber. Geh mit, kommen wir raus. Dass die Kiste überhaupt nur anspringt. Ja, ja. So verrottet, wie das Ding ist. So, was jetzt? Guck mal, er fährt rückwärts. Fahr doch Vollgas rückwärts. Junge. Nee. Wir müssen jetzt vorwärts fahren. Ist die eigentlich neben uns? Ich kann leider nicht rüber schauen. rum. Alter, jeder weiß doch schon, seit er GTA spielt hat, irgendwie das... Wenn die Karre brennt, verpiss dich aus, der Karre. Na, sag mal. Tatsächlich ist es doch ein eigener Gilded gesetzt, was man auch in der realen Welt anwenden sollte, sobald die Karre brennt. Nicht mehr drin sitzen. Schnell weiter. Ja, liebe Kinder. Don, try this at home. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Ich weiß, aber danke. Nett von dir. Ja. Ich würde es mit ihm. Kraut. Ja, hoffentlich. Wenn wir hier rauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bis du... Vater? Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los. Nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist... Das ist einfach nicht fair. Das erinnert mich immer wieder, wenn ich das höre. Das ist einfach nicht fair. An dein... Was war das? Dead Space? Wo du... Munition liegen lassen musstest und nicht mehr mitnehmen konntest. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Inventarplatz mir frei hätte. I know, richtig. Ich verstehe nicht, wie... Ich verstehe nicht, wie die Regie sowas durchgehen lässt, irgendwie von der Synchro. Ich verstehe es nicht. Also, es ist mir unbegreiflich. Siehst du, Ethan hat es aber auch nicht verstanden. Er hat gerade gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, ja. Wir auch nicht. Wir auch nicht. So, aber... Wenn du das auch nicht verstehst, schreib es in die Kommentare. So sieht es aus. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich wollte ja nämlich letztes Mal ja auch hier so lang, ne? Aber... Da ist nichts mehr. Nüchter. Einfach nüchter. Nüchter. Na gut, gehen wir raus. Ja. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Auch das müsste so fucking wehtun gerade. Also, ich muss sagen, dadurch, oder, äh, obwohl Ethan ja eigentlich so eine totale, emotionsambivalente, muss ich ja jetzt leider sagen, äh, Schluchtsbrotze ist, ist ja echt ein harter Knochen, was Schmerzen an geht, oder? Irgendwie, also, äh, schon im Teil sehen, die Hand abgetackert, äh, abgesägt und die angetackert zu bekommen, irgendwie, äh, muss einfach so dermaßen sich entzündet haben. Das Dämonenfragment. Hier jetzt einfach die halbe Hand, äh, zwei Finger abgebüssen, die halbe Hand fehlt, er haut immer noch ordentlich gegen, lässt sich die Hand halten. Ohne auch nur kurz mal, au, zu sagen, da muss ich sagen, Ethan Winters, da ziehe ich jetzt mal meinen Hut vor dir und sage, Chapeau, du harter Hund. Krass. Hallo. Das ist doch der Julian. Oder? Julian. Das ist doch Julian Bam. Julian Bam. Ach, guck mal, da ist Mutter Mir- Oh Gott, warst du mit dir verkehrt? Ja, hat sie, hat abgerissen. Was war das? Also, in der, in der Demo wirkt es ein bisschen krasser, was sie mit ihm gemacht hat. Und jetzt sah es eher so aus, als hätte sie ihm irgendwie, keine Ahnung, klingt auch krass, aber halt so die Kehle rausgerissen oder das Herz, und den Rest halt so fallen gelassen. Ey, ich weiß nicht, ob das wirklich einfach nur die Dinger sind. Ich glaube, es waren die Knochen irgendwie. Ich bin auch der Meinung, weil die sind rund um den Baum verstreut. Und das irritiert mich so sehr, dass ich hier wirklich, ich würde hier Stunden verbringen, um einfach wirklich alles zu durchsuchen. Ich denke, es sind die Knochen. Der Tod. Ja. Der Tod findet sie alle. Ich parschippe jetzt. Habe ich mich doch gerade verliebt, irgendwie. Alle elf Minuten. Verliebt dich ein Single in eine bloßartige Hexe. Achso, hier kann ich nichts machen, okay. Aber der, achso, genau. Ne, da brauchen wir, was, was braucht man hier für den Schlüssel halt mit dem Symbol drauf oder was? Ne? Ja. Liegt mal von raus. Ja. Also ich weiß, was wir, also wir können jetzt mal das Tor öffnen. Hier zum Schloss von der Dibi-Dress-Crew. Na ja, aber ich denke, da ist noch ein bisschen erstmal, bis wir zum Schloss kommen. Ich glaube nicht, dass der da gleich kommt. Ne, ne, das ist richtig. Siehst du, das ist ein Sägewerk. Das ist ein Sägewerk, was du mal davon gesehen hast. Bei mir. So, hier ist ja quasi der Punkt, nachdem wir die jetzt hier einsetzen, wo die Demo endete. Genau. Und ich denke, wir sind jetzt alle gespannt, wie es weitergeht. Lasst mal ein Like da, wenn euch das Gameplay und das vor allem das Let's Play mit uns beiden Idioten gefallen hat. Würde uns freuen. Ja, für euch ein kleiner Klick, für uns eine große Hilfe für den Kanal. Und generell abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann seid ihr mal auf dem Laufenden für den nächsten Shit, der da kommt von uns. Nur Blut und Tod. Na dann. Wir gehen weiter. Oh Gott. Nur Blut und Tod. Na dann. Mich hat vorhin letztens auch interessiert, ob ich die Raben abschießen könnte. Mach mal. Bei Teil 4 gibt es nämlich was dafür. Anscheinend wird hier der Tierschutz ein bisschen intervenieren und sagen, nein, für das Töten von Tieren gibt es ja keine Belohnung. Guck mal, da hinten ist da immer eine Gerotte. Doch, ihr habt es doch was. Ja, ihr habt Geld bei ihr gehabt. Irgendwie. Ja. Äh, was ist denn das? Hm. Schön. Okay. Okay. Das ist krass, dann sind die ganze Gebäude so in den Fels geschlagen, ey. Das ist schon geil. Fehlt mir aber. Hier, da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder die Kurbel. Untersuchen. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlegt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern. Wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrisco. Ich verspreche euch, dass meine Mächtigung... Ich bin weh, Fleischberg! Lass mich sehen! Du meinst... Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch! Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind! Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht! Du kannst die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wären. Werd noch größer! Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego! Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Likens und Gentleman! Danke für eure Geburt. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du prüfenst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Schau! Drei! Was? Showtime? Okay! Oh shit, Alter! Lass mich in Ruhe! Auf, Benni, lauuf! Lauf, Benni! Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich! No, no, no! Hallo, hallo, hallo! Untersuch'n! Das ist geil! Oh, das muss ich erst mal untersuchen! Ein Holzbrett! Oh, scheiße, die haben Pfeil und Bogen! Ja! Hahaha! Kann ich mich heilen? Zäh! Oh Gott! Okay, okay, wenn ich jetzt hier noch was... Alter, wie viel gibt es denn von diesen Viechern? Oh nein! Oh nein! Hallo, 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 hallo! Da muss ich hin, da muss ich hin, da, 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 ich seh, ich seh doch den Ausgang, da, da, komm her! Ducken! Oh! Beachtlich! Beachtlich! Oh Gott! Kann ich hier irgendwas machen? Ah! Oh, scheiße! Äh! 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 Das blutige Finale dieser großartigen Show! Hahaha! Oh! Wie soll ich da? Wobei! Noch nicht überwinden! Mit dem letzten Speicherdaten, äh, neu starten! So, äh, wunderbar! Toll! Äh, wie, äh... What? Du musst wahrscheinlich mit irgendetwas interagieren, aber was? Was, ne Stange? Ist das eine Stange oder? Ne, ne? Der Holzpfosten? Das ist auf der anderen Seite hoch, ne? Ne? Vielleicht probieren wir das... Ja, das ist... Würde mal sagen, wir probieren müssen. Ah! Ja, ist klar. Okay. Was für ein Scheiß! Ah, da hab ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, in der Hektik. Hahaha! Alter! Ja, ist klar! Ja, ich sag halt, tippe halt, der schöne Koronus. Okay... Warte! Haben die vielleicht Rose? So, das ist Person-Munition. Sehr schön. Und, äh, ist dir aufgefallen, irgendwie, diese kleine Puppe? Das war die Stimme von Lara Loft. Das war wirklich Lara Loft, ja? Wirst du? Ja, die hat eine sehr, 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 sehr über... Überfrequente Stimme, nenn ich's mal vorsichtig, irgendwie. Sehr, sehr hoch und sehr, sehr klar. Ich hab'n bisschen Schiss jetzt hier. Bei den ganzen Viechern, die wir da gesehen haben. Ey, hast du die, die angeguckt, was da alles jetzt war? Ja. War so'n Glöckner von Notre Dame, denn... Oh, je. Who is this? Nicht so'n da ist. Hallo! Oh, ja. Oh, Gott. Oh, je. Hier gibt jemand Klopfzeichen. Okay, da gibt's nix. Da gibt's nix. Da gibt's nix. Gut. Äh, versuchen wir mal hier irgendwie zu entkommen, würde ich sagen. Crouch noch, wa? Ja, ja, ich crouch die ganze Zeit doch einfach, weil es gibt mir so'n kleines Sicherheitsgefühl. So'n ganz kleine, kleines. Aha! Können wir jetzt einfach wieder zurückgehen? Ich möchte gerne das Dorf verlassen. Cool. Oh, nee, ey. Das trau' ich mich jetzt wirklich nicht, wa? Komm, zieh den Hebel. So, und der Typ hatte der jetzt irgendwie... Gravitationskräfte oder was sollte das jetzt darstellen? Ich weiß nicht, ob der so wirklich magnetotechnisch, weil der hatte ja auch sein Hammer, wo er hier mit Miranda gequatscht hat, da hat er einfach wieder Run gezogen. Ja, wahrscheinlich, da wird wohl irgendjemand, irgendjemanden verklagen. Okay, wir wissen also, dass das wahrscheinlich irgendwie die vier, ich nenne sie mal, die vier Reiter sind. Oh, okay, ich dachte jetzt gerade, das ist hier ein Wehrwolf. Nee, das sind Leichen. Das ist jetzt die Frage, habe ich das bei jedem Raben, dass ich da was kriege? Wie? Und letztendlich, was ist jetzt 38 Schuss? Okay. 240. Die haben wirklich jetzt eine Leichen rein, die haben einfach... Oh Gott, die sind ein bisschen... Was ist das bloß für ein kranker Ort? Ja, was ist das bloß für ein kranker Ort? Das sehe ich auch so. So, echt nicht geil. Ich höre hier was? Das links, also durch die Kopfhörer, die ich habe, lässt sich das relativ gut verorten. Naja, dass das links ist, das kriege ich auch noch zu. Ich hätte gerne meinen anderen Kopfhörer, weil da habe ich einen Surround-Sound. Den habe ich aber jetzt hier leider Gottes... Geh mal kurz nach rechts, das war gerade sehr laut an dem Busch da. Guck mal hier, da ist er. Der hat nervt, wa? Deswegen hier Munitionverschwendung. Kling! Hier sind wir eigentlich, wie viel es gibt? Nee. Also, da habe ich gar keinen Schirm davon. Guck mal her, bestimmt die Ziegenwaffe dafür. Die Goat-O-A-T-O-A. Die Goat. Die Goat-O-A. Okay, jetzt geht es wohl zum Schloss. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ranzenalter, ey. Boah, ja, dann hält man ganz gern drei Sprotten. Nimm ich noch irgendwie die ungarische Salami. Ich bin nicht in aller Ruhe um. Erschopp. Ich habe gerade aufgestockt. Ankauf. Also wir haben ja eine Menge gesammelt. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe im Dorf ein paar Sachen vergessen. Weil ich weiß zumindest, wo noch ein weiteres Kristallfragment im Dorf war. Aber wir kommen nachher nochmal hin. Ah, das stimmt. Hier, weil die Dinger bringen nämlich richtig Kohle. Ja, aber die hier nicht verkaufen. So, erste Hilfe, Pustole, Lemi. Guck mal, jetzt kriege ich nämlich dafür 4.000 Pizza... 4.700 Lai. Na dann, auf geht's. Schwere Zeiten, Ethan. Das ist die Frage, kaufen wir Waren? Also so erweiterte Magazine beispielsweise und sowas alles. 9.000 kostet... Ich glaube, das geht über deine finanziellen Mittel hinaus. Zum Glück, ich wollte es nämlich gar nicht kaufen. 9.000 kostet der Kram, das ist ja krass. 1.000 für eine Munition, kann ich 8 Schuss mehr kaufen. Das ist ja ganz schön teuer. Heftig, ja. Hier haben wir einen größeren Koffer für 1.000. Nee, für 10.000. Äh, meine ich ja, 10.000. Könnten wir uns jetzt eh nicht kaufen. Was ist das hier? Ach! Hier kann ich, äh, die für 3 kannst du dir, äh... Pro Pause, ne? Genau. So einen Bauplan. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ich glaube auch. Ich würde... Das würde ich investieren. Äh, lass uns mal ganz kurz nochmal gucken, was wir bei der Werkstatt haben. Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Also, bin dafür immer sehr schnell, die Pistole irgendwie feuerkrafttechnisch zu pimpen. Einfach, weil... Du die... Ja, ich weiß. Aber du effektierst, äh, oder... Äh, ja, du effektierst die, 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 die Patronen, ne? Im Verhältnis zu, zu den abgefeuerten Schüssen. Mehr Power, weniger Kugeln. Mehr Munition nachher. Das sind 10% für 6.000. Ja, naja. Aber sind vielleicht zwei Kugeln weniger, die wir verschießen müssen? Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Na gut. Auf Wiedersehen. Ja, der ist schon echt eklig, wa? Irgendwie. Alter, der sieht aus. Alter, die... Ah, ich möchte ihn doch mal lieb haben. Nee. Duke. Also, jetzt sind wir hier so durchgerannt. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo links, rechts? Oben, unten? Nö. So, willkommen in Kassel Wolfenstein. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Schau mal rein. Auge. Okay. Jetzt kennen wir ja den Raum, ne? Schloss Dimitrescu. So, lass mich... Okay. Dein Ernst? Alles klar. Okay, wir kommen hier nicht mehr raus. Nice. Könnte Rose hier sein? Blintenmunition. Das ist erstmal die... Unschätzbaren Reliquien kaputt machen. Ja, genau. Das gucken wir uns gleich an. So, Three Daughters. Bella, Casano und Daniela. Daniela. Daniela, Daniela. 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 20. Januar, Miranda. Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke. Geschäftsgespräch. Okay. Ja, das Areal kennen wir eigentlich schon, ne? Ebenfalls aus der zweiten Demo, The Castle. Dort konnten wir uns hier ebenfalls auch schon bewegen. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, dann, denn... Also, wenn das ähnlich ist wie beim Dorf und auch wieder, wieder bei der Demo. Denn... Das ist ja einfach ein... Das ist ja einfach ein Prolet, erstmal in die Bumsbude, erstmal alles in den Arsch gemacht. Genau. Das ist ja erstmal ihr mit den Glasscheiben kaputt gemacht. Komm hier. Bin ich ja ruhig. Hast du noch mehrere Art und Weisen zu slicen? Ah! Ja, ja. Hier kannst du... Stich, Juge. Stich, Stich. Und das ist dann... Gibt zwei. Nice. Wow! War ich weiter? Der Duke jetzt, was? Oder? Eigentlich ja, aber der sitzt ja noch nicht da. Ähm... Ne. Okay. Lass mal rein hier kurz. Willst du noch mal rein gehen hier schon? Ja. Hier muss ein paar von seinen Wurstel... ...hier hinkommen. Aber ich... Äh... Ist das hier? Norsch-Times-Labyrinthe. Norsch-Stein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gewandtmacht. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und der eiserne Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweilig speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsch-Times, die ihr geliebten Frauen handeln soll. Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay. Hm, okay. Was ist das denn? Das die Labyrinthe? Ja, da brauchen wir wahrscheinlich jetzt erstmal eine Kugel für, ne? Mhm. Okay, 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 okay. Speichern tun wir gleich. Nee, das machen wir gleich. Wir kommen gleich nochmal wieder. Okay. Erhüllt den Thrill etwas hier. Ja, 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 ich hab, ich hab, ich, ich, ich will ein... Okay, es ist doch ein bisschen anders als in der Demo. Scheiße. Oh, nee, okay, komm, wir speichern doch. Okay, hast mich überzeugt. Schön, einmal kurz sicher gefühlt. Oh, nee, ist doch nicht wie geplant in die Gläufe zurück. Nee, ich wollte eigentlich da durch und wollte noch den Kristall da holen und, äh, den Ring, der eigentlich da versteckt sein sollte, um später da durchzugehen, um die eine Tür zu öffnen, aber, äh, scheint denn, wo bin ich hier? Also, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen nach oben. Nee, da geh ich nicht hin. Da, wo die Schreie herkommen. Da geh ich nicht hin. Finde die vier Engel, Antlitz und du wirst errettet? Warte, warte, was ist denn jetzt los? Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeig mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, bitte. Ja, bitte. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda, aber später, später bekommt jede ihren Abteil. Zieh ihn hoch. Hey. Hey. Ah! 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 Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Ah! 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 Und jetzt? Ja, umsehen. Ja, klar. Umsehen, dann sehen wir uns. Bumm! Oh, nee! Oh! Komm, Alter! Oh! Oh! Okay, ich drück mal C. Vielleicht kann ich mich ja heilen. Die sind doch völlig krank! Okay, also das war jetzt schon wieder geil. Das war schon wieder geil von der Sinn. Die sind doch total... krank! Wie hart ist das doch... Als ob er da noch was machen kann. So, also jetzt muss ich an der Stelle, muss ich mal sagen, also jetzt klar, Risen Evil, Monster, Zombies, Vampir, Frauen, Werwölfe, mal wirklich hin und her irgendwie. Ja, aber was der Typ einsteckt irgendwie und dann immer noch, ich mach mal weiter, ich hab ja kein Problem, irgendwie. Er hat sich gerade komplett, also die komplette Hand durchgeschnitten. Beide. Und also, also du bist dann, also theoretisch, also er muss bluten wie Sau, irgendwie, ne? Ja, weil die haben ihn ja auch transportiert mit diesen Haken an den Füßen, also an seiner Achillesferse oder keine Ahnung. Und dieses Waden oder irgendwas drin, also es ist, also da denkt ich mir auch so, okay, alles klar, Jut, das ist, ähm, ähm, hier ein halber Folter-Porno halt da wird. Also, das ist, da kann man ja auch mal einen Step zurücknehmen, irgendwie, also das ist mal, jedes Mal vom Gasfreunde hier, irgendwie, das ist, jetzt wird's ja langsam ein bisschen albern hier. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, okay, und hier hat die Demo gestartet, ne? Ja, aber ohne diese Verletzung. Also du hast hier das Weinglas gesehen, äh, war toll, äh, das hat recht viel Kohle gebracht. Mhm. Bei, ähm, dem Duke. Dem Duke. Hab ich eigentlich trotzdem noch? Ah, okay. Okay, die Sachen haben wir wenigstens noch. Ey, du könntest ja nicht mehr die Hand nehmen jetzt, irgendwie, das würde ja nie mehr gehen, Alter. Naja. Die Sachen kann ich kaputt machen, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist eine Bitankerze, das geht nicht. So. Ja, lecker, 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 lecker. Ah. Ich brauche unbedingt einen Dietrich, also ich weiß nicht, wann wir den Dietrich bekommen. Ja, hier kommen wir, hier gehen wir nachher durch. Was ist hier? Bei der Ernte? Bei der Ernte? Oh, guck mal, die tanzen aber schön. Na ja, guck mal, was ernten. Achso, okay. Ich geh wieder weg. Das ist, äh, gut. Ey, geh ich mal lieber durch den Kamin. Absolut. Und denk mir, schöne Sache. Äh. Sag mal, wenn ich so einen Kamin habe, dann muss ich doch mal nach oben da sein, was? Okay. Also selbst das würde so nicht funktionieren. Ne, deswegen, wollte ich gerade sagen, das ist, das funktioniert nicht. Oh, so. Rostige Reste. Genau. Können wir eigentlich gerade noch irgendwas mixen? Äh, zum Bestimmten, oder? Also wir könnten uns, äh, oh ja, guck mal hier, so einiges. Vielleicht könnten wir uns mal eine Heilung noch basteln, ne? Haben wir Heilung da? Ich glaube, wir haben Heilung sogar da. Einmal. Haben wir noch eins, ne? Aber wir können ruhig, hast du recht, wir können ruhig mal ein bisschen auf Heilung gehen hier. Weil ich kann hier insgesamt dreimal Heilung herstellen, wenn ich wollen würde. Also hier könnte ich jetzt nochmal drauf drücken. Und jetzt sogar mal noch für eine. Ja, mach mal nicht so viel, dass wir vielleicht noch ein bisschen Chemikalie für die, für die Patronen da haben. Da kann ich noch nichts machen, weil die habe ich nicht erlernt. Ich kann nur die Sachen machen, die ich hier unten erlernt habe. Naja, ich kriege von dem Patronen. Achso, da braucht er, ah, da braucht er keine Mikael für, alles klar. Schießpulver und draus die Reste, das sind wie andere Sachen. Okay. Deswegen, weil, ich glaube, dass, wenn du andere Munitionssachen herstellen kannst, also wie jetzt Schrotflinte und so einen ganzen Kram, brauchst du natürlich auch andere Materialien, gegebenenfalls. Vielleicht, so wie, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir ja noch sowas wie ein Granatwerfer oder so. Wäre ja auch ganz geil. Würde ich mich freuen drüber. Ein Granatwerfer? Ich glaube, hier finden wir ja so einen Flockgättling oder irgendeine Scheiße. Der wäre auch geil. So ein Flockgättling wäre wirklich geil. Das würde ich feiern. Bum, 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 bum. Das würde ich wirklich feiern, da hätte ich nicht geil. So, dann machen wir erstmal hier hinten wieder die Tür auf. Au, ich lese. Genau, jetzt bin ich. Jetzt können wir nämlich hier durch, genau. Gibt es wieder Schießpulver. So, hier ist auch wieder eine Phase. Vielleicht versteckt sich ja da alles. Nö, nö, nö. Schade. Flüchtige Chemikalie. Flüchtige Chemikalie. Hier gibt es nämlich noch ein Kristallfragment. Miek. Ach ja, das waren ja die Dinger, genau. Das waren ja... Die vier Engel. Guck mal, da ist der D-D-Duke. Haha, so sieht man sich wieder. D-Duke, was machen sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Die Mitrescu? Die Mitrescu. Gelaudi, sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, wir können auch... So verkaufen haben wir noch nicht, ne? Ja doch, wir haben jetzt, äh... Ein Kristall und das Weinglas. Okay. Guck mal, es gibt drei fünf. Und zwei, es gibt fünfeinhalb. Also. Nicht zufrieden? Aber wieder 8400, wie folgt. Das ist ein Thera-Preis. Mhm. Geil, geil. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist eine coole Anspielung auf Resident Evil Teil 4. Und zwar findest du auch einen Verkäufer. Und der sagt das. What are you buying? What are you buying? Genau. Schön. Willkommen. Finde ich cool. Ich bin immer noch am Rätseln, ob ich mir hier diese Blaupause kaufe. Weil ich mag die Flinte. Na dann machen wir's. Ja, es kostet aber 3000. Ich find das auch wieder übertrieben. Na ja. Und dann müsstest du ja auch wieder gucken, dass du hier wieder, äh, vielleicht haben wir ja schon was dafür da. Komm, lass uns kaufen. Stranger. Stranger. So, lass mal gucken. Schießpulver, rostige, röstige und flüssige, flüssige Chemikalien. Guck mal, da kann ich sogar ein paar herstellen. Und nochmal. Na ja. Und nochmal. Nice. Ich liebe die Flinte. Ich dachte, das warst du gerade. Das fand ich gerade, Alter. Das war er hier. Ich bin mal kurz eingelassen, oder was? Und ich dachte gerade so, es kommt von dir. So, ooooh. Nee. Ausnahmsweise mag ich's nicht. Okay. Benni, was ist der Plan? Wo gehen wir jetzt hin? Äh, wir speichern. Ja. Und beenden für heute. Okay. Alles klar, Benni. Also dadurch, dass du ja die Demo The Castle gezockt hast, äh, dazu wird nochmal oben was aufploppen gleich. Und, ähm, wie geht's weiter? Was, was ist unser Plan jetzt? Ja, also, äh, klar, wir haben ja Castle gespielt, ähm, da waren wir hier auch in dem Duke, haben wir ja ein paar Sachen gekauft, und zwar gehen wir jetzt hier oben hin, weil wir hinten haben wir eigentlich schon alles erkundet, was zu erkunden ist. Und jetzt, äh, diese Vorhalle sieht so geil aus, muss ich sagen, also, das ist so ein, ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein gigantisches Kirchenschiff sieht das aus. Ja, das heißt, man hört den Duke immer noch schnarchen, oder? Ja, der kann anscheinend sehr laut schnarchen. Der schnarcht laut. Oh, Patron. Ja, Munition, Munition ist immer gut. Ach, ganz schön. Wirklich, den hört man ja bis hier hinten hin, ist die Tür nicht zugegangen, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob die Tür ist. Guter Akustik hier im Haus. Da ist ja keine Tür. Doch, da ist die Tür. Oder? Doch, klar, natürlich, bist ja gerade durch die Tür gekommen. Ja, doch. Aber die ist auch zu. Wie können wir die denn noch hören? Ja, es gibt ja diese, diese Flüster, Flüsterbauten, ne, wo man an einem Ende flüstern kann und am völlig anderen Ende des Saals hört man das. Hier wird es genauso sein. Eine Tasse, eine Tasse, mhm. Ja. Mit Lipinstift. Ich würde sagen, das ist wohl von Lady Dimitrescu. Können wir damit irgendwas machen, außer uns angucken? Ne. So. Immer erst mal alles kaputt machen, weißt du, ne? Ich bin hier der Zerstörer. Das sind einfach destruktive Charaktere. Warte mal, guck dir mal kurz das Bild an, wann es... Ja, da hangen... Alter. Da hingen ein paar Leichen. Schön, das ist doch einfach mal mobile Kunst, irgendwie, die man in den Geschmack voll trifft. Wunderbar. Das ist schon eine Punktbatze, ne? Irgendwie kann man nicht anders sagen. Ach du, ich würde mich hier auch wohlfühlen, aber nur wenn ich eine Putzfrau hätte. Sag ich ganz ehrlich. Ich wollte es gerade sagen, mach die Hütte mal sauber, Alter. Ah. Hm. Wunderbar. Au, ja. Kannst du in dem... Oh, warte mal, was leuchtet denn da? Haltet alle Auge. Dann habe ich jetzt, äh, letztes Mal in der Demo hatte ich da nicht hingeguckt. Ja, ich weiß ganz genau, wo du in der Demo hingeguckt hast. Da müssen wir nicht drüber sprechen, Manny. Ich glaube, da hat so ziemlich jeder hingeguckt. Also, das ist doch aber auch komplett beabsichtigt, oder? Vom, vom Charakterdesign. Ja. Also, was denken die sich dabei? Ja, ist ja, das ist ja... Ja, haut mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, irgendwie, dass Lady Dimitrescu sehr, sehr, sehr starke Frontalattribute vorweisen kann. Äh, ist das nützlich oder nicht für den Charakter? Bringt's was, bringt's nichts? Oder ist das einfach nur cool? Oder auch nicht? Würde mich mal interessieren, eure Meinung. Haut's rein in die Kommentare. Unser Kommentar kennt er schon. Ich find's cool. Äh, we're simple man. So, was kann man da? Das kann ja nicht verwendet werden. Ich würd gerne wissen, was man... Ja, was man hier reinfüllt. Ah, für eine besondere, was? Für eine besondere mit Blumen verzierte Flasche. Okay, jetzt müssen wir auch eine Flasche finden, oder was? Guck. Was haben wir hier? Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Als Ziner Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren. um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonderes, reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verliehen sie den Namen Sanguis Birginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, ich würde sagen, da haben wir unsere Antwort. Das muss da wohl rein. Ja, schade, dass die Flasche nicht hier irgendwo rumsteht. In welchen Späti finden wir die denn jetzt? Meinst du, wie finden die hier drinnen? Ja, aber stimmt, bestimmt nicht. Apropos Späti, grüße ich ihn hier erstmal raus an Ahmed. Falls du das siehst, grüße. So, da vorne haben wir noch eine Vase. Aber vielleicht hat sich ja hier irgendwo wieder was versteckt, so wie in dem Bilderrahmen hier oben. Ja, das kann sein, ja. Also das Schloss lädt ja förmlich dazu ein, ne? Irgendwie so viel glänzender Schnickschnack hier und da. Ich will ja nicht wissen, du kannst dir auch mal die Kronleuchte angucken. Vielleicht ist das so prunkig und so glitternd. Vielleicht versteckt sich da auf irgendwas. Könnte man die Kronleuchte auch abschießen? Nein. Wo das war? Also, war jetzt eine Theorie. Power. Wenn ich Entwickler bin und ein Arsch wäre, würde ich da so eine Ziegel hoch verstecken. Oh, das wäre richtig fies. Das wäre bitter, wa? Ey, da suchst du dich ja auch wieder dumm und dämlich, wenn du dann wieder erstmal unten die ganze Zeit dieses Geklacker hörst, wo du denkst dir, von wo kommt das? Ja, vor allem du, also das Klackern, ne? Das, das... Ah, ja. Oh, ja, da kann ich mich noch aus der Demo dran erinnern jetzt hier. Jetzt. Oh, und die Blut. So. Aus der Demo wissen wir jetzt, wenn wir da durchgehen, geht's gleich ab. Ich bin am überlegen. Oh, hier kann nur insgesamt maximal fünf? Oh. Die Kapazität werden wir nachher noch erhöhen können, irgendwie. Ach so, jetzt kommt ja hier Daniela oder eine von den Trusen hier, oder? Ja, ja, eine von den Schwestern, eine von den Töchtern. Das kennen wir noch. Wie genau ist das ekelhaft, Alter. Ach, noch mehr, noch mehr. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschletzt. Ich pestle dich. Schlitz dich auf. Oh Gott, die kann sich teleportieren. Das wollte ich mich letztes Mal schon ausprobieren. gar lebendig verspeist werden. Gar nicht. Das habe ich hier auch schon gehört. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Das ist ja schön für dich. Wie war es hier? Können wir, können wir, können wir sie irgendwie zurückdrängen, schlagen? Also, können wir sie, können wir sie vernichten? Das ist ein Punkt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ich, rein den Zweck. Wir sind also gezwungen, diesen Weg zu gehen. Die haben gar keine andere Möglichkeit. Ja, vor allen Dingen, was ich witzig finde, ist, dass sie ja hier nicht runterkommt anscheinend. Obwohl sie sich ja hier mit ihren Schmetterlingen, na gut, setzt sie mit Schmetterlingen gesetzt. Oh, geil, ey, weil fette, widerliche Schmeißfliegen waren das, ey, Schmetterlinge. Ja, auch so ist ein einzigartiger Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling. Gucken wir mal, was haben wir hier wieder? Am 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf. Betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Am 20. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit zwei Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adele, einer der Dienstmärkte, hat irgendetwas falsch gemacht. Und die Kontess Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die... Herr Hauser. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Kontess haben sich beim Abendbrot beschwert. So heiß sei es. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschaut. Alle drei. Ich sollte das Fenster zu machen. Jetzt habe ich Angst. In den Keller bringen. Mal wegsperren. Weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Tja. Ja, eine geile Kiste. Das ist Arbeitgeber. Die kennen wir alle. Das hatte ich auch schon mal. Messer ins Gesicht. Klar. Einfach mal. Oh. Wie kann. Es gab sie nicht. Vielleicht finden wir ja hier die Flasche. Ah, guck mal. Sie hat die Flasche in der Hand. Sie hat es in der Hand. Schau mal. Guck. Ah. wo sie quasi ihren Jungfrauentropfen aus dem Weinkerleih holt. Ich muss sagen Munition finde ich jetzt nicht verkehrt so viel zu finden. Ja. Oh, was? Liegt da Küken? Täubchen? Täubchenküken? Das ist ja ekehaft. Können wir hier hinterher? Lieber nicht. Also man muss auch ganz klar sagen, wenn ich eine Frau wäre, die fünf Meter groß ist, warum hat... Was? Ja, das war ich, weil ich an der Tür nochmal vorbeigerannt bin. Achso, warum baut ihr sich nicht größere Türen? Ja. Also geh mal davon aus, dass alle in ihrer Familie alle so eine Latschen waren. Oder ist sie jetzt nur da so eine Brienne von Tarte irgendwie geworden? Was war das? Pistolen? Pistolen Munition? Pistolen Munition. Aber die Leute, die aufmerksam die Demo gesehen haben, können ahnen, was demnächst passieren wird. Warum wir so viel Pistolen Munition finden. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das jetzt hier direkt hinkriege. Da mal an. Und das finde ich halt auch immer so geil. So diese tricky Heimtüren irgendwie in Resident Evil. Ja, egal, ob es jetzt so... So ein... Oh, 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 der Feelgood-Keller. Ach, das war ja genau... Der Hobbykeller. Ja, das habe ich so ein bisschen verdrängt. Ja, egal, ob es jetzt, sag mal, das Klavier-Rätsel ist, wodurch sich eine Tür öffnet. Ich sage nur, die Moonlight-Sonata. Oder irgendwie so ein Licht- und Schatten-Rätsel irgendwie zum abgedrehten Haus in Louisiana. Oder die hier, ne? Zwei Fackeln anmachen und dann nicht die Tür auf. Ah, ja. Also, hier scheint Spaß im Vordergrund zu stehen im Keller. Ach, du Scheiße. Da klebt überall getrocknete Blut dran. Na, Gott sei Dank ist das Blut. Obwohl dafür noch recht sauber aussah, ne? Ja, also der Eimer da drunter auf jeden Fall. Aber die Eimer generell anscheinend. Hier, guck mal. Ja, alles wird auf Sauberkeit wertgelegt. Ja, die Stühle... Ja, weiß ich nicht, ob die jetzt so einladend sind zum Hinsetzen? Übrigens, so fühlen sich die Stühle an, wenn man einfach mal so eine 3-Stunden-Aufnahme-Session macht. Ist Modell-Fuck hier. Oh, warte mal, da steht was links an der Tür. Was? An der Wand, mein ich. Huch! Help me, Brotter. Help me. Oh. Ja, mit eigenem Blut geschrieben. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das? Ja, genau. Zellentüren, die sich wieder von selber öffnen. Ja, das ist dein Ding, wa? Und die Türen, die fangen da hin auf und zu gehen. Oh. Hm, da liegt noch so ein Hirsepams irgendwie. Brotter als Brotscheibe. Die wieder zu. Schöne, gammelige Brotscheibe. Ah, da war randvoll das Ding. Boah, ho, 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 ho. Gehen wir mal weiter? Gehen wir mal weiter? Gehen wir mal weiter? Ja, aber, also ich sag mal so, jetzt die Zellengestaltung von den Entwicklern. Ist ein bisschen Copy und Paste, wa? Irgendwie. So, ja, also, ja. Gut. Gehen wir mal weiter. Also anscheinend hat sich hier der Zangen Schmied, also generell der Schmied viel verdient irgendwie. Mal ganz viele Zangen hier hergestellt hat. Aber dann da so eine, so eine, so eine Chromschalen, weißt du, so Edelstahlschalen, so, weißt du? Das ist wie aus dem Krankenhaus, die Dinger. Und ich denke, das, also das, finde, finde, was hier nicht passt. Ah. So, ich habe noch was zum Lesen. Bestanden. Marina, Miahela, Luis und Ingrid. Abgelehnt. Vindora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Das sind alles Frauen. Ja. Hier ist einfach Frauenquote groß geschrieben. Ach du Scheiße. Und schön schwarz und gammelig schon irgendwie. Das ist ja mal, wie sieht es hier aus? Und überall der Schnorrer da, da ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Was? Ja? Hallo? Ist da wer? Ach du Schande. Da sind noch mehr. Ah, das ist aber auch okay. Was machen die da auf dem Schloss? Einfach, da wird einfach nur gefoltert. War einfach nur aus... Oh, reiner... ...adistischer Gier raus. Ah, vielleicht... Marina, gesunden Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Als übertrieben aufgeweckt. Wo are these people? Wo Luis ist halt auch? Ja, Luis? Ist es der einzige Mann nennen? Oder könnte Luis auch ein... Oh, Mann. Das war Luis. Scheiße. Wir sind hier nicht alleine. Was ist denn das? Weiß auch nicht. Der Kerkerkninch, der Kerkermeister? Was? Oh, was ist das? Wolf? Nee. Schöne Headshots. Schön. Das ist Luis. Nein, Alter. Ey, wie viel hält der aus? Oh, krass. Das waren jetzt 5 Headshots, ne? Okay, warte mal. Vielleicht sollten wir dann doch auf die... Auf die wechsel? Oh, sauber. Okay, also dann nehme ich doch lieber die. Hallo? Hast du das da? So. Und wenn wir dann hier schon? Hier, ja, hier waren wir vorhin gerade eben schon. Er hat ja noch Fächer. Oh, die Luke. Oh Gott. Die Luke. Oh, das gibt ja... What? Oh, oh. Oh, jeder lieber raus, Alter. Ja, ich will. Ich will. Sagst du aus. Ich will. Was sind sie? Da, 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 da. Alter, ne Axt. Ne fette Axt. Ja, der muss ja erstmal hier durchkommen. Hallo? Obwohl, nee, das ist eine schlechte Idee. So ein Vampir-Diener oder irgendwas, oder? Okay, der ist nicht One-Shot, schade. Ach, du Scheiße. So, warte mal. Wir wechseln mal ganz kurz aufs Measure. Ich will mal ganz kurz hier noch die Kiste aufmachen. Dann ist auch noch eine Kiste. Die hat was fallen lassen. What? What? Umdrehen. What? Der ist hinter mir. Wo kommt er denn her? Oh. Oh. Der letzte Schuss war umsonst. Egal. What? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Okay, nee. Die, die... Guck mal, die, die... Die, äh... Wie sagt man denn? Die Tarnossen sind so weg, irgendwie. Die werden so weggesnippt. Oh, eine Rohrbombe. Aha. Schau mal an. Eine Rohrbombe ist natürlich... Na, da ist doch die nächste Gruppe gleich mal Mode, wa? Würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Oh, 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 rechts, rechts. Warte, 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 warte. Ich muss ganz kurz zurückgehen. Ach, da ist er. Da ist aber nur einer. Da wäre mir die Rohrbombe wie Metamine so schade. Ein bisschen so schade. Ja, komm her, hier. Kannst du die Fässer kaputt machen? Nee, schade. Das Krasse ist, dadurch, dass die sich so schlingernd bewegen, irgendwie, äh... Das ist halt... Dämenweise recht schwer, wirklich einen sauberen Headshot anzusetzen, ne? Ja, das stimmt. Ah, Ingrids Halskette. Das war Ingrid. Scheiße. Das ist Ingrid gewesen. Na, hör mal. Da ist ja noch einer. Das ist nichts. Da... Oh, warte mal, da geht's ja. Der ist irgendwo rausgekrabbelt. Aber hier könnte sich die Rohrbombe schon wieder lohnen. Ja, komm mal, Alter. Oh, Benni, war nicht. Das war zu früh. Nein. Schade. Obwohl. Oder? Ah, ja, schade. Aber vielleicht haben sie ein bisschen... Ja, ich glaube, die haben so ein Schild damage abgekriegt davon. Also. Oh. Puh. Rostige Reste und ein paar Lies. Erstmal nach. Ich dachte, da steht noch einer. Aber, äh, krass. Wo kam der rausgekrochen? Irgendwie, da kam ja quasi aus dem Nichts gekrochen hier vorne aus dem Pfeiler. Also, irgendwie scheint hier noch... Also. Ah, was ist die Teile? Was ist die Reste? Also, hier können sie ja rauskriechen, glaube ich. Ja. Ey, hier ist doch noch irgendwo Action, oder? Hallo, da ist noch eine Kiste. Höh, äh, äh. Stopp. Aber man muss sagen, die Schwerter sind jut poliert. Das soll ich mal wissen. Oh, schönen Treffer, schönen Treffer, Benni. Der war nice. Ja, wäre vielleicht auch eine Taktik. Äh, eine mit der Schrot und danach einen Headshot. Weil dann sprachst du dir eine Schrotflinte wieder. Schrotflinte ist ja eher Mangelware. Da hast du recht. Ich persönlich bin ja immer so ein, so ein großer Fan der Schrotflinte. Aber ich denke mir immer so, irgendwie, wir haben bis jetzt noch nichts stärker als die Schrotflinte für den Boss, äh, für den nächsten Bossfight. Ja, das stimmt, äh, ich hoffe mal, äh, boah. Also, ne, also, dass hier ein Bossfight kommt, das ist unausweichlich. Ich weiß jetzt noch nicht, wann er kommt. Aber bis jetzt haben wir noch nichts besser als irgendwie. Also, ich würde tendenziell eher vielleicht sagen, Pistole. Also, ich würde es ja noch krasser, noch weiter hin und sagen, irgendwie, Pistole anschießen, bis sie fallen und dann mit dem Messer. Ah, ja, das wäre natürlich auch nochmal so. Aber, aber das ist halt, weil ich, genau, weil ich halt einfach so ein Munitionsspartyp bin, irgendwie. Da fiel ihn bei mir halt immer extrem viel Heilmittel drauf, weil, ne, dann stehen die halt auf und sind noch nicht gleich tot, die Panner. Und die Taktik hat sich auch zum Beispiel bei Resident Evil 7 nicht so bewährt, weil die Mole so viel eingesteckt haben, irgendwie, mit dem Messer. Da dachte ich so, Alter, ist doch jetzt nicht euer Scheiß. Kassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Lass mich in Ruhe. Was? Ja, das war jetzt, äh, Kassandra war anscheinend die, äh, schon wehs. Ah! Oh, flieh, Benni, flieh! Wie möchtest du sterben? Immer noch? Gar nicht. Oh, schau und finde, sauer. Ich, tödö, tödö. Gluckstest. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Oh! Wie? Deine Kugeln können mir nichts an. Oh, okay. Ah, Licht, ne? Du dreckige Missgeburt! Dienst Licht, Dienst Licht! Ich fühle keinen Schmerz. Äh, warte, 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 warte. Und schieß die Fenster ein, oder irgendwas? Ich versuche ja gerade ... Geh auf! Ähm ... Ne, ich wollte ... Ja. Lass mich in Ruhe! Ich kann die Fenster nicht kaputt machen, weil die sind schooool kaputt! Oh, schamloser Kerl! Ja, lass mich mal... Pass ich mal bei dem Fenster da zu bleiben! Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern! Dafür wirst du bösen! Du Bastard! Hände runter! Juck mich doch! Okay, warte mal! Nicht so! Doch, genau so! Lass doch mal mehr ans Fenster reinkommen! Oh nein, das war schlecht! Ich hab vergessen zu blocken! Ah, jawoll! Nice, Benny! Das war gut! Das war echt gut! Oh! Kristallener Torso! Kristallener Torso! Okay, haben wir jetzt eine der Schwestern schon getötet? Also! So würde ich es jetzt verstehen! Oh Gott! Oh! Hm! Ach, schön! Ach, die Vorratskammer, die Fleischkammer! Hm! Hm! Das sieht ja alles noch halbwegs vernünftig aus, aber trotzdem, ich würde kein bisschen davon nehmen! Oh Gott! Ich hoffe, dass das Schwein ist! Ich hoffe, ach du Scheiße! Und noch mehr Gewurstel! Willkommen bei Tönnies! Hm! Oh, schönen Salami! Komm! Lass uns doch so ein Salami Nuchaco machen! Was hab ich hier? Schon wieder wurde einer in den Keller geschickt! Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet! Jeder weiß, was einen da unten erwartet! Man kommt nie wieder raus! Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern! Ich war, ich war nach ihr sehen! Sie war nur Haut und Knochen und hatte einen, einem Rattenkadaver genagt! Ich vermute, ich bin die Nächste! Ja, krass, dann waren nicht alle die Folterten, die uns da unten nicht hingekommen sind, wa? Das ist übel! Oh! Ah, schau mal! Schau! Ja, dann nehmen wir die doch mal mit! Das ist doch unser Blut! Oh! 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 Ja, lecker! Ja, kann man machen! Rostige Reste! Oh, was hängt? Nee, Hunde? Oder was ist das? Was ist das für Hunde? Was machen die denn da? Warum machen die denn so? Oh Gott! Flinten-Munition! 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 Flinten-Munition können wir mal ein bisschen nachladen! Na gut! Ein Schuss war jetzt... Okay, aber scheinbar sind, sind, also ist, war Tageslicht oder war jetzt einfach der Wind, der ingekommen ist, oder? Na, ich würde jetzt wirklich sagen, wie du schon sagtest, hier mit Tageslicht, dass sie da mit Probleme hat, weil, wir können auch mal kurz zurückgehen, weil so sicher fühle ich mich jetzt! Das ist Tageslicht, ja! Ja! Okay, deswegen ist die auch angeschrien worden, weil so ein bisschen ein Fenster eröffnet hat, ne? Da sind ja alle gleich ausgeklippt, ne? Stimmt! Okay! Das heißt also, Fenster wichtig für uns, zum Überleben! Und wir haben immer noch keinen Dietrich! Der Dietrich! Der Dietrich, ne? Können wir den jetzt? Ein Köfferchen? Oh, was ist das? Rückstoßkompensator! Uh! Für die Lemie! Warte mal, können wir den jetzt hier einfach... Ja! Wie? Teil ausrüsten! Lasse! Und schon verlängerter Lauf! Bam! Ach, du kannst die nur mit zwei Dingern ausstatten! Guck mal hier! Der drunter! Ah! Okay! 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 Du kannst die Attachments quasi einbringen! Kann man die auch wieder demontieren? Würde das gehen? Äh! Wollen wir es jetzt rausgehen? Ganz gerade! Ich glaube es ist speziell! Ausrüsten? Ne! Spezial? Sönd mal! Okay! Ja! Ausrüsten! Untersuchung! Dann ist das auch! Dann wäre ja vielleicht nochmal irgendwie ein verlängertes Magazin! Ganz gut für das Ding, ne? Ah, das stimmt! Weil weniger Reload! Mehr Firetime! Mal schauen! Was wir so finden für die Dynamie! Na! Der gucken wir mal! Mal gucken ja auch was wir beim... Siehste! Hätten wir eigentlich beim Duke so und so ein Dietrich kaufen können? Ne! Glaube nicht! Der hat... Also! Sah nichts nach einem Dietrich da aus! Irgendwie! Ansonsten hätten wir sofort ein Dietrich gekauft! Äh! Ah! Ja! Lass uns doch einfach nur drüber reden! Hahaha! So! Bitte lasst ihn jetzt nicht danach kaputt sein! Ach! Daran hab ich gar nicht gedacht! Siehst du? Ich hab den jetzt einfach... Genutcht! Hm! Guck mal, ob du noch Team Dietrich hast! Ah! Nein! Was ist das für ein... Ich verstehe... Also das Prinzip verstehe ich nicht! Irgendwie! Es ist... Es macht keinen Sinn! So ein Scheiß Dietrich ist danach nicht gleich kaputt! Alter! Selbst bei Fallout haben die Dinger länger erhalten! Oder bei Skyrim! Äh! Wo sind wir? Ja! Ich glaube, das ist immer eine grundsätzlich gute Taktik in einem Raum zu sein, erstmal die Fernseher zu bringen! Erstmal so ein bisschen Sicherheit! Genau! Ich wollte gerade sagen, das ist mir jetzt... Das ist mir wichtig! Äh! Ja! Es ist schön... Feine... Lungenrache! Okay! Das... Dimitrescu Art! Aufschließen! Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ja! Wir sind hier am Haupt... ...Happenhaus! Ah! Ah! Okay! Ja! Dann lass uns doch mal schnell die Flasche einsetzen! Ja! Das ist da! Da sehe ich mich! Flasche einsetzen! Außer es kommt jetzt hier eine Überraschung! Das wäre jetzt nicht so schön! Bitte nicht! Leute, drückt die Daumen! Das wäre natürlich mit keiner anderen Flasche gegangen! Okay! Der geheime im Weinkeller! Wohlgemerkt! Oh! Oh! Eine Kiste! Ich würde mich jetzt so ärgern, wenn ich dafür einen Dietrich brauche! Bitte nicht! Okay! Oh! Ein Schlüssel! Hofschlüssel! Na ja! Da wo wir gerade waren! Es sind ja auch immer hochdramatisch, wenn du halt so eine Story-Items oft nimmst! Also daaa! Die kannst du nur! Warte mal! Die gehen mal ganz kurz zu Duke! Alles klar! Komm dann lass uns zu Duke! Richtig! Gucken wir mal auf ein paar Basen kaputt machen! Schönes was finden hier! Also das geht nicht kaputt! Ein bisschen Angst habe ich schon! Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern! Schön! Was? Oh! Du möchtest etwas kaufen? Was hat er denn? Wir verkaufen erstmal hier! Wir kriegen 14.000! Das ist ordentlich! Das finde ich gut! So, bestätigen! Das sollte reichen! Was hat er denn Neues im Angebot? Ich habe neue Waren für dich besorgt! Wie wärs? Ausverkauft! Ausverkauft! Okay! Ich habe einen größeren Koffer! Ja gut! Das ist das Magazin! Siehst du das Magazin da? Mit Eliminen! Erweitertes Magazin! Da können wir mal drüber nachdenken! Also ich sag mal so! Würden wir bei der Pistole Magazin Größe erhöhen und uns ein erweiterte Magazin kaufen, wären wir bei 13.000! Ja! Ne? Und könnten! Wenn wir wollen! Sogar noch bei der Shutgun! Die Magazin Größe kaufen! Hier! Du hast mich überzeugt! Mhm! Jetzt gehen wir hier noch auf die hier! Aha! Jawoll! So! Jetzt haben wir noch 3.000! Den Rest würde ich jetzt einfach mal sparen! Holy Boy! Ich liebe es! Hals und Beinbruch! Ich finde es so cool, dass sie halt so sich eben nicht nur auf Resident Evil beziehen, sondern halt auch auf Teile wie Teil 4! Das ist einfach der Hammer! So! Denn auf zum Hof! Auf zum Hof! Soll ich dich um? Wow! Wow! Was? Wie? Was? Nein! Ein Fenster! Ein Fenster! Äh! 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 Lass mich in Ruhe! Ich laufe! Oh! Dieser Durst! Oh! Dieser Durst! Den werde ich jetzt mit dir nicht stellen! Die kann ich alle nicht kaputt machen! Shit! Meine Kehle ist so trocken! Nicht dabei! Nicht dabei! Nicht dabei! Nicht dabei! Nicht dabei! Hier gibt es auch kein Fenster! Wo ist sie hin? Kommt vielleicht die Treppe hoch? Gleich! Dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen länger! Okay! Versuch irgendwie zu der Tür zu kommen, die zum Hof raus geht! Weil da waren Fenster die... Oh Mann! Du bist alle! Äh! Du kannst mich mal! power! Schön gelöst! Schön geklärt diensituation! Wenn die schön... Rääh! Nur wenn anscheinend diese Motten, die sie da hat, weg sind, habe ich sie anscheinend abgehängt. Kann man sie denn, kann man sie abhängen? Oder ist das jetzt geskriptet? Das kann jetzt auch natürlich geskriptet sein. Hier scheint noch irgendwie wie eine Art Tür zu sein und hier nicht, oder? Doch. Hier komme ich nicht durch. Aber irgendwas muss doch jetzt hier auszulösen sein. Hier ist noch eine Tür. Ah ok. Wir suchen ja immer noch die Schlafgemächer von Dimitrescu. Das heißt, wir müssten ihr eigentlich folgen. Ok. Ich will es aber eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Letzte, was man will. Ok, 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 ok. Wollen wir das hier kaputt machen? Jawohl. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Wollen wir das hier auch kaputt machen? Aber auch gleich bis oben alle kaputt gemacht. Alles. Wird der Glaser Spaß haben. Ja. Der Wahnsinn ist das zerstörbar. Ja, ja, die habe ich gesehen. Ich will... Ich will... Ich will... Nö, nur gerade so für mich mal gesagt. Ich wollte nur nicht mit dem Rücken erstmal da zu ihr hin. Man weiß ja nie, aber steht sie hinter mir. Alter, guckt euch doch mal diesen Prunk da an. Ja, das ist alles mit Blattgold veredelte Zeug, ey. Das ist... Wahnsinn. Ja. Wie bei dem russischen Zahn, ey. Wahnsinn. Also, mir persönlich ein bisschen too much irgendwie. Ja, das ist wirklich... Ich bin jetzt nicht Harald Glöckler. Was? Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ja, nix. Nix. Komm ich nicht hier. Wie schlimmer ist, was man mit deinen Fenstern vorleihen. Hahaha. Ja, das ist äh... Das ist die Frage, wo ist sie? Ist sie jetzt da? Oder ist sie hier? Okay, hier komme ich nicht rein? Nee. Lass mal kurz einen Blick auf die Karte. Siehst du, wie die... Wie die Aufhängung ist? Äh... Also hier, da, da, da... Hier gibt es noch eine Tür. Und da. Wollen wir vielleicht erstmal komplett rumlaufen? Wollen wir reingehen in eine untere Tür? Und hier kommen wir eh wahrscheinlich nicht rein. Richtig. Also hier können wir schon mal gegenlaufen. So. Das passiert nix. Oh, ne Karte. Karte des Schlosses. Yeah. Wird jetzt damit alles aufgedeckt? Oh ja. Das gefällt mir. Badehaus. Aha. Und da haben auch Lady Dimitrescos gemächt, ja? Da wollen wir ja eigentlich hin. So. Also ich gehe davon aus, wir müssen wahrscheinlich ins Badehaus. Oder irgendwie hier auf die Terrasse. Damit wir dann nachher hier irgendwie... Ach, keine Ahnung. Schau mal. Naja, es war ja in der Maiden-Demo, ne? Konnte man, glaube ich, diesen Teil irgendwie begehen, den wir aber selber nicht gespielt haben. Weil Maiden war nur halt für die PS5. Was aber auch nicht schlimm ist irgendwie, weil, ich sage mal so, man will auch nicht zu viel von dem Spiel im Vorfeld haben. Sie haben zwei Demos rausgedroppt irgendwie und das reicht eigentlich auch. Ja, damit sind übrigens alle Demo-Parts, die wir gespielt haben, die wir selber gespielt haben, die sind jetzt schon lange, lange weg. Also jetzt ist wirklich komplett für uns Blythe. Richtig. Genau. Das ist auch für uns jetzt Neuland. Okay. Ab in die Gemächer der 5-Meter-Frau. Ich bin mal gespannt, was wir dort zu finden gedenken. Nee, in die Gemächer kommen wir leider nicht. Wir müssen erstmal nur ins Badezimmer. Und? Oh, nee, bitte nicht da so ein Blutsee. Hallo. Attent. Oh, es sind wirklich Blut, die ich mal kurz ran. Hä? Ja. Oh. A bloodbite. Oh. Okay, ich gehe wieder raus. Okay, komm. Na? Die Frauen sind blind für die am wahrsten der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Sobald der Wein fließen möge. Okay. Alles klar. Können wir mit den Figuren interagieren? Können wir da was machen? Nee. Aber wenn es heißt, die Frauen sind blind, soll ich die wohl... Die hat ja geschlossene Augen, oder? Die hat ja geschlossene Augen. Also die Frauen sind blind für die Avancen. Männer. Na, okay. Die holen jetzt ihre... Oh, stopp, stopp, stopp. Schau mal. Da konnte man untersuchen. Na, Statue drehen. Achso, weiter kann ich nicht drehen? Ich kann... Gibt nur die zwei Positionen, oder was? Warte mal kurz. Ja, es gibt nur die zwei Positionen, okay. Also dann dreh ich den erstmal mal so hin. Wenn das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. Ich denke, sie muss man drehen, ne? Damit sie halt gar nicht... Gar nicht drauf achtet, was sie machen. Ja, okay. Achso, dann muss ich die wieder dahin biegen. Weil die bieten ja ihre Früchte an. Ja, es hört sich falsch an, aber da steht's doch, oder? Hier. Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihre Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. So, die muss ich wahrscheinlich dann auch nochmal wegdrehen. So zu ihr hin. Und ihn? Das kann natürlich sein, dass du doch die Leute mit den Trauben zu ihnen drehen musst. War vielleicht doch ganz richtig, dass du die am Anfang gedreht hast, Benny. Achso, die hier? Jetzt habe ich aber alle einmal gedreht. Das kann ja auch nicht sein, oder? Das kann ja auch nicht sein, oder? Warum nicht? Nochmal kurz lesen. Lesen, verinnerlichen und nochmal gucke. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Gut. Das heißt, die Frauen müssen eigentlich weggedreht sein von den Männern. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihre Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Ja, dann wäre doch aber... Warte mal. So, sie guckt woanders hin. Ich hätte mir aber gedacht, dass das so wäre. Also, ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre jetzt so richtig, weil sie guckt jetzt woanders hin, sie lässt den Wein fließen und sie überreichen ihrem Herrn, wenn jetzt das der Herr ist, die Früchte ihre Arbeit. Ja, man könnte jetzt noch sagen, man dreht nochmal die Arme, also quasi die mit der Weinflasche, nochmal zu der Frau, dreht den Reiter Richtung sie. So, weil alle Herren schauen zu den Frauen. So, den Reiter dann nochmal. Vielleicht einfach beide nochmal Richtung Frau drehen. Oh ja, das war richtig. Also, die Frauen sind blind, die gucken sich gegenseitig an. Genau, die Armen überreichen ihm das. Alter, wer baut denn sowas unter seine Wanne? Warum? Wieso? Gott. Okay. Ah, sind wir jetzt wieder in dem Keller? Nein, wir sind wieder im Keller. Nein. Komm, wir tun's. Let's do it. Let's do it. Or America. Oh, wir müssen jetzt wirklich durch, durch, durch Knietiefe Blut warten. Ach du Scheiße. Ja. Oh nein. Ah, da, 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 da. Was? Hier wurden aber so ein oder andere Wannen eingelassen, möchtet man meinen. Ja, und wir haben hier auch leider kein Fenster. Warum bewegen sie sich? Oh. Was? Da bewegt sich was. Ah. Warum kann ich? Ach Gott. Oh, okay. Alles klar. Weil die im Wasser liegen? Nicht sein Ernst, oder? Hallo? Ah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Ich bin reagiert. Es war mehr, äh, ja. Ein Reflex. Genau. Oh. Und wo? Wo ist er? Äh, das Wasser steckt. Oh. Oh. Oder? Stehen wir in Kontrolle. Kontrolle kriegen. Doch nicht. Das war der Schreck. Da kommt keiner. Jetzt nochmal ihr zwei. Ne, mach den mit Pistole. Der hat schon ordentlich Damage gekriegt. Schauber. Schauber. Schön gemacht bei Nase. Good work. Ja, hab ich ja gedacht, dass das Wasser hochgeht. So, als ob das, äh... Ja. Steigt. Aber jetzt steigt nicht. Was haben wir da? Pistolen-Munition haben wir nochmal. Wunderbar. Ja. Ja, das hat schon ein krasses Setting. Übelste Atmosphäre hier. Mit dem Blut, das ist schon... Das ist schon wirklich makaber. So, okay. Von hier sind wir gekommen. Dann ging's los. Bei irgendwo hatten wir doch noch ne Kiste. Da ist noch ne Kiste. Mit ihr fliehende Munition, ey. Oh Gott. Gott. Fürchterlich, ey. Einfach fürchterlich. So, von hier sind wir gekommen. Ach, was soll hier noch? Hier konnte man das Regal einfach bloß rüber drehen, okay? Ah, okay. Ich würde dann nochmal ganz kurz hier gucken, ob's... Hä, gab's jetzt hier mehrere Wege? Ne, ach so, hier bin ich auch... Ach so, okay. Das vorne war halt quasi ein Rund. Wunderbar schön durch die hängenden Leichen durch, ey. Und da nochmal ein bisschen Feuerholz, Alter. Gibt's eigentlich? Wo war denn das? Wirklich? Ich verlegt, ob man die... Ob man die so ablooten kann, oder was? Jaja, das war doch auch bei irgendeinem Game. Warte, aber wo hatten wir denn das? Wo du... Stimmt, hier, äh... The Forest. The Forest, richtig. Wo war denn, ja. Oh, Taschen um, Taschen um. Shit, Alter. Guck, ob ich nicht Messer kann. Guck, ob ich nicht Messer kann. Okay, Messer interessiert dir eher so'n Scheiß. Ich probier's trotzdem mal. Äh... Falsche Taste. Das war jetzt nicht gewollt. Ah! Fuck. Oh, der hat's nicht gesessen gerade. Sehr gut. vom Messer. Da könnte man jetzt nur überlegen, ob man dann das Messer nimmt, quasi mit dem Stech und dann jeweils so nach hinten geht. Aber wenn die eben halt so wanken... Das ist schwierig, weil du bewegst dich halt immer an einen sehr gefährlichen Radius rein. Ja, stimmt. Ich würde sich ein Messer vielleicht wirklich nur benutzen, irgendwie sobald die halt wirklich auch in die Knie gehen. Äh? Wo bist du denn? Ja, ja, ja. Oh, okay. Slippidi. 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 Nein! Oh, auf jeden Fall Heilung. Nicht, aber schon mich angeheilt. Alles gut. Hello Boys! Ich krieg die Sonne eine ab. Und als nächstes gibt's die Pistole. Nice boys. Ah, liegen die da einfach rum, Alter. Die Pistole ja nicht. Mich würde auch mal interessieren, ob eventuell das Zeug, was sie halt fallen lassen, irgendwann verschwindet, ne? Ob die halt auch so einen Time-Count haben. Ich hoffe nicht. Naja, aber zum Beispiel bei Teil 4 war's so, ne? Irgendwie. Echt? Oh, Schießpulver noch. Da ist dann das Zeug einfach, was sie gedroppt haben, ist dann irgendwann despawned, oder was? Ja, einfach so nach vielleicht einer Minute oder so. Ohne jetzt irgendwie was scheißig zu sagen. Aber, ja, gefühlt würde ich sagen, so eine Minute und zwei und dann war's weg. Okay. Kann ich ja mal mit was ausprobieren, was, äh, nicht so wertvoll ist. Wobei, nö. Schnitt hier wird, dir rafft hier, wird alles, ja. Snippe di, snippe di. Snack. Propeck. Weht doch. Interessant wäre ja auch mal irgendwie, wenn du den Knieschüsse gibst, ob die sich davon, weißt du, ob die, ob die dann anfangen zu strugglen. Na, also so langsam wie die sich bewegen, könnte ich das mal ausprobieren, hast du recht. Da drücke ich doch mal hier, in der Hoffnung, dass der Fahrstuhl hoch geht. Okay, oh nice. Ah, Tageslicht ist immer gut. Tageslicht ist immer gut. Ich hätte jetzt fast auf F wieder gedrückt. Fänzchen. Schade. Ah, Moment mal. Ich glaube, das ist auch eine Sequenz, die man aus dem Trailer kennt, die jetzt kommen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt kommt. Okay. Aber es gab im Trailer eine Sequenz, wie ich schon gerade sagte, wo Ethan, also halt die Spielfigur, vor dem Fenster steht. Und Lady Dimitrescu sitzt am Spiegel und schminkt sich oder telefoniert, macht irgendetwas. Und die Community war ein bisschen in den Spalten darüber, ob Ethan in dem Moment, wo sie in den Spiegel schaut, gesehen wird von ihr oder nicht. Mich würde es mal sehr interessieren. Ich kenne die halt nur aus einem sehr schnellen, harten Cut, wie ihr sagt, aus dem Trailer. Und es ist die Szene. Mich würde es interessieren, wirklich, was ihr jetzt darüber denkt. Irgendwie haut es mal unten in die Kommentare. Werden wir gesehen oder nicht? Wo müssen wir denn hin? Ich denke, wir müssen hier über die Wand rüber, oder? Oh, nee. Guck mal. Wir können hier rein und wir können hier rüber. Vielleicht gehen wir erst mal kurz hier rein. Okay. Das klingelt zumindest nicht. Guck mal hier. Oh, schöne Bärenfelle. Schöner Bärenschakrug. Ah, guck mal, Speicherort. Wollen wir mal speichern kurz? Ja, warte. Oh, was? 1000 Lai. Ich sammle noch ein bisschen was ein. So. Und die Tür ist zu. Aber wir kommen noch hier, oder? Weiß ich nicht. Ja, wir kommen wieder raus. Alles Gumm. Okay. Na, dann schauen wir doch mal, was da jetzt passiert. Nja, nja. Mutter Miranda. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist. Und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen. Wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich. Ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie. Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen. Alter. Skurril, war diese Riesenfrau? Das ist so skurril. Warum? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Also komm, wir machen einfach mal eine Riesenfrau. Ich verstehe die Beweggründe, die Designgründe nicht. Ich meine, es hat ja seine Wirkung. Und vielleicht sollte auch einfach nur auf Wirkung hinauslaufen. Oder vielleicht ist irgendwie eine Null verrutscht. Weißt du, das ist ein Versehling. Und die ist auf einmal so riesig gewesen. Und die haben gesagt, komm, wir lassen mal. Hallo? Das ist ein Schminktisch. Muss aber auch jetzt mal von Anna W. schmeißen, wa? Äh, voll Ding. Also. Also, ne? Er wird jetzt nicht vollgold sein, aber halt so vergoldet. Und da ist selbst noch kein Pressspan. Alter, die Schuhgröße. Ja, 205. Oh, was ist das? Eine Wege. Wo bist du? Okay. Äh, Lerose war anscheinend hier. Schauen wir mal an. Mutter rief von Lusig. Entscheidend, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch soll ein Familientreffen. Geburten meine Geschwister werden. Allein bei dem Gedanken von mir Speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischengegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstöckelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter. Ewiges Leben. Dann muss ich doch was Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Schau mal, also ist das Schloss also nicht schon seit Anbeginn in Dimitrescu-Hände? Aber da wurde doch irgendwie, ihr sagt irgendwie, die Dimitrescus haben doch hier ihre eigene, ihren eigenen Wein überlaut. Genau. Oder? Das war ja vorhin unten im Weinverlies. Oder hier im Weinkeller. Weinroom, Entschuldigung. Aber implizierte denn nicht irgendwie, dass ihre Vorfahren, die Dimitrescus, in dem Schloss schon waren? Dem Sünde. Ping! Oder hey, vielleicht bin ich einfach nur so doof, das zu raffen. Ja, wie geht es jetzt hier weiter? Also wir können ja mal auf die Karte gucken. So, wir haben jetzt hier Terrasse, wie ich vermutet hatte, hier lang. Und ja. Händen wir vielleicht irgendwie einen Schlüssel für die Tür in dem Raum? Vielleicht sollten wir uns nochmal kurz in dem Raum umsehen. Irgendwas an den Wänden, irgendwie geheim... Hey, dicke Look. Sauber. Geheimgänge. Aber nee. Dann nehmen wir doch mal hier den Schlüssel. Ähm. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen sie von... Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus. Dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen. Was fällt dir ein? Ruhe dich gut aus. Denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Ach, du Scheiße, ey. Mach doch. Du kannst mich mal. Genau. Das denke ich mir jetzt auch. Ja, ja. Na, pass auf. Irgendwie. Ich habe nämlich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt irgendwie, dass die Dimitrescu so eine Art Nemesis-Charakter ist. Okay. Ach so. Das heißt, die wird uns die ganze Zeit jagen. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt irgendwie, aber... Alter, durch wie viele Etagen hat ihr uns bitte durchgeklatscht. Ja, das war mal ein und der Buddy-Slam, Alter. Okay. Also, ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht. Aber wenn wir diese Musik-Anhöre dazu... Ja, ich meine, hier rein kommt es ja erstmal nicht. Das ist ja viel zu groß dafür. Genau. Die Frage ist nur, wie lange können wir hier drin bleiben? So. Jetzt kommt mir doch... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir doch bekannt vor, aber... Wo ist denn ein Korb drin? Was ist denn da mit hier? Gerzen! Wieder Gummistiefel hier. Guck mal, oh, schöne Gummistiefel. Gummistiefel liegen auch wirklich, wirklich sehr inflationär da rum in dem Spiel. Ja, das stimmt. Es ist ja jetzt überall, wo ich hingucke, sehe ich Gummistiefel. Über ein Gummistiefel. Okay. Okay, kann man die Dinger anzünden? Sie sehen so aus wie... Also, wisst du? Meinst du, ja, ja. Also, wieso, wieso, ja. Oder sind die einfach nur dazu da, damit man die umgehen kann? Jetzt, ihr fällt mir nicht, das Areal, Benny. Ich glaube, mir passiert irgendwas. Ich weiß auch noch nicht, was ich daraus machen soll. Was soll. Ich weiß, was mit dieser Information umzugehen kannst. Okay, da geht es nicht weiter. Hier gibt es noch eine Kiste. Hier ist noch was. Chemikalien. Oh, schön. Werder sagt Gold. Da sage ich nicht, nee. So, gab es denn hier noch was? Bin ich hier irgendwie... Nee, bin ich auch durch. Okay, dann gucken wir mal weiter. Im Prinzip ist ja eigentlich unser Ziel, rauszukommen. Was ist denn jetzt? Nein. Hallo. Ist jetzt, äh, ja, Feuer frei? Oder was, was ist so, was machen wir mal? Ich habe keine Ahnung, ich kann keine Waffe wählen. Dann nehmen wir unsere Hand. Ja, nehmen wir unsere Hand mit. Oh, ho, 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 ho. Wow. Oh, Ivan, wie eine Sau. Ach, jetzt muss ich hier hide and seek spielen mit ihr, oder was? Vergeulich ist meine Zeit hier. Okay, hier. Hier bin ich. Hier, hier auf der Seite. Ja, danke. Auf Wiedergesehen. Nice, nice, nice. Ah! Okay. Oh, denke ich mir jetzt auch gerade. Hallo, hello, hello, m'lady. Genau, du bist im Endeffekt. Richtig, da war auch nochmal ein Tor. Jetzt, genau. Perfekt. Du, 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 du. Oh, shit, ey. Äh. Äh, du, 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 du. Die abgetrennte Hand, die ist der Schlüssel. Okay, ich nehme hier irgendwie eine Maske. Hey, wir haben. Und die habe ich jetzt eigentlich nur aus Panik genommen. Du kannst nicht davonlaufen. Oh, scheiße. Alter, die arme Sau. Ja. Ja, genau. Hahaha. Was? Jetzt noch ein bisschen Panzertape rum und ist so gut wie neu. Was ist denn das jetzt, bitte? Das ist jetzt, ey, ist das jetzt? Links, links, links von uns, links von uns. Hinter uns jetzt, 130 Grad. Was denn? Ich höre zwar was, aber ich sehe nichts. Da kann nichts von uns gerade her. Na, guck mal. Wieder diese, diese Ghoul-ähnlichen Wesen, oder? Oder Wölfe. Ach, da seid ihr. Ja, die wieder. Oh, guck mal, du hast jetzt eine schöne Distance, irgendwie, um mal Beinschüsse zu probieren. Ah, stimmt, warte. Ah. Die bleiben nicht nach unten, irgendwie. Aber, äh, Beintreffer sind auch sehr erfolgreich. Jetzt aber, jetzt mal ohne, ohne Quatsch. Wie findet ihr das irgendwie? Ja, das ist komplett abgetrennt. Irgendwie, er, er hält sich einfach, einfach ran. Und darfst du nicht vergessen, er hat vorher desinfiziert. Ne, also er hat, ne, schön. Und dann hat er sie erst wieder rangehalten. Also, da, witzig, ehrlich gesagt nicht, was ich davon jetzt halten soll, irgendwie. Oder, wer ist, oder ist Ethan ja nicht Ethan? Vielleicht ist er auch ein Monster. Haben wir uns vielleicht, ja doch, stimmt, vielleicht haben wir uns auch mit diesem Pilz angesteckt. Sag mal, kommen wir jetzt hier andauernd diese Viecher? Meinst du, die kommen random? Also, einfach so, 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 Unlimited Waves, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, das ist jetzt, ich meine, die sind jetzt nicht schwer, aber irgendwann... Wir sind jetzt, wie gesagt, die sind jetzt zum Glück nicht so... Oh, eine Karte, geradezu, eine Karte. Lerikartee, Karte des Schlosses, neben dem Gebäude. Wollen wir mal hier reingucken. Ja, Konzertsaal, auch wie schön. Sag doch mal selber, was hältst du jetzt davon? Also, du wirst doch nicht mit dem, mit dem Arm. Mit, mit seiner Hand? Ja, da habe ich gar keine Theorie. Das ist völlig, also, weiß ich nicht, für mich völlig random. Da kann ich nichts zu sagen. Also, das ist irgendwie... Aber das muss doch irgendwas bedeuten. Also, Intel 7, okay, da haben sie so überbrückt mit Kapsa, die wir angetackert und jetzt... Oh je, Smila, wart ja auch schon ganz schön Hanebüchen da, irgendwie. Aber das, also, das muss doch irgendwas zu sagen. Ja, aber dann, also... Ja, ich kann mir wirklich nicht nur vorstellen, dass wir eben halt auch irgendwelche... Na, mir egal. Äh, die ja krank sind oder, oder selbst irgendwie, ja, ob wir, ich glaube nicht, dass wir irgendwie Heilkräfte haben oder so einen ganzen Kram. Und ich sage ganz ehrlich, diese, diese, diese Tuben, die wir uns über die Handfläche da gießen, Das würde jetzt nicht unbedingt, äh, der Zaubertrank, äh, für alles sein. Eigentlich nicht, aber vielleicht ist ja... Ich meine, Mia hat auch in Teil 7 ordentlich eingesteckt. Das stimmt. Und weil die von der Pilz infiziert war. Vielleicht sind wir das, oh, vielleicht wissen wir das nur nicht, irgendwie. Okay, aber bevor wir jetzt da reingehen. Gucken wir uns nochmal hier, der ganze... Und der Lippenstift der Herren ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Okay. Das ist Dunk von Blut Rot. Das gibt's nicht überall. Aber um, um, um. Wenn du mal nach oben schaust, da hat sie nicht. Ja, warte, ich will nur ganz kurz mal die Fenster erst mal aufmachen für die... Gute Entscheidung, gute Entscheidung, Benni. Da. Stimmt. Jetzt, überall sind jetzt diese Ghule unterwegs, ne? Diese... Ich mein, wir haben ja jetzt ja auch den Auftrag, wir sollen ja eigentlich ganz schnell das Schloss verlassen. Ich will mir jetzt aber erst mal noch ein paar Sachen ansehen. Können wir hier irgendwie das lesen? Nee, ne? Weiß nicht, kann das drehen? Untersuchen? Untersuchen können wir es. Ein Tag nach der Behandlung, die drei Mädchen bewegten sich nicht mehr. Sie wirkten fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Drei Tage nach der Behandlung, alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als sie ein Fenster öffnete, fielen ein Paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint, sie erstaunen zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage nach der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig. Die entfernten menschlichen Gestalten erinnern. Jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen, ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass. Und die Lippen herum werden sie tief rot. Sechs Tage nach der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körperzeug verwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns. Wie Mutter und Tochter. Ich habe bereits Namen für sie. Daniela, Daniela und Kassandra. Ah, okay, alles klar. Also ist es ja nicht der Tagessicht, sondern es war die Kälte. Ja, denn es ist wirklich die Kälte. Dann macht er mal auf das Brett. Achso, hast du das schon, ne? Hab ich ja schon. Hast du ja schon mal Fenster aufgemacht. Hast du schon einmal gelüftet. Guck mal da hinten. Da hinten. Stimmt. Ich muss mal hier nachladen. Da ist einer. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Wo ist einer? Oh, ja stimmt. Da hinten. Oh, guck mal. Schön. Schöner Flügel. Unten ist wieder was zum Lesen. So. Du darfst eins aussuchen, ob wir links oder rechts gehen. Warte. Werf eine Münze. Okay. Links. Links. Na gut. Dann. Links it is. Hallo. Ist aber auch ein schwerer An... Ich würde auch gerne sowas hier mitnehmen. Na, na. Oh, hinter uns. Achso, nee, das ist immer... Jedes Mal falle ich auf diesen... auf diesen Thanos, äh, äh, Trick hier rein. Kugel, Blumen und Schwerter. Schön. Ist das jetzt so eine Kugel hier für das Rätsel? Bei dem Duke? Richtig, bei Duke. Genau. Okay, interessant. Hallo. Was ist denn hier los? Die sind schon unheimlich, ne? Also, das Game-Design ist echt toll gemacht, finde ich. Dass die, dass die, dass die schön langsam sind. Also, die Wehrwürfe machen mir irgendwie mehr Probleme. Achso, jetzt ist sie auch noch umgefallen. Weil die Wehrwürfe sind irgendwie zu schnell. Also, die sind recht schnell nah bei dir dran. Und die hier sind ziemlich, ja, easy going. Also, easy in Anführungsstrichen. Ja, was ich bei denen halt, äh, dennoch nicht zu verachten finde, ist halt diese, diese schlenkernde Bewegung irgendwie. Also, du kannst halt nicht ruhige Headshots ansetzen, weil der Kopf immer in Bewegung ist. Der ist nie, also, der ist nie starr. Wir sind langsam, im Gegensatz zu den Wehrwürfen, da hast du recht. Aber nicht zu unterschätzen, den Gegner fände ich persönlich. So, wollen wir zuerst lesen oder wollen wir zuerst spielen? Ich würde sagen, wir lesen erstmal, denn müssen wir vielleicht Wattwa lesen sollen. Äh, Wattwa spielen sollen. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 Zentimeter. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen. Wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und objektiv in ihren Alten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone. Um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Das übrigens, liebe Freunde, nennt sich Mimikrie. Klugscheiß-Effekt. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadieu-Ei, äh, wenn, wenn ein Kadieu-Eier, das ist ein Kadieu-Eier. In seinem Wirt liegt. Okay. Wir reagieren empfindlich auf plötzliche Temperatursturze. Wenn die Temperatur unter 10 Grad Celsius, reduzieren sich ihr Stoppwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihre Körper versteifen sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärchen-Tierchen, bei Bär-Tierchen oder Poly-Ide-Lum. Ach du Scheiße. Van der Planky vergleichen. Das sind, das sind, das sind ja toll. Ich finde auch, dass Benni wieder lesen sollte. Nee. Also wenn ich sowas hier lese wie Kryptobiose bei Bär-Tierchen oder Poly-P-Di-Li-P-Di-Li-P-Di-Li-U-M. Der ist auch noch falsch geschrieben. Van der Planky vergleichen. Oh Gott, was? Nee. Ja, das ist willkommen beim Legastheniker-Vorlesen hier. In Resident Evil Village. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für eine Sonate spielen. Ja. Jetzt, als ob ich Noten lesen könnte. Als ob ich das kann. So. Ja, das ist ein schöner 6-8-Mail-Takt. Das kann ich dir schon mal sagen. Na gut, dann hau ich jetzt mal einen raus und sage, wir fangen, das, die erste ist ein C. Das ist schon ein C? Die erste Note ist ein C. Okay. Das wird sogar angezeigt. Das ist ein G. Das da? Nee, warte mal. Doch, oder? Ist das ein G? Das ist ein G. Eins, 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 noch weiter nach links? Genau. Ach, das musst du schnell machen? Musst du das so machen? Äh, warte. Hm. Oder müssen wir das... Ach so, es ist ein höheres C. Ah, okay. Jetzt, ich, okay. Okay, dann müssen wir hier hin. Dann wieder... Das ist ein A. Richtig. Dann... Dahin. Dahin. Äh, da... Nein! Nein! Dahin! Dann... Dahin. Dann, dahin. Dann... Oh, es war einer zu hoch. Schau, noch einer zu hoch. Zum Glück ist es wirklich für, für, für Bescheuerte für mich. Warum, warum bin ich hier jetzt weggegangen? Jetzt, oder welche Ton? Sehr gut, Penny. Oho. Schlüssel. Schmiede eines anderen an den Schlössen. Ah, schau mal. Ja. Hast du das da kanntest? Ja, das... Ja, das Symbol. Nice. Sehr viele Türen lassen sich damit öffnen. Wollen wir denn jetzt, äh, äh, alle mit dem Mitrescu, äh, Symbol schon geöffnet? Äh, warte, wir können nochmal auf der Karte gucken. Ah, schau mal, da ist noch eine Tür. Halle der Verzückung und Waffenkammer. Waffenkammer finde ich schon mal sehr geil. Da sollten wir einen Abstecher hinmachen. Was ist denn hier eine Waffenkammer? Ach, da. Oh, ja. Das ist aber eine zweite Etage, äh, erste Etage, genau. Ja, hier fällt mir beendet. Halle der Verzückung klingt gut. Aber obwohl, für Vampire, äh, mehr wehs, mehr wehs, was uns da erwartet. Denn, äh, wollen wir erstmal zum Duke? Zum Duke? Ja, können wir eigentlich machen. Hier könnten wir ja auch schon, wir haben ja auch schon ein Gesicht, was wir einsetzen können. Stimmt, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt das eine mit... Maske der Trauer. Äh, ja, warte, warte, warte. Maske passt nicht. Ich würde die mir gerne nochmal angucken vorher. Maske passt nicht. Da passt sie, okay. Ja, aber ich wollte mich eigentlich gucken, von wegen, wie viele Zeichen da hinten dran sind. Okay, gehen wir erstmal zum Duke. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Ganz gut, ganz gut. Ich, äh, war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Wenn er uns den Hinweis gibt... Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Oh, schön. Wir haben was Neues, was wir kaufen können. Wenn er uns jetzt aber den Hinweis gibt, so von wegen, mit außerhalb des Schlosses? Hm. Hier bin ich am überlegen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diese Kugel da einführen. Ich würde sagen, lassen Sie es uns herausfinden. Okay. Kugel, Blume und Schwert. Eine Metallkugel, die mit einer Blume und zwei Schwertern verziert ist. Eine Murmelbahn. Egal. Äh, 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 ich muss das neigen? Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Nach links drehen. Ah, okay. Ach, krass. Wait, 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 wait. Nein, 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 nein. Das ist ja bitter, Alter, das ist ja bitter. Bleib mal da. Ja, bleib mal, bleib mal ruhig da. So. Und volle Kanne, gib ihm! Nee, das war jetzt falsch. Okay. Ich dachte nicht, dass die so hoch gehen. Kannst du die nochmal drehen in das Schloss? So kann ich das drehen. Ja, warte mal. Ich kann es ja mal so probieren. Ich kann ja versuchen, das so auszubalancieren. Ich nehme die Schnäpp. Ich nehme die Schnäpp. Ich nehme die Schnäpp. Das hast du fantastisch gemacht, Benni. Oh nein. War das nicht richtig? Ich dachte, da muss das rein. Im Hof sind Löcher. Ja, aber ich dachte, da muss das rein. Nee, es muss in den Turm, wo das Licht an ist. In der Mitte. Da ist ein Turm mit Licht in der Mitte. Siehst du? Also ich denke mal, dass es da hin muss. So, beruhigt euch. Andere Seite. Ach, da rein. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Snippity snap, snippity snap. So, jetzt beruhigen wir uns mal. Bleibt ruhig da. Ne, ne. Das paddelt sich schon aus hier. Das konnte ich als Kind eigentlich recht gut. So, jetzt ist die große Frage. Ah, ich brauche einen anderen Winkel. Oh, geil, ne? Ja, aber ich kann das nicht drehen. Oh, sehe ich das? Ich sehe nichts mehr. Ey, es ist... Es ist schon gemein, ey. So ist fies. Aber es ist da, sehe ich auch gleich. Ja, genau. Oh, schön. Jetzt hart links. Super. Warte, warte, warte. Ich muss mal ganz kurz. Oh, Benni. Nice. Gut gemacht. Oh. Ha, Konfetti. Oh, was haben wir jetzt bekommen da unten? Oh. Was ist das denn? Oh. Oh, roter Schädel. Was ist denn mit ihm verführt? Was ist los? Können wir das jetzt verkaufen? Oder was? Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Was? Ne, 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 ne. Das war jetzt ein Klick zu viel. Ich werde hier. Achttausend. Achttausend. Okay. Warum nicht? Warum? Also die Geräusche, die der Duke macht. Die sind schon echt eklig. Klotzen statt kleckern. Ha, 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 ha. Das sehe ich auch so. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. So. Wir wollten uns jetzt, warte mal, wir machen uns ganz kurz einen Plan. Und der Plan ist, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Ja, wir wollten ja hoch. Also. Ins erste OG. Ja. Dann kommen wir ja quasi hier oben. Richtig. Und dann unten reingehen. Neben dem Ankleidezimmer in den Flur. Tschö. Und nochmal den Schlüssel benutzen. Genau da. Für die Halle der Verzückung. Und die Waffenkammer. Okay. Gut. Dann machen wir das. Auf geht's. Sei mein Spielgefährte. Ja, ja. Beruhig dich. Wir können später spielen. Das ist ein fetter Peter Griffin hinter dir her. Na, na guck mal. Schön, schön, schön. Vier. Die vier Dinger sind das jetzt. Guck mal hier. Deswegen. Alter. Weißkeit. Das Tor zu. Okay. Was? Ey, okay, okay. Wir müssen also die Maske wieder zurück. Ja, ne, will ich aber gar nicht. Wir gehen einfach mal hier weiter. Warte, warte, warte. War doch was in dem Raum zu finden? Ja. Ring. A silver ring. A silver ring. Silver ring. Silver ring. So. Das ist so fies, ne? Irgendwie. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Adapterstecker oder so. In dem Raum. Mich würde es jetzt mal interessieren, wenn ich jetzt das Ding jetzt hier wieder einspiele. Dann geht das wieder auf, ja. Na, weißt du, kannst du dich noch dran erinnern? Bei Resident Evil mit der Shotgun? Ja. Gleich im Prinzip, ne? Vielleicht müssen wir auch irgendwas, äh, obwohl, ja, Sachen herstellen geht ja nicht. Obwohl, doch. Wir können ja Sachen herstellen. Aber du wärst schon, du wärst schon abgedreht, irgendwie. Brauch mal so einen Stecker. Oh, gut, die Waffenkammer. Ah. War nüchternd. Aber mal gucken. Noch haben wir uns nicht umgesehen komplett. Flinten sind immer gut. Ich war besorgt, meine Schwestern hängen nicht bereit. Ach, was hat der echt die Fuck, Alter. Oh, sie schlagt dir doch ein. Achso. Oh, ich hab hier gerade Framedops. Das ist toll. Warte mal kurz. Hier kann ich nicht. Mann. Loch springen. Ich muss mir mal ganz kurz... Falsche Taste. Heil. Bereit. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, finden wir den Sprengstoff? Schau dich mal nochmal kurz um. Ja. Jawoll, Alter. Warte an, Benni. Hute... Doch, die Bombe. Und der hat sich gesaugert. Du hast die Jagd, verdarben. Die hab ich gar nicht. Er kommt da her. Ey, ich hab doch geblockt. Ich hab geblockt. Der hat den Körper. Ja, ja. Und, weiter. Wie hast du mich genannt? Ja. Ist okay. Nein. Ich wollte doch drücken. Sieht doch noch. Sieht mal hart aus. Komm nachher, komm nachher, komm nachher. Nee, nee. Nee, nee. Lockt es. Lockt es wie Beckham. Nein. Doch. Mach mich nicht wütend. Doch, doch. Ist ja doch kein böses Kätzchen. Jetzt gehst du zu weit. Ja, okay. Beim Hülerspruch, ich kipp den Zug. Nein, unmöglich. Warum? Stich. Stich. Nee, nee, nee. Ich lass dich nicht gehen. Du gehörst mir. Nur mir. Ja, da kann ich nur sagen, let it go. Let it go. Na, 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 na. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Möchtest du die untersuchen? Ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen weiter erhofft? Ist noch was. Ist noch was. Aber noch nicht fertig gemacht. Da ist noch was zu finden. Okay, warte. Dann gehen wir noch mal kurz zurück. Hm. Hm. Ja, vielleicht lässt sich erst mal her irgendwas noch machen. Weiß. Vielleicht noch hinter den Bildern. Könnte man da vielleicht noch mal. Sind die Bilder interaktiv? Nee, leider nicht. Dass man die irgendwie wieder abhängen können oder, oder versetzen können. Aber nix, nix ist dabei. Äh, ja. Okay. Ähm. Da ist doch wer, oder? Ach, ne, das sind die Blumen. Okay. Wollte grad sagen. In die Blumen. So, lele. Hier kommen wir ja nicht durch, ne. Ist ja von der anderen Seite Verschlüße. So, hier haben wir die Tür geöffnet. Da hatten wir ein bisschen Munition, ey. Das war die Halle der Kriege. Genau. Also hier ist ja auch die Folterkammer. Warte mal. Achso, ja, wegen der Tür. Okay. Wollte mich grad sagen, ne. Genau, und hier müssen wir nämlich dann da hinten durch, wo die ganzen Zellen sind. Und dann... Barsch steht wieder. Ach, da ist uns ja die Dings entgegengekommen. Stimmt. Die, ähm... Eine, die wir jetzt eventuell schon getötet haben. Hoffe ich mal. Stimmt. So, jetzt sind wir hier an den Zellen vorbei. Hier hoch. Und da ist die Tür. Nein. Nicht hören, was ist mir egal. Ist mir egal. Den Schlüssel brauchen wir. Oh. Hi. Hallo, Boys. Tschüss, Boys. Ach komm. Für euch, für euch gibt's mal ein bisschen... Gebe ich gerne mal ein bisschen Munition aus. Nein, hast du. Oh. Würde jetzt aber mehr aus. Gefällt mir jetzt noch nicht so ganz. Ja, das ist halt immer so unbefriedigend. Wollen wir sie nicht gleich nach dem ersten Mal fallen irgendwie, ne? Wo man denkt so, Alter, ey. So, hier brauche ich wahrscheinlich wieder Lebäbchen. Okay, ich glaube, das war's noch nicht. Nö, nö. Außen. Okay. Aber hier muss ich wahrscheinlich hier... Oh. Oh. Oh, der war nicht gut. Oh. Das wäre auch geil. Snap. Ja. So, ich gehe mal von aus. Rein von der Logik her, muss ich den Dings, das Dingssitz hier anzünden. Oh, schon wieder einer da? Hat nicht geklappt das? Ja, einer war noch, glaube ich, da. Mann, ey. Chemikalien. So, also. Theorie ist natürlich, hier, ne, wieder anzünden. Hat nicht geklappt. Kann ich den hier bewegen? Oh, hier liegt noch was. Hier liegt auch noch was. Du kriegst dreifach, ne, mit dir so. Ja, eigentlich hinschieben, oder? Also, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen dolleren Push geben. Ah, jetzt. Okay. Damit zünden wir dann den hier wieder an. Komm her, hier. Okay, jetzt vielleicht nicht so lang, sondern so. Dann hälte ich mal aus. Jawoll. So, jetzt ist nämlich hier die Falle. Oh. Mann. Ich bin wieder trigger-happy. Äh, und weiter. Ah, okay. Öffnen. Hä? Äh. Blaues Auge. Ich wüsste jetzt nicht mal ansatzweise, wo du zu benutzen wär. Keine Ahnung. Blue Eyes. Okay. Okay. Warte mal. Hast du eine Idee? Warte mal. Wir haben doch... Ein Silberring? Ja. You see? Nee, ich weiß zwar nicht, warum wir den jetzt da haben sollten. Ich würde jetzt einfach mal gucken, kann ich... Wo ist denn der zu? Warum haben wir auf einmal Dietrich? Ich glaube, der lag gerade hinter der zerstörten Tür. Hinter der zerstörten Wand. Da war doch irgendein Kasten, der kaputt war. Ein Silberring mit einem blauen, pupillenförmigen Schmuckstein. Sehr wertvoll. Achso. Ich dachte, ich hätte ihn nicht... Achso, das haben wir nur zum Verkaufen. Okay. Schau, das ist also kein Key-Alter. Nee, ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, dass er vielleicht uns so Special-Kräfte gibt, weißt du? Man muss ja hier bei Resident Evil anscheinend auf alles so ein bisschen mitbedenken. Ja. Okay, Benni, was ist der Plan? Wo wollen wir jetzt hingehen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Also Ehrengemach haben wir durch, aber wir haben irgendwas hier, ist anscheinend noch nicht komplett hier. Und das Schlimme ist, den Weg, den ich kennen würde, zurück, der ist anscheinend verschlossen. Nee, doch nicht. Ich bin nur falsch gelaufen. Okay. Das ist die Frasier. Aber wir haben doch noch mehr mit diesem Schloss gesehen. Ja, das ist alles noch draußen. Im Dorf haben wir noch voll viele Sachen. War das auch das Schloss? Ja. Also dieses Symbol für das Schloss? Ja, okay. Also bei der Kirche, wo wir waren, kurz vor dem hohen Gras, da haben wir es einmal. Dann, wo wir den Mann getroffen haben, der uns die Pistole überreicht hat, da haben wir auf jeden Fall noch einmal, wo ich schon gesagt hatte, von wegen, ey, guck mal, das Haus sieht irgendwie völlig grotter aus, aber das Schloss niegelnagelneu, so nach dem Motto, das ist genau das gleiche Ding. Also wir haben noch ein paar Türen mit diesen Dingern. Aber direkt im Schloss jetzt? Im Schloss selbst müssten wir... Da könnten wir noch den Dietrich benutzen. Ja, das ist richtig. Dann könnten wir noch eh mal das Ding einnehmen. Aber es fehlt noch so. Wir müssen ja sowieso noch zwei mindestens finden, weil ich gehe jetzt mal von aus, dass das hier der Ausgang ist für uns. Dass wir hier irgendwie raus müssen. Da sind wir auch in die Kommen. Nee. Wir sind hier hinten reingekommen. Wir sind hier. Stimmt, wir sind unten reingekommen. Richtig. Über den Wagen auffahren. Über die Wagen auffahren zu verliehen. Genau. Richtig. Genau. Weil ich glaube eher, dass wir wahrscheinlich denn hier raus müssen, um denn gegebenenfalls, keine Ahnung, was hier hinten ist. Aber was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch was im Keller? So Weinkeller. Da, 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 da. Das ärgert mich irgendwie, dass wir hier noch Sachen haben, die wir noch nicht gefunden haben. Ich weiß auch nicht, ob die beiden Räume zusammengehören und deswegen zusammenrot erscheinen. So, Dietrich Innenhof, Speisezimmer, weiß ich auch noch nicht, was wir hier vergessen könnten oder was wir da irgendwie vergessen haben. Hier ist noch der Aufzug, glaube ich. Also das ist jetzt so meine Theorie mit dem Aufzug. Alle der Verzückung, da waren wir vorhin. Hier oben haben wir noch den ganzen Kram. Da haben wir auch noch den Konzertsaal. Da haben wir noch den Dietrich. Und hier, ich weiß nicht, ob... Also haben wir überhaupt probiert, da drüben hinzukommen? Ne, ne? Ich glaube es gar nicht. Wir haben es gar nicht probiert. Also ich würde sonst dann nochmal, jetzt erstmal hier unten nochmal schmulen. Ob wir jetzt, weil hier unten haben wir ja noch genau den Bereich. Von da sind wir gekommen. Da war eigentlich alles okay. So, das heißt, wir müssten ja normalerweise jetzt hier noch irgendeine Kleinigkeit haben. Die wir nicht gefunden haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil hier war ja das vorhin auch gewesen mit der einen Tochter. Die hat uns ja straight hier rausgejagt. Ja, genau. Dadurch konnten wir ja gar nicht in Ruhe gucken. Richtig, da ist natürlich immer die Gefahr recht hoch, dass man halt Dinge übersieht. Weil man halt einfach gehetzt wird. Genau. Genau, guck mal, hier ist noch was. So, jetzt bin ich auch gespannt. Das war es auch. Genau. Gut, dann könnten wir jetzt nochmal erstmal nach oben. Wir könnten jetzt die Statue, eine davon, einsetzen. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich hier? Genau, hier haben wir auch schon alles gecleared. Genau, hier hatten wir ja genau. So, wo sind wir hier? Hier haben wir auch alles gecleared, okay. Was? Ja, die sind von draußen aus dem Buch zu werden, ne? Achso, das war ja, das... Hier könnte man jetzt noch einen Dietrich benutzen, ne? Ne, den haben wir ja schon genutzt. Den haben wir schon, aber das ist richtig. Das war ja das Ding, wo wir den Dietrich da vorne gefunden hatten. Absolut, richtig. Na, sag mal, die sind sogar drin, ne? Ey. Sorry, die Scheibe wäre da jetzt. Wollte ich zwar nicht, ich wollte eigentlich das Messer wählen, aber okay. Wie kommt die jetzt wirklich hier rein, Freunde? Na, da kommen wir her. Komm her, ihr! Und hier... Im ersten Mal haben wir Ohr noch irgendwas, ne? Stimmt. Im S-Zimmer waren wir auch noch was. Ich könnte mir manchmal vorstellen, dass es diese kleinen, weißt du, diese blinkenden, äh... Die Kristallfragmen hinter mir. Genau. Da! Wieder oben zum Beispiel. Ah. Hast du... Nein. What? What? Also, ich habe ja wirklich, äh... Wer ist das? Da! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Oh, shit! So, C, einmal kurz heilen. Okay, wie sieht's aus? Kann dir die Kälte ab? Ja, eigentlich schon, ja? Die ist ja nicht ausfrieden. Ja, der, die Kälte ist der, glaube ich, völlig egal. Da drüben war das andere Ding, da waren wir schon. Oh, die, die... Das ist jetzt natürlich fies. Also, mit den Töchtern habe ich ja kein Problem. Mit ihr schon. So, dann rennen wir doch... Du kannst nur drüben rennen, ne, oder? Wo? Ich dachte, wir müssen hier rein. Ich dachte, hier und dann hier raus. Und dann, äh... Erstmal zum Duke. Ich hoffe ja, dass der Duke zu uns Safe Room ist. Wobei, wir können ja erstmal hier den... Den hier einflügen. Jetzt öffnet sich nämlich da wieder ein Lämmchen. Verfolgt sie mich? Ne, okay. Achso, wir können ja jetzt auch hier hinten den Dietrich machen. Anscheinend... Verfolgt sie mich nicht komplett. Weil hier hinten war da auch noch irgendwas mit einem... Dietrich. Okay, sie ist gleich wieder hinter mir. Musik ist schon wieder ätzend. Wo kommt sie jetzt? Okay, hier haben wir alles. Ich kann diese Steuerung... Ey, wirklich. So, Speisezimmer. Speisezimmer haben wir immer noch nicht alles. Schau mal an, ey. Innenhof... Und Empfangszimmer. Das genau, das war ja das Geschichten-Ding. Wo wollten wir denn als nächstes hin? Zum Konzertsaal wollten wir hoch, ne? Und wir wollten ja gucken wegen der Bibliothek und hier Halle der Freude und des Dingensmoments, genau. Aber wir kommen auch aus der Haupthalle hoch. Genau, also ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir die Haupthalle hochkommen. Versuchen hier reinzukommen. Genau. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Oder ob das... Okay, jetzt... Let's do it. Hallo! Schnell durch! Lass mich durch! Am Busen vorbeigedrückt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, wir müssen in Ruhe, wir müssen in Ruhe. Bisschen auf den Innenhof zurück. Wäre jetzt krass, wenn sie halt einfach von oben runtergesprungen... Äh, da hätte auf jeden Fall der Boden kaputt, ey. Fünf Meter froh, super hinlande. So, müssen wir hier... Äh, okay. Hier nicht. Wir müssen doch bestimmt hier links rein, oder? Genau, richtig. Oder? Da müssen wir rein. Ja, ja, okay. That's the right way. That's the way. So, dann können wir doch hier rein. Äh... Und hier haben wir auch noch nicht alle, ne? Ne, ne, genau. Also hier haben wir ja auch noch... Doch, hier haben wir alles. Wir haben oben noch nicht alles. Oh. Ah, ja. Oben haben wir nämlich noch den... Wahrscheinlich will ich nehmen. Na, genau. Dietrich. Äh, weil... Weil, 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 weil... Was ist hier da? Dietrich? Ach, hier. Ja, der ist kaputt. So, aber von hier aus ging's hier auch irgendwie Richtung... äh, Bibliotheka. Ah, guck mal. Da ist nämlich auch noch ein Türchen. Siehst du? Bibliotheka. What? Hä? Hä? Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Okay, warte, 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 warte. Ja, Flintenmunition. Heben wir gleich auf. Verlaufen wir jetzt mal hier im Kreis. Ne, ich wollte dich nicht sehen. Ach so. Kannst was mit den Säulen machen. Oh, wie schön. Ja, komm her. Oh, wie gemein. Nein, finde ich nicht. Nein, das ist gemein. Wie? Du kannst es einfach wieder zumachen? Okay. Das ist natürlich fies. Warum tust du das? Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm, komm. Hier bin ich. Ja, weil... Hä? Wo hast du dich denn jetzt versteckt? Was soll das werden? Ich will dich kaputt machen. Ja, das ist das Ziel. Äh, lass mich... So, warte mal, ich muss mal ganz kurz... Ne, kann ich nicht. Äh, okay, 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 okay. Lass uns Freunde bleiben. Doch. Schau mal hier. Ja. Was ist das? Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, ja, alle glücklich. So siehst du schon aus. So, warte mal. Jetzt machen wir auch nochmal sicher. Wir laden erstmal kurz nach. Wo bist du? Nein, 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 nein. Ein Traum. Nur ein Traum. Nee. Ach, verdammt. Dabei müssen wir für immer eins sein. Nee, will ich aber nicht. Ich bin schon verheiratet. Meine Frau heißt Mia. Wo bist du denn jetzt? Jetzt hast du wieder aufgemacht. Komm mal, die zu steckt sich quasi, solange die es kommt am offen ist, ne? Nee, komm her hier. Nee. Nee. Ich will nicht bestecken, iss ich. Ich will nicht sterben. Das war Nummer drei. So, diesmal auf Nummer sicher. Ach. Wenn ich Käfer satt hab. Ja. Ja. So, jetzt können wir hier ganz in Ruhe erstmal lulunken. Was? Das war jetzt auch wieder aufregend. So, so, so unerwartet vor allen Dingen, ne? So plötzlich. Vor allen Dingen musst du dir erstmal einen Kopf machen, von wegen, wo ist hier ein Fenster? Oder wie kriegst du die kalte Luft irgendwie hier rein? So. Jetzt haben wir jetzt hier schon ein paar Mal durchgelaufen. Haben wir jetzt alles wirklich eingesammelt? Wir können nochmal kurz gucken. Nee, noch nicht. Ja. Aha. Pistole Munition. Ich kann nochmal kurz auf der... Achso. Ja. Alles gecleared. So, aber hier ging es doch noch weiter, oder? Nee, warte mal. Die Biothek. Wann sind wir gekommen? Ein bisschen weiter noch. Da. So. Jetzt haben wir noch ein großes Problem. Das ist übrigens die nächste Statue. Und das ist Lady Dimitrescu. Die wird geil auf uns sehen. Ja, die wird sich das nicht gefallen lassen, irgendwie. Ach, schau mal. Und gucken mal, ob wir da das blaue Auge einsetzen können. Nee. Nö, wir können die einfach so öffnen. Äh. Ich dachte, er war jetzt gerade... Oh Gott. Ich habe gerade gedacht, da wäre eine Spiegelung. Was ist das? Gas? Ah, okay. Hier können wir noch... Setzen wir die Maske erst mal nochmal ein. So lange Gas irgendwie... Ah, jetzt... Jetzt haben wir wirklich... Oh, willkommen bei Lairs of Fear. Mit einer Glocke. Oh Gott. Kannst du dich schlagen? Ich habe Angst, wenn ich die schlage, dass sie sich gerufen fühlt. Platz dann einfach raus. So, gucken wir mal. Was gibt es denn hier Schönes? Lass die fünf Glocke nur klingen. Okay. Okay. Also muss ich ja doch irgendwie hier... Aha. So, das war Glocke Nummer eins. Jetzt müssen wir die anderen Glocken finden. Da oben ist einer. Naja. Gerade gesehen. Muss ich hier hoch rein? Hier oben ist bestimmt auch noch welche. Warte mal. Hey. Wie viel waren es? Fünf, ne? Fünf, ja. Wird doch hier bestimmt eine sein, oder? Gut. So, jetzt fehlt mir noch einer. So ist die letzte. Komm mal irgendwie in den Uhrberg rein. Vielleicht hat sich da eine versteckt irgendwo. Ja. Da schwingt sich. Du hast dir vollkommen recht. Also vollkommen recht. Was jetzt? Okay. Guck mal, erst mal haben wir jetzt... Ich kann mal jetzt dadurch den Fahrstuhl in den Betrieb nehmen. Ah. Okay, also ich... Das ist immer so krass, ne? In diesen Schlössern immer diese ganz geheimen Gänge und alles. Ah, Mann. Das einzig Gute ist, er ist ziemlich eng hier. Das heißt, die Mitrescu passieren die durch. Ja, da hast du recht. Und der Kantenmaler war wieder da. Der Kantenkleber. Also, das Leiternsteigen finde ich komisch. Willkommen Sie nach oben. Oh, ein Zieglein hören wir hier. So. Jetzt sag mir nicht... Penner, ey. Ja, klar. Ah! Okay. Ja, aber es war ein Schuss davon. Ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab ja noch mal eine Zieglein. Guck mal hier. 103, guck mal. Ja, kann ich ja... Da können wir ein bisschen... Ein bisschen was wegpratzen. Ist okay. Schatzkarte. Hmm. Okay. Wo ist denn das? Das ist die Küche. Dungeon? Kitchen? Wo ist denn da so ein Rondell dran? Kann ich hier hinten nochmal sehen? Oh. Im Serg des Adeligen. Wir haben das Ding schon gefunden. Wird voll das Erbstück, aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwie von wegen man müsse den Weg erhellen. Das ist das... Sie meinen das blaue Auge. Ach so. Okay. Also wir haben ihn schon eigentlich gefunden, ne? Schade. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schluss etwas befinden soll, das man den Deutsch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften auf allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ich glaube, damit könnten wir eventuell eine Waffe gefunden haben, mit der wir eine besagte 5 Meter große Frau eventuell... Äh... Oh, der... Ach so, schau. Der wird aufstehen. Ah komm, wir haben ja genug Munition. Klatschen wir mal raus. Nein. Nein. Bleib liegen. Da hinten lag ein Tidrich. Ein Tidrich. So, haben wir jetzt eigentlich... Äh... Nee. So, warte mal. Bestimmt gehört der Raum ohne dazu. Jaja, klar. Oh! Hallo, Freunde! Inventar ist voll. What? Wie, Inventar ist voll? Na, versuch mal ein bisschen, was zu ordnen. So, und das Messer machst du... Oder die Patronen über das Messer. Und jetzt muss das passen. Meine Fresse. Aber guck mal, drei... Drei Attackments hat das Ding. Äh... Vier Schuss. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall die Blaupause dafür kaufen können. Irgendwie. Äh... Bei Duke. Für die Patronen. So, und mit F bestätigen. Hey. Geil. Ja, steht gerade drauf. Ja, okay. Sniper. Okay. Also, wenn die auch eine ordentliche Durchschlagskraft hat, dann bin ich dafür. Aber irgendwie haben wir noch nicht alles entdeckt. Wir haben noch nicht alles gefunden, oder? Ah. Was hier wieder? Kannst du hier an den Schrank gehen, der hinter uns jetzt steht? Guck mal, Schießpulver? Na, das war schon. Wo war die Schießpulver? Der Böse. Wo sind wir hier? Wo ist die eigentlich... Achso, ich würde noch eins rum. Jetzt kommt er zu. Äh... 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 Ne, ist klar. Ja, tschüss. Okay, okay. Hier ist der Fahrstuhl. Le... Fahrstuhl. Ah, den kann ich sogar drücken. Der wird gehen. Wow. Weg da. Ja, warte mal. Wollen wir jetzt mal so? Wir haben genug Munition für die Knüpfe. Komm, komm, traurig. Traurig. Was hast du denn für ein hässliches Viech, ey? Bist du tot? Ja. Die sehen ja auf jeden Fall echt nicht geil aus. LOL. Weg. Immerhin Schritt. Wie viele gibt's denn von denen? Oh Gott, das sind mir eindeutig zu viele. Jetzt ist die Frage, komme ich hier nochmal hoch, oder? Kannst du nicht sagen. Warte mal, werfen wir einen Blick auf die Karte. Schlossdach. Also eigentlich müsstest du ja nochmal hochkommen. Ab dem Moment, wo du den Fahrstuhl hier aktiviert bekommen hast, oder? Nee, das ist ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, wir können jetzt auch nochmal, also ich kann es auch nochmal riskieren, weil wie gesagt, ich habe ja noch ordentlich Munition für die Person. Ja. Ja. Können wir uns nochmal... Oh, schön, schön, schön. Ja, ja, ja. Bist du jetzt tot, oder nicht? Er ist tot, ja. Okay, dann bräuchte ich da eigentlich noch weiter Munition draufklatschen. So, falsche, falsche Waffe. Oh, oh, die können wir auch mal ausprobieren. Wie reagiert denn hier darauf? Okay. Ach, schade. Ich hoffe, ich krieg dich dann irgendwie noch eingesammelt. Bist du auf dem Innenhof? Vielleicht. Dann gehen wir nochmal außen rum. Ja, ja. Ruhig. Tja, Penny macht jetzt erstmal schön Punktraum schießen, ja. Okay. Okay. Rotflinte, roundabout, zwei Schuss. Ach, der ist ja noch nicht tot. Oh, 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 oh. Wie sieht's denn aus, wenn ich das so noch hab? Schnibidi, schnibidi, snap! Na, nahkampf bist du nicht so, oder? Oh! Warte, warte, hab ich jetzt nicht gerechnet, warte. Ich mach die Pistolen zu. Deswegen. Vor allem, lassen die richtig gut, äh, leidigen. Ja, auf dem Fall, ja. Also nur deswegen mach ich den ganzen Scheiß gerade, weil die über tausend... äh, weiter lassen. Soll ich zahlbe einfach mal einen Doppelken? Ja, ich weiß, über mir ist noch einer. Okay, der war nicht gut. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Areal hier, ne? Gar nicht mal so klein. Irgendwo noch weiterlaufen? Ja, wir können hier hochlaufen. Oha, okay. Aha. Immer wieder die Verhälterrichtung. Ja, oben. Einer. Wir brauchen schon einen Sniper. Wir brauchen nur eine Pistole. Die nicht trifft. Blatch. Blatch. Bleibst du überliegen, oder stehst du nochmal auf? Nope. Wer hat die noch? Gibt's hier nur irgendwie? Ja, schade. Ah, ich drehe immer wieder falsch rum. Aha. Oh, ein Seilrutscher. Okay. Ja. Aha. 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 Ich gehe mal davon aus, ich hätte wahrscheinlich die, äh, Viecher jetzt eigentlich eher mit dem Sniper machen sollen. Ach, wir sind zu viel gewesen irgendwie. Wir haben noch vier Schuss. Ja, vier Schuss ist ein bisschen happig. Schauen wir hier nach oben irgendwie? Haben wir hier noch irgendwo? Ne, oben ist nichts. Ich denke nicht, dass wir jetzt alles haben, aber wir können trotzdem mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Hm. Gibt's hier oben haben wir noch nicht alles. Im Glockenturm. Du siehst es ja auch nicht so richtig. Ja. Hier noch irgendwo was? Ja, wobei, normalerweise, man muss ja auch fair sagen, also man muss ja wirklich sagen, das Spiel ist ja so fair, dass, ähm, diese Kristalle, die blitzen ja nun wirklich fies auf. Hm. Ist ja jetzt nicht so, dass... Ja, das war schon ins Auge. Genau. Wir können jetzt... Oh, hier, klar. Naja, also das ist schon... schon super fair gemacht, finde ich. Hier noch was? Nope. Aber was könnten wir denn hier bitte jetzt noch machen? Ne, vielleicht warst du schon. Schau mal kurz. Oben des Zauns. Ne. Wir können ja mal kurz rübersteppen. Okay. Ach guck mal, hier müssen wir sogar hin. Für... die Maske des Zauns. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Ah. Leider? Wo war denn noch einer? Hallo? Spielzeug? Hm. Könnte da. Schade. Den gehen wir wieder runter. Ich mein, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen auf Entdeckerkultur hier oben gehen, aber... Naja, wir könnten uns natürlich jetzt noch den ehem Kristall-Splitter holen, den wir gerade runtergeschossen hast. Ah, stimmt. Ja, das ist immer gut Kohle wert. Mann! Ich muss mal wieder wechseln auf das Ding hier. Ja, jetzt einen sehr, sehr, sehr nervösen... Bigger. Vielleicht doch. Vielleicht doch nicht? das aussehen! Video... Da müssen wir hin, glaub ich, oder? Und mal nachsetzen. Ne, noch nicht. Okay, sorry. Alles gut! Kalender Flügel... Hah ist aber auch krass. Genau, guck hier haben wir nämlich den... Aber trotzdem ist es wirklich mega groß. Ja, hier kann man natürlich sehr viele Sachen jetzt übersehen. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal wieder weiter. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Setzen die zwei Statuen ein. Gehen noch mal kurz zu, bevor wir die zwei Statuen einsetzen, würde ich noch mal zu Duke vorher gehen. Sachen verkaufen. Speichern. Gucken, was wir noch kaufen könnten. Okay. Und ja. Ja. Das machen wir jetzt. Interessant würde ich jetzt mal finden, wo der Fahrstuhl hingeht. Ob er wirklich runter geht. Von dem Punkt, den wir kennen eventuell oder halt vermuten als Fahrstuhl. Oder ob der völlig woanders hingeht jetzt. Ja, ich habe jetzt eher Angst, wenn wir jetzt wirklich dahin kommen, wo ich denke, dass wir hinkommen, dass uns gleich die Lady Dimitrescu uns auf den Fersen ist. Guck mal, da leuchtet was. Scheiße, hätte ich mal vielleicht recht drauf schraubt. Warte mal. Klug. Klug. Nice. Okay. Ja, cool. Fahrstuhl hier unten. Das ist natürlich sehr geil. Okay. Lästige Missgeburt. Lauf so schnell du bist. Sechtern nicht los. Andere Seite. Ja, ja, wir laufen mal ne Runde. Oh, das war ne beschissen Runde für mich. Lass mich in Ruhe. Schon gewusst? Ein frischer Bauch dampft wie ein heißer Teekessel. Schon gewusst? Lass mich in Ruhe. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. What? Mit deinem Ziertellerchen an der Wand, ey. Wir haben gar keine... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keine Heilung mehr. Das ist... Machen wir mal zweimal. Ich mag zweimal Heilung. Boah, 36. 36.000. Entschuldigung. Okay, wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen noch einfallen lassen, weil unser Menü ist voll. Also eigentlich müsste man den Koffer kaufen. Ja, können wir machen. Koffer kaufen. Guck mal, wir haben 36 Dinger hier. Komm, wir haben mal rein. Ein so ein Kofferchen. Gar kein Problem. Wie sieht es jetzt aus? Vor allem, wir können nur einkaufen. Jaja, genau. So, mehr geht ja anscheinend nicht. Wir könnten... Ich würde so viel... 1.000. Gehen wir nochmal rein. Und zwar da die Sniper Moon. Ne, ne Blaupause. Ich glaube, dass das auch nochmal gut investiert, das Geld, oder? Was meinst du? Ja, von mir aus. Vor allem, wir haben ja noch nicht die Sachen verkauft. Kommt hier ja... Einiges kommt da hier um... 11.000, Alter. Der Ring mit dem blauen Auge. Ja, jetzt guck dir das mal an. 33.300. Wir haben 22.000 noch. Wir haben über 55.000. Also... Ey, komm. Da können wir uns richtig was kennen. Da lass ich gerne hin. Das meiste die Leischen in den Club, Alter. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Du, das hör mal an, ey. Das ist so. Danke für deine Treue. Danke. Danke für deine Treue. Was mich jetzt noch mal interessiert... Also erstmal nehmen wir uns hier... Warte mal. Erstmal nehmen wir uns mal ganz kurz ein Medi. Erstmal nochmal schön Hände nass machen. Resinfizieren. Wichtig. Und dann wollte ich mal gucken... Was brauchen wir denn für die hier? Zweimal Schießpulver, rostige Reste und flüssig... Garmin. Können wir uns sogar herstellen. Das haben wir schon... Intensiv. Preisintensiv. Weil jetzt haben wir ja bloß noch eine Heilung, ne? Ja. Ja. Guck mal, dann gehen wir hier in den Shop und holen uns eine neue für 800. So. Erstmal... Speichern. Was ist denn für ein Klopfen? Das ist jetzt hier die Dimitrescu, die wartet vor der Tür. Oh, echt, ja? Spinti? Also ich könnte meinen Arzt drauf verwenden, wenn wir jetzt hier gleich rausgucken, dass sie uns als allererstes sagt... Hello, my friend. Oh, das ist aber finster jetzt hier mit der... Das ist ja nicht geil. Hallo? Okay, komm. Let's do it. Maske des Zorns. Maske der Freude. Aber eigentlich wäre es geil, wenn wir diesen durchfinden würden. Ach, meinst du, dass der in der Bibliothek wäre? Ich meine, wir können gerne... Das glaube ich nicht, dass der wirklich da drin ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was? Oh, die kommt auch noch hier. Was mich hier droht. Kraut? Frostige Teile? Äh. Wow, Alter. Das ist ja mal... Das ist ja mal ein Turm. Okay. Ich dachte, wir kommen... ...woanders raus. Oh, nee, ey. Sag mir nicht, dass die mir hier noch hinterher folgt. Oh, nein. Renn schnell hoch, Renn schnell hoch, Benny. Lass mich in die Ruhe. Äh... Statuen. Oh, krass. Okay, alles klar. Okay, 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 okay. Was denn? What the fuck? Ach, vielleicht ist ja hier der Teuch drin. Oh, geil. Jawoll. Geh her, das Buttermesser. Nein! Du hast alles ruiniert! Oh, 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 oh. Hau mir in das rein! Jawoll! Nein, 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 nein. Nein! Aber sie ist schon vielleicht vergiftet. ja. Scheiße. Ahh! Ja! Oh! Ah, was? Ich verstehe nicht, ich bin auch noch fahren. Alter. Ist ja mit dir verkehrt. Okay, und weiter? Kann ich hier weg? Nein, Manni! Ich kann nicht rennen. Und jetzt? Warte. Zwei Facts und nicht Sniper. Ja. Ich bin leider kein Freund von Snipern. Da bist du eher derjenige, welcher. Oh shit, ey. Ich will Snipern, ey. Geil. Oh Gott! Ich sag ja, ich ne Snipern. Oh, nice. Schöner Treffer bei dir, schöner Treffer. Ich bin der Maul. Ich bin der Maul. Das sagst du jetzt, hoffentlich. Ich seh das anders. Schön. Ich muss hier wieder weg, ganz kurz hier hin. Nein, 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 nein. Ich bin nicht im Turm. Wo bist du? Oh, da ist er. Oh, die ganzen Türme macht die Platz. Lass mich in Ruhe. Warum läuft denn der so scheiße langsam? Bin ich irgendwie verletzt? Alles. What? Oh. Ich glaube, jetzt kannst du die Schad gar nicht. Oder? Wollen wir mal gucken. Oh, oh. Ist das widerlich, das Vieh, ey. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. So, oder ob nicht? Hallo. Wo? Wir haben auch noch eine Rohrbombe, ne? Ach ja. Ja, die müsste ich aber jetzt erstmal... Der hat schön gesessen. Der hat schön gesessen. Der hat schön gesessen, Maddie. Ach, shit. Mal kurz nachladen? Nein. Gib du doch auf. Hey, der hat gesessen, komm. Der letzte war doch richtig... Boah. Ja, aber ich nicht. Räng ganz nach oben, wenn du... Räng ganz nach oben, wenn du kannst. Die Kids. Willst du nachladen? Warum kann ich denn so... ...beschissen laufen? Bin ich geschüchtern? Au. Oh, shit. Oh, shit. Versteck dich doch nicht hinter dir Flügel, Frau Leid. Oh, schöner Treffer. Schöner Treffer, ihr bis next. Er zieht dir den Rest. Geht nicht. Katzi. Es ist zu spät, du siehst deinen Ort nie wieder und dir bleibt es schmerz! Haben wir sie jetzt erledigt? Verflucht seist du! Okay, bye bye Lady Dimitris! Krass! Okay! Das war mal krass! Viel Spaß in der Hölle! Dass du überhaupt noch lebst, Junge! Der ist heftig, oder? Der ist so heftig, der Ethan! Ey, der ist doch hier! Na klar! Nenn ich mal ab heute! Super Ethan! Wo ist das? Weiß ich noch nicht! Schlüssel? Ich komm hier wohl endlich raus! Alter, krass! Reckendes Glasgefäß! Und was ist, wenn ich wieder... Also okay, ins Schloss kommen wir anscheinend doch nicht zurück! Oder vielleicht irgendwann mal! Ich, oder? Also, warum sollten wir noch? Also... Wir haben leider nicht alles... Alles nicht entdeckt! Also nicht... Also nicht komplett alles, alles! Nach Rose suchen! Was ist das denn hier? Zugbrücke? Da war mal anscheinend eine Brücke irgendwann! Und da ist er noch! Die ist nur hoch jetzt! Da scheint es auch... Warte! Oh jetzt gar nicht, ich hab einen Sniper drauf! Hier gibt's anscheinend eine Kurbel! Wo ich die anscheinend runterlassen könnte! Ich schieß doch mal drauf! Vielleicht irgendwie... Also auf diese kleine Kurbel! Was du gesehen hast! Meinst du, dass ich jetzt hier... Da auch... Oh hier! Ah, schade! Ich mein, du weißt... Nur ne Vermutung! Aber wir können ja auch... Da lang können wir ja noch... Hier? Können wir noch rein? Ja, dann würde ich mal sagen... Lass uns doch mal einen Blick hier ins Haus werfen! Vor allen Dingen, ich würde gerne noch den... Oh ja! Safe Point! Äh... Den Deutsch noch finden! Ah, ich glaube, der hat's eigentlich nichts getan! Der ist gar nicht... Verloren! Ja, oder so ne... Kurbel... Für... Hier die... Die Dinger... Gut! Jut! Haben wir noch was zum Lesen? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen! Bitte bringen sie in das Haus! Mit dem roten Schornstein! Hier durch die Höhle! Dann durch die Ruine runter ins Dorf! Aha! Ah! Der rote Schornstein! Den kennen wir doch! Den roten Schornstein kennen wir! Richtig! Schade! Jetzt kann ich... Guck mal wie beschlagen ist! Das sieht richtig geil aus! Stimmt! Heftig! Ja geil! Na ja, dann würde ich mal sagen... Äh... Ja, ist die nächste Aufgabe... Wahrscheinlich unser... Äh... Starfiger zu erreichen, ne? Genau! Na gut! Dann gehen wir jetzt erstmal hier raus! Den Speicherraten wir ja! Ähm... Ja, dann würde ich sagen... Wechseln wir mal auf die Waffe! Wechseln wir vielleicht nicht auf die Waffe! Weck! 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 Wir schlagen die Kette! Okay! Vielleicht geht es doch noch nicht zum Dorf! Äh... Mal gucken! Naja, es stand ja an dem Schreiben, ne? Wir müssen durch den Gang durch! Irgendwie da war ja die Zeichnung! Und wir kommen beim Dorf raus! Also... Oh! Stand es auf dem Zettel auf jeden Fall! Oh! Was haben wir da? Ein Fisch! Kriegt man den Messer raus? Genau! Wir können nämlich den Fisch essen! Haha! Okay! Auch ein geiles Gaming, wie es in Teil 4 war! Fisch! Oh! Hier wurde er gleich filetiert! Interessant wärmer, ob der jetzt irgendwie schlecht wird! Komm herh! Hol dir! Ich möchte es so machen! Zack! Hier war doch noch einer! Hatten Karpfen, Junge! Hier war doch noch! Da! Sag doch! Hier war noch einer! Ich wollte schon immer mal unter die Angler gehen! Ich esse übrigens keinen Fisch! Aber... Huch! Den haben wir da erwischt! Erinnert mich so ein bisschen an eine coole Geschichte, die mir mal mein Cousin erzählt hat! Und zwar war er in Norwegen! Sein Bruder besuchen! Und sind sie halt mit einem Koch rausgefahren ins Fjord irgendwie angeln! Weil der Koch hat gesagt, also... Bruder von meinem Cousin, meine andere Cousin also, und der Koch sind aus Norwegen! Die Oma, oder? Das ist die Oma! Oh ja! Das ist die Oma! Das ist die Oma! Das ist die Oma! Das ist die Oma! Im Leben wie im Tod! O Allmächtige, hört unsere Stimme! Vereint in Demut vor euch! Wir ersuchen euch! Aus den Unendlichen im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht! Ersehnen wir das erlösende Licht! Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda! Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt! Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist! Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf! Kommen Sie schon! Und keine Spur von Rose! Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät! Das Kind wird geopfert! Leben für Leben! Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby! Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen! Bitte, ich brauche keine Rätsel! Ich will nur meine Tochter! Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst! Moment mal! Das kenne ich doch! Hey! Warten Sie! Okay! Ja! Alles klar! Und da haben wir wohl die vier Kinder! Ich nenne sie mal vorsichtig die vier apokalyptischen Reiter! Oben links Haus Dimitrescu! Ja, genau das Symbol! Dann haben wir Haus Beneviento! Haus Heisenberg! Auf dem sind wir schon getroffen! Und Haus Morio! Ach nee! Ist klar! Oma immer kryptisch! Ja, die hat natürlich den Kellerverschlag hinter uns wieder zugemacht! Wie es sich hier hört! Okay! Was war denn da schon? Das ist ein Schlüssel! Ein Bilderschlüssel! Ah! Ah! Schön! Alles klar! Ganz klassisch in der Mitte natürlich wieder ein Borella-Logo! Ich weiß nicht, ob es jetzt halt einfach nur aufgrund der Wildgeometrie so ist, dass die Strahlen in diese Richtung gehen, aber es ist halt das Umbrella-Logo in der Mitte! Ja, es hast du ja unten und oben auch nochmal! Richtig! In klein! Genau! Also, ja, da fragt mich natürlich, wie kann ein Chemiekonzern, ja, ein Waffenhersteller irgendwie, der schon x-mal zerschlagen wurde, irgendwie, und für tot galt, ähm, in REU, jetzt hier schon wieder am Start sein! Ist das so ein Aspachu-Alter-Ableger von denen, dass die sagen, komm, wir machen mal eine Karpaten, machen wir mal eine Zweigstelle auf oder was? Oh! Wie geht der Schlüssel? Ja, das hat die lustige Geschichte an die Zähne erzählt! Stimmt hier! Also, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie alle drei ballern raus in den Fjord, gehen angeln, holen 100 Kilo Fisch rein, fahren wieder rein und stellen fest, dass keiner von den Fisch ist! Aber wirklich alle! Gut, also die haben es noch am, 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 haben sie es noch losbekommen, also der Fisch war jetzt nicht umsonst und auch nicht, ne, verschwendet in dem Sinne, er ist abgenommen worden, aber ist natürlich eine Hausnummer, wa? Irgendwie drei Kerle draußen und dann, ja, nimmst du mit? Ne, ne, ist ja kein Fisch, ne, und du, ich ohne, ne, ich ohne! Geile Nummer! Hammer! Haben sie dann wenigstens was für den Fisch noch bekommen, irgendwie, oder haben sie einfach nur, äh, quasi verschenkt? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Okay. Aber... Ich frage mich eigentlich, wer da überall daher geht und überall so gelbe Klebebande klebt. Und ich glaube, das ist die Säule. Was ist das? Ach, du Schande. Oh! Jawoll! Den letzten krieg ich nicht mehr. Benni, mach ich wieder Thontauern schießen, der Zeremonienplatz. Ja, wir wollen mal gucken, wir brauchen hier ein paar Lies. Lies. Da sind ja andere da oben rum. Nein! Ach, kommst nicht hin? Scheiße. Ich komm nicht hin! Also, wir haben hier den Zeremonienplatz. Gestimmt, von dem Zeremonienplatz kommen wir doch wieder zurück ins Dorf. Dieses Symbol sieht vertraut aus. Hä? Äh, äh. Der Kontrast ist ziemlich heftig, finde ich. Zwischen den total abgefuckten Häusern im Dorf. Und zum Beispiel halt dem Schloss und solchen Bauten hier, ne? Weißt du, was ich meine? Naja, die, die, die... Ich sag mal, die, äh... Die Schere zwischen Arm und Reich ist hier sehr drastisch. Das wollte ich sagen, die Schere. Um es mal so anzudrücken. Richtig. Okay. Weißt du, was ich mir übrigens auch mal gefragt hatte, was ich blöderweise im Schloss nie ausprobiert habe, ist, äh... Wir haben ja diese ganzen Leichen hier mal gefunden. Ja. Kann ich das halt einfach... Dass die da so unterfallen? Äh, du hast, äh... Du hast mit dem Messer auf ne Leiche mal eingeschlagen. Ja, das stimmt. Um, um halt so'n Loote-Effekt mal halt raus zu checken. Oh Gott, da geht's lang. Also ich würd jetzt hier... ...noch nicht lang? Weil ich glaube, dass das der Hauptweg ist. Denke auch, ja. Sondern hier mal gucken. Genau. So'n kleines Versteck. Super. Warfschutz-Position. Oh. Da sitzen sie da oben, oder wat? Guck mal oben. Guck mal oben. Hahahaha. Genau, den mein Take nehme ich. Er ist weg. Nice. Zum alter Sniper, du. Ah. So, dann haben wir die hier erstmal schon mal weg. Was haben wir hier? Da haben wir so ne Zugbrücke. Da unten ist auch noch was. Na, okay. Dann gehen wir erstmal den Weg hier lang. So, dann schauen wir mal erstmal, ob die da irgendwie auf den Weg springen. Irgendwie. Guck mal, da ist jemand. Headshot. Warte, warte, warte. Ah, shit. Ich würd gern weiter nach links, aber komm ich nicht. Die wurden von Pfeilen erlegt. Das heißt, rechts oben könnte irgendwo ein Bogenschützer von ihnen sein. Und dann wieder. Bam. Ein sauberer Schuss. Ah. Ab und zu sind es Glückstreffer. Ich hab hier ein bisschen Angst vor dem Pfeilen. Also. Kann ich hier runter? Ne. Schade. Sollten wir vielleicht nicht irgendwie. Könnte kalt sein. So. Metallreste. Die nehmen wir natürlich dankbar mit. Hatten wir hier nicht den einen erledigt? Oh. Oh. Bye-bye, Ziege. Bye-bye, Kaut. Mit der hab ich nicht geregnet in dieser Ecke. Aber, äh, it's okay. Nein. Verdammte Axt, ey. Mann. Äh. Hallo? Achso. Vielleicht finden wir jetzt hier eins. Kann ja sein. Na, dann könnten wir auch zurückgehen und eventuell in den Boden steigen. Das stimmt. Ist das? Ist das Chris? Ja, hab ich auch gerade kurz gedacht. Ist das Chris, ey? Hallo? Nö. Gibt aber flüssige Tschischchenkali. Ah. Ja, das war ich. Warte mal, da lag doch noch was, ne? Äh, wo? Ähm, schau mal jetzt da, wenn du jetzt links neben dem Typen vorbeiläufst. Na, das war doch die, äh, glaub ich, die flüssige Chemikalie, oder? Ah, okay. Alles klar. Gut. Na, warte mal. Wir gehen mal ganz kurz hier in den anderen Raum. Jaja, hier nix verpasse. Äh, was bist du denn hier? Geh weg! Geh weg! Ah, gib ihm, Alter. Auf Wiedersehen. Oh. Ich dachte, der steht noch mal auf. Nein, mach ein Bildscherb. Also auf jeden Fall ist der, der Loot-Radius sehr gut, ne? Irgendwie, du musst jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zu der Leche hinlaufen, sondern, er sagt schon, drei Meter, also mit drei Meter Abstand, Hure, alles klar, hier ist was irgendwie. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall super. Also du kannst auch das, äh, super früh aufnehmen, das ist, und er zeigt dir das eben. Es gibt natürlich so ein bisschen das Risiko, irgendwie, Sachen halt zu übersehen, ne? Äh. Passt nicht zu diesem Schloss. Ach, viel Sch... Na, warte mal. Wiedereinserung vielleicht? Nope. Wo ist der Dimitrescu? Wir probieren erstmal alle aus. Scheiße. Drei Schlüsse, keiner passt, das ist auch blöd. Okay. Aber es gibt doch keinen... Gibt's hier einen Hinweis, was für einen Schlüssel hier passen könnte? Ah. Kann ich draufschlagen? Äh, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeichnung, äh, von Midsommar. Hm. Ja. Das ist recht. Okay. Weiter, ne? Oh. Weiter geht's. Ach, echt, ja? Okay, ich dachte, wir müssten uns noch ein bisschen die Ruinen weiter angucken. Na, ich hoffe mal, dass wir... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass wir auch wieder zurückkommen. Gott, was ist denn das hier für ein Altar, wollte ich gerade fragen. Genau. Das ist der nächste Zeremonienplatz. Hier hat jeder seinen eigenen. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Äh, ich weiß ja nicht. Hm. Nun ja. Du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer... Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon! Halten Sie mich nicht zum Narren! Du brauchst mir nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du! Der Kunde ist schließlich König! Nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen! Verdammter Witzbold! Äh... Bitte was? Ja, das ist absurd, oder? Also... Ich... Verstehe jetzt auch nicht, wie da der Kopf eines Babys reinpassen soll. Oder die Essenz dessen, oder... Vor allen Dingen sieht das Element auch sehr... Aha, schau mal! Das hier ist diese komische Säule. Hier kommt das rein! Klacko! Klacko! Das ist jetzt nicht euer Ernst! Also... Ihr war ja bewusst, dass die Sorry ein bisschen crazy ist? Was zum... Aber so crazy, dachte ich jetzt nicht. Ja, abgedreht. Also... Oder? Abgedreht einfach. Ich bin... Ich kann dazu gar nicht sagen. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ja, bis jetzt... Bis jetzt haben wir ja auch nur Fetzen irgendwie, die wir jetzt irgendwie passieren können. Naja... So, wir können ja erstmal wieder ein bisschen was verkaufen. Und dann verkaufe ich jetzt die Sachen hier für 25.900 Euro. Äh... Äh... Oh, Lady Dimitrescu! Reizend selbst im Tod! Diese Kurven! Hm... Also die... Die Entwickler spielen aber auch förmlich damit, verstehst du? Also das ist jetzt... Da muss man mal ganz klar sagen... Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, äh... Das... 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 Der Community oder halt quasi des Internets irgendwie, dass... Ich sag mal auf gewisse Attribute von... Lady Dimitrescu irgendwie reagiert wurde. Nein, es wurde sogar forciert. Vom Spiel. Ne? Das stimmt. Muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. So, was haben wir denn hier alles Feines? Wir haben hier eine Wangenauflage. Wir haben ein Zielfernrohr. Langdistanz-Zielfernrohr. Oh, das ist da... Das ist was... Das ist was Feines, sag ich mal. Äh... Wir haben eine Blaupause von der Rohrbombe. Hm... Und... Ja... Ja... Also... Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Ach guck mal an, wir könnten jetzt hier... Oh ja, das ist so nice. Hier können wir jetzt noch weiter... Aha... Dann bin ich dafür. Ja, ich weiß, du bist immer für... Warte mal, was war das jetzt? Für 9000... Auch wieder für 10%. Das ist schon... Bei der ersten Dings war das mir schon eigentlich zu teuer. Ja... Aber wir haben genug Kohle. Na komm, hier würde ich dir mal die Attachments gönnen. Die es da so gibt. Und so sprich... Das da? Das kommt gut. Ich hoffe, es wird dir nützt. Woll... Bin nochmal gespannt. Warte mal, wofür ist das? Reduzierte Verbrechen der Waffe beim Ziel. Ah ok, ne? Gut, ne? Das ist für mich ganz gut. Das... 20.000... Aber ich wollte dich traures auszudrehen. Das war gut. Na, dabei würde ich es auch erstmal belassen. Dann lass mal dazu. Du wird uns schon nicht abhanden kommen. Geh für deine Treue! Geh für deine Treue! Geh für deine Treue! Oh ja, guck mal, du kannst einsunen. Nee, kann ich nicht, oder? Achso, alt. Oh Gott. Ah, okay. Das Schöne ist, er ist wirklich saustabil. Er wankelt nicht mehr so hin und her. Ohne Luft anhalten. Ohne Luft anhalten, genau. Äh, ja, jetzt haben wir hier mehr so Wege. Wirf mal einen Blick auf die Karte. Können wir sehen, wie es weitergeht? Also, der Duke hat ja gerade gesagt, wir sollen ja Richtung, äh... Roter Schornstein. Roter Schornstein. Das wäre ja dann irgendwie hier Richtung Haus. Ach komm, wir gehen mal, wir gehen mal erstmal kurz ins Dorf. Also, hier lag. Geflügelter Schlüssel. Wir können ja alle Türen einfach öffnen, so ist ja nicht... Ja, eben. Ah, ich glaube hier, können wir hier überhaupt weiter? Ohja, kommen wir. Weil da ist nämlich... Der rote Schornstein. Ach, hier sind wir direkt bei der... Ja, aber warte mal, da können wir ja erstmal kurz... Warte mal. Und das hier zum Beispiel auch den Dietrich benutzen, ne? Genau. Da würde ich nämlich gerade mal gucken, weil hier war doch das mit dem Dietrich. Snippity Snap. Spannend. Wollen wir mal finden? Konnitio! Sieben Stück. Das ist schon mal gut. So. Können wir denn hier auch durch? Hier ist ja der Schornstein. Nein, also das heißt, wir müssen hier irgendwie... ...auf dieses Grundstück. What? Von der anderen Seite verschlossen. Ach guck mal hier, das Tor ist jetzt offen. Das war nämlich ganz am Anfang mal zu. Richtig, das wird zu. Hallo! Wollten wir mal zwei Eier leihen. Hi! Mal eine Tasse Mehl. Liegt's drinnen? Ich nehme... Oh, die Stohle. Höchsterlich Lampen, ey. Ah, Position. Oh, immer gut. So, was haben wir hier noch? Äh, leicht zu knacken. Ja, Dietrich haben wir nicht mehr. Ach, ein Webstuhl. Okay, okay. Ich hör doch hier was. Ich sag, ich hör doch hier irgendwas. Was... Was... war das? Hä? Okay. Okay, machen wir erstmal hier was zum Lesen. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis morgen... Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, geh schon mal alleine zu Luisa. Vater. Okay. Loch im Stall. Lass mich mal raten. Ich geh mal davon aus, wir kommen jetzt hier wieder nicht raus. Oh doch, komm mal. Da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Da habe ich mich erschrocken. Stimmt, wir sind hier lang gelaufen mit den Ziegen. Und sind hier vorbei. Und da gab es da auch noch eine Tür. Mit dem für den schmiedeeisernen Schlüssel. Richtig. Stimmt, 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 stimmt. Gott der Scheiße hier. Was ist hier los? Hinter uns, hinter uns. Wo will ich von der Seite gekommen sein? Ist er hier irgendwie? Oh, Alter. Schön, schön, schön. Irgendwie haben die Leute anscheinend wirklich einen argen Groll gegen Ziegen. Was? Hallo? Hier scheint da irgendwo ein Wolf zu sein. Von der anderen Seite verschlossen. Wo bist du? Ich habe eine Shotgun. Da steht dein Name drauf. Ist ja bestimmt da unten drin, oder? Lassen wir hier entriegeln. Fluchtwege öffnen. Ne, das lasse ich erstmal da, so aus Sicherheitsgründen. Ich will erstmal nochmal kurz hier kurz schmulen. Was hier noch was Feines gibt. Wie zum Beispiel auf dem Klo. Rostige Reste. Können wir eigentlich, warte mal, das wollte ich schon nochmal ausprobieren. Nein, können wir nicht. Schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Das ist quasi das Loch im Stall. Und ich denke, es war nicht dein Magen, der grad knuchte. Okay. Wie beschissen muss das eigentlich sein. Du bist, du bist ein Wehrwolf irgendwie, da hast du aber immer noch eine Halbplätze. Ist doch scheiße. Ist doch einfach unfair, Alter. Ist doch einfach unfair. Das ist nicht fair. Das ist auch super unfair. Habe ich hier gerade noch Hühner gehört? Ja. Stimmt. Hinter dem Tor, was wir eröffnen konnten. Könnten. Da waren ja auch... Im Traktor lag was. Das kann man sehen. Aha. Da kann man bestimmt ein Schäfer wie ich mich. Ja, aber wie? Ach, der Traktor ist hier reingef... Okay. Das waren die ganzen... Hier waren wir schon. Stimmt, da hast du recht. Da hattest du recht. Kann ich hier eigentlich... Warte mal. Wird aber nicht so schwer sein, einfach hier so drüber zu klettern, oder? Ja, man sollte meinen, ja. Irgendwie aber irgendwie... Aber... Gut. Seine Hand ist abgehakt worden. Irgendwie die andere fehlt zur Hälfte irgendwie. Wir wollen mal eigentlich mit ihm sein. Dann würde ich ohnehin über den Zaun klettern oder über Traktoren. Aber das... Das Schöne ist ja, wie wir herausgefunden haben, wir brauchen ja anscheinend gegen solche Schlösser einfach nur gegenschlagen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Versteigt zwar auch nicht, wie man so eine Schublade nicht aufmachen kann mit dem Messer, aber hey! Das ist Sinn oder auch Unsinn im Resident-Evil-Universum. Okay. Ja. Hallett voll. Oh, hier haben wir ein Zahlenrätsel. Aha. Mhm. Okay, wir brauchen also eine 6-stellige Ziffer. Okay. Gibt es hier irgendwo... Gibt es hier irgendwo... Außen auf dem Hof bin ich der Meinung, habe ich eine Zahl stehen sehen. Irgendwie, wenn du jetzt links guckst. Da. 07. 08. 08. 08. Okay, haben wir schon mal... Haben wir schon mal 4 von 6. Ja. Also anscheinend muss es ja dann auch in diesem Areal mal wieder zu finden sein. Ich... Es wäre fair. Es wäre fair von den Entwicklern. So, also 07. 08. Das haben wir schon mal. Okay. Die waren jetzt aber auch wirklich sehr leicht zu finden. Wahrscheinlich werden die letzten 2 Zahlen umso beschissener zu finden sein. Vielleicht ein Haus nochmal. Gibt es ein Foto. Was denn? Äh... Look out the window. Look out the window. Welches window? Das da? Das da? Irgendwann ist eigentlich was noch da ist. Das da. Genau. Ah! 04. Okay. Nein! Okay. Warte mal. 07. 04. 08. 07. Wie kommst du jetzt darauf? Sag ich dir gleich. 04. Ja. 08. Okay. Oh! 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 Schön. Nachdem wir gerade so viel Geld investiert haben. Scheiße. Die Wagenheberkugel. Okay. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Fenster. Und schauen wir mal raus. Und äh... Genau. So. 07. 04. 08. Coole Nummer. Haben sie schön gemacht. Ja. Da komm erst mal drauf. Ja. Jetzt haben wir so ne... Das macht doch nichts. Macht doch nichts. Wir werden bestimmt noch genug Kohle finden. So ist nicht? Um die dann eben auch aufzumöppeln. Ja. Eine andere Waffe von Haus aus hat mehr Power. Äh... Ja. Gibt's doch den hier? Du kannst noch einzoomen. Genau so. Hose runter. Du willst es doch nur richtig sehen. Okay. Warte mal. Für dich mein Freund. Zuerst mal dreh zu. Schön gelöst Benny. Schön die Situation gelöst. Schön geklärt. Daaaah. Hat mir gut gefallen. Was war das denn? Warte ich gerade Gesundheit? Ja äh ne. Kann ich jetzt mit der Kobel eigentlich? Äh... Nee, Wagenhebervogel, damit könnten wir bei dem Traktor das Ding bewegen, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, da würde ich jetzt nicht drunter durchkrauchen, Alter. Gefrorener Boden, ey, nie. Also im Regelfall würde ich jetzt hier normalerweise gar nicht drunter herkriechen. Genau deswegen. Oh, jetzt ist so ein oller Wolf auf dem Ding drauf. Nö. Hätte ich jetzt schon... Oh, da hat mich jetzt gar nicht... genau. Hier verschieben nochmal. Hinterm Traktor ist auch noch einer. Ah. Oh, da habe ich gerade noch was gehört. Von hinter mir, oder? Von behind? Und... Nö. Und beyond. Äh... Achso, okay. Ja, das ist ja nicht so, dass ich... Ja, da hat das gesagt. In der Sitzung. Okay, noch mal ein paar Lies mitgenommen. Ja, und hier war doch auch, genau, hast du deine Bananen gesehen? Lies-Bananen. Oh. Oh. Der ist ein bisschen höher, Alter. Nein. Oh, das war scheiße. Warte mal ganz kurz, noch mal kurz nachladen. Gehst du, weg. Gehst du, weg. Ah, aber auch er kann dir keinen Widerstand bieten. Perfekter, kristalliner Schädel. Der wird doch hoffentlich weit werden sein. Okay. Also, dann ist ja der nächste Step, wenn wir hier gleich dieses Tor geöffnet haben, zum Duke zu gehen, um mal Sachen zu verkaufen. Dann wird man nämlich die andere Pistole aufmäppeln. So, hier gibt es wieder eine wunderbare Leiter. Was gibt es hier hin? Ja! Eine Brunnenkobel! Nice! Oh. Jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst zum Duke? Duke, oder? Oh, ein Schlitten. Tor! Lass uns ein bisschen Schlitten fahren. Ein bisschen rudeln. So, hier würde sich jetzt ganz gut machen das Schneider. Wolf. Achso, wir sollen ja hier eigentlich, wir sollen ja da hin eigentlich. Aha, okay. Oh, okay. Okay, also ich habe jetzt hier gerade einen Mega-Freeze gerade. Okay. Also, jetzt, jetzt, jetzt alles wieder gut, jetzt, alles wieder gut. Jetzt nur gerade, wo du über den Zenit des Dachs gelaufen bist. Oh, okay. Also hier geht es auf jeden Fall ins Haus rein. Nach da oben werden wir nicht kommen, obwohl der Kantenmaler da oben ein paar Kanten gemalt hat. Wobei, wir können ja mal an dem gucken hier. Können wir hier hoch springen? Auf geht's, Enzio. Tch. Tuxi. I see a shadow. Ah, ja. Ich höre ein bisschen was. Mulf. Hallo? Mister? Das ist doch nicht okay gewesen, Mensch. Ich wollte doch mit dem quatschen. Mann. Muss ich auch nicht sagen. Das war nicht die Person, die wir treffen sollten. Nicht? So nicht. Okay. Finden wir hier noch was. Oh, warte, was haben wir hier? Hälfte? Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines, eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen. Aha. Okay. Muss man auch erstmal wissen. Und da ist noch ein Stück Schlüssel drin. Der sieht ganz schön kaputt aus. Mit dem geflügelten... Der ge... Vier ge... Was? Der vier geflügelte Schlüssel? Ich soll jetzt zurück zum Duke. Den Duke aufsuchen. Nee, vorher lesen wir uns hier erstmal nochmal was durch. 1. Februar. Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. Na, ist ja toll. 3. Februar. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß wozu. 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das verlangte bei Sonnenaufgang in die Monol... Monol... Wat? Mon... Monolithische, danke? Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das außerwerte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwand. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist das Kind? Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, unsere Tochter wurde in vier Teile... Flaschen gepackt, in Kristalle. Geil. Mir ist gestern mal noch eine Idee gekommen, wer eventuell Mutter Miranda sein könnte. Und zwar das kleine Mädchen aus der Geschichte. Von der Vorgeschichte, von diesem Shadow-Dingens? Genau, Valley of Shadows. Ach, guck mal, wir haben doch hier noch einen Brübbrunen. Ah, was tun wir hier raus? Über die Drede würde ich mich freuen. Ich würde mich auch über Munition freuen. Oder irgendwelche Attachments für die Pistole oder so. Ich nutze das hier. Ach, pass auf. Du kannst doch bestümmt wieder, wollt ich grad sagen, die Schätze kombinieren. äh, das da mit, das da jetzt mal kaputt ich wollte gerade sagen, kann ich die jetzt kaputt machen? ne, die können wir bei Duke verkaufen sehr, sehr, sehr verfolgen so, äh diese Tür war immer verschlossen ja den Sack äh da ist noch was da ist auch noch was Teddy oh Teddy Munitione oh Livianid ah nie gehört bäh ok, aber anscheinend ist sonst hier nichts weiter drin, oder what? na, das war doch sehr lukrativ ja aber eigentlich wollte ich ja, ich wollte eigentlich ja zu oh, ich könnte mich jetzt so ablenken lassen und könnte jetzt hier lang gehen, aber eigentlich sollen wir ja zum Duke zurück und irgendwo war doch hier auch noch hä, hab ich nicht gerade eben noch muss hier vielleicht erstmal raus Schreibmaschine Kirche hier, hier, da ja, uns fehlt noch ein Dietrich, ne? ne, wir haben ein Dietrich, wir haben zwei Dietrich hier ja, oh, na dann, dann dann sind wir schon da weißt du noch nicht mal wie ich da hinkomme? einfach hier lang, oder? ja, und dann oben rin simply as fuck ach ja stimmt, hier, hier war das äh, weil ein Dietrich haben wir nämlich noch ha, schroten Munition nice immer immer gern gesehen jetzt ist halt die Frage, wollen wir einen Abstecher nochmal beim Friedhof machen? Alter, wer hängt denn da Töpf über den Baum? ja, warum und wir schmeißen Reifen da aufs Dach das ist so ja, also, ich bin... ja, also, ich bin... ja, also, ich bin... wobei, warte mal konnten wir hier nicht auch rein? gab's hier nicht auch irgendwie so... hier sind wir nicht reingekommen da sind wir irgendwie... ich hör hier was oh oh meinst du, ich kann mit Schrot mehr treffen? oh, zwei erledigt schade äh aber vorhin lagen doch nicht so viele Leichen hier wo wir das letzte Mal langgelaufen sind nee, 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 da haben sich die Wölfe nochmal ein bisschen was zu essen mitgebracht und haben nochmal gesagt kleiner Snack für zwischendurch, ne? halb zehn in Rubovuganien oder wo wir auch mal hier sind irgendwie was mich eben auch noch komplett irritiert ist, dass die Kirche äh rot ist und nicht blau das heißt, wir haben hier irgendwas übersehen ähm ja, so ein gilt würde ich sagen so ein gilt, da oben ist ein Kristall und ich höre glaube ich auch ein Ziel äh, was ist denn hier bitte passiert? hallo hallo ja, jetzt haben wir das auch äh geklärt was ist denn hier los? untersuch mal möchte ich das jetzt untersuchen? der Pastor hat mal ein bisschen Equipment gekauft jaaa Datum 9.02.2021 protokolliert von N.H der Fabrik also, äh, dürfte klar sein, was EW und RW ist, ne? Ethan Winters und Rosie Winters wer jetzt natürlich EH ist ich muss hier wieder wechseln das ist jetzt, äh, noch ein Rätsel weißt du wer EH ist? Evelyn irgendwas ey, ich weiß nicht, ich könnte dem also dem Titel traue ich hier jetzt alles zu dass irgendwo Evelyn doch noch überlebt hat und da eine Probe ist aus der die die nochmal geklont haben ey, wirklich keine Ahnung könnte ich dem Titel hier auf jeden Fall zutrauen ah das ist echt ok, dann würde ich sagen Back to Duke nein nein, lass die jetzt erstmal da hinten ist aber noch ein Brunnen echt, ja? und das ist halt natürlich die Frage lohnt sich das jetzt? lohnt sich ein Brunnen? ja, da hast du auch wieder recht aber hier ist zum Beispiel auch dieses Schloss wir sind direkt da na dann komm, geh ran geh ran, komm da ist auch noch ein Brunnen siehste, hab ich völlig vergessen da ist auch noch ein Brunnen ja, ich weiß, ich bin jetzt ich bin glaube ich ein bisschen zu gierig gleich aber ist mir jetzt egal äh, Halskette Halskette mit zwei Fassungen ah ok, die dürfen wir noch nicht verkaufen so und jetzt gehen wir nochmal hier nur mal kurz nur kurz reingucken hallo es sieht ja auch nach einem sehr abgeschlossenen Areal an sich aus, ne? irgendwie so ein kleines übersichtliches aber ja hoffentlich mausoleum jetzt haben wir lass die Hühnchen jetzt in der Ruhe ok, hast gewonnen wo hast du überlebt? obwohl du mich erschrocken hast du kannst ja nicht die komplette Hühnerpopulation in dem Dorf auf Null dezimieren nicht eine Ziege ah ok mit dem mittleren Sarg können wir auch nichts machen, ne? ich will das Hühnchen erschießen 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 geht nicht da nein ok so, na gut na dann doch zu Duke ok auf zu Duke es sei denn Benny es sei denn stopp mal es sei denn diese fliegenden Viecher bringen ja viele Lies ein irgendwie ja, ja bringen sehr viele Lies ein ja und wir haben auch den Brunnen da oben komm, ne? dann machen wir noch Fetti und dann ja, also die 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 da hinten die bringen richtig Kohle wenn man sie denn trifft ich hoffe jetzt natürlich das nicht irgendwelche Wehrwölfe jetzt wieder am Feld sind wir sind alle im abgebrannten Haus lass uns doch da hin immer Vorsicht selber mal hier laden wir erstmal nach drei von denen oh krass ähm ja ja die sind doch auch alle neu die haben sie wahrscheinlich alle neu aus dem Haus geholt oh, alle sind die ganze verbrannten wo bist du hin? snap warte snap warte warte kannst du mal nachladen? oh na gut komm her ja 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 wie das hier oh, hier liegt noch was bist du jetzt tot oder nicht? es gibt noch, es gibt noch es gibt noch jetzt bist du tot, oder? jetzt bist du tot, oder? jetzt ist tot 1062 komm dann lohnt sich doch so oha guck mal, guck mal, was da auf den Stufen liegt ja, ja hab ich gerade gerade gesehen Luisas Heizkette Luisas Heizkette hm hat die die nicht umgehabt? da bin ich halt da, Alter Explosivgeschoss das ist ja geil, Alter also so sieht halt auch immer in jedem Resident Evil Teil irgendwie Granatenmunition aus Magnum Munition aber so fett verziert noch zusätzlich das ist natürlich schon ein bisschen witzig irgendwie ok ich möchte gerne sparen auf die nein nein auf die Magnum schweiz nein, ich komm da nicht hin aber was soll denn das sein? ich geh von aus da wird hier den, den ich aus der Luft geholt habe irgendwie ah äh das ist die Frage lass ich den jetzt in Ruhe? greift der mich wieder an, wenn ich hier durchgehe? der würde dich angreifen ja aber spring mal raus wir werden sehen nö ok er hat Angst kommen lassen wenn du Angst hast, dann ist es ok denn wenn du mich nicht angreifst sind wir Kumpels ich hab gesagt, wenn du mich nicht angreifst Bohrbombe drei Stück ist jetzt nichts gut ok zum Duke jetzt haben wir ja wirklich alles abgegrast ja, ist ja richtig auch zum Duke dann sitzt da schon eine dicke Zeremonie Meister na na und etwas herausgefunden? hab das gefunden nun sagen sie mir, wie ich das in Ordnung bringe ganz ruhig erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden wo sind die anderen? es gibt vier insgesamt einen hast du, die restlichen haben die Grafen Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes ihr dienen die vier Grafen eine von ihnen kennst du bereits Lady Dimitrescu die zweite lebt tief im Nebel des Tals die Puppenmacherin Donna Beneviento Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen der dritte ist Moreau ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben der vierte und gefährlichste ist Heisenberg er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs was er da macht sagen wir manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben ok oh ok das ist ja doch schon etwas größeres Areal du Kacke oh Gott also hier haben wir es schon erledigt Heisenberg ist versuch mal ein zu zoomen wenn du deine Tochter wirklich retten willst musst du alle vier Flakons finden ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen ich bin sicher sie werden dir von großem Nutzen sein warum helfen sie mir das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice lass dich bald mal wieder blicken ok eine von vier Flakons achso Map warte er hat doch jetzt irgendwelche Truhen angezeigt das hier haben wir schon da hinten das war Luisas Halskette ne ist das gewesen ja warte mal wir können ja gucken Luisas Erbstück genau du kannst aber auch wenn du jetzt runter gehst quasi also durch die andere Tür gehst vom Zeremonienplatz musst du eigentlich auch unten rankommen ah ne genau da durch runter runter die kleine Brücke richtig aber vorher gehen wir erstmal hier ein bisschen verkaufen und einkaufen oh ich weiß da was finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir aha äh aha Föterfisch aha Föterfisch jetzt ernsthaft wir haben den Fisch voll verkauft macht er nichts wir werden schon welche finden wieder sag mal ob ich das richtig verstehe irgendwie sollen wir dem Typen Essen machen ne wir geben ihm die Zutaten er macht daraus Essen und wir kriegen dann das Essen was denn quasi hier unten die Belohnung ist also wir nehmen es ja nachher zu uns können wir ja hier bei dem können wir aber stärker geringfügig können wir jetzt zum Beispiel machen dann können wir ihm jetzt hier sagen okay du kriegst jetzt schon mal äh zwei Fisch oder ne äh Geflügel dann besorgen wir noch Fisch und dann müssten wir eigentlich unsere maximale Gesundheit stärker geringfügig dann müssten wir eigentlich so ein bisschen bisschen mehr Leben haben aber eigentlich würde ich ja eher ne Schaden nicht ich würde das da nehmen aber da ist dann wieder die Frage was ist saftiges Geflügel I don't know ist ja auch erstmal gucken wir uns mal später ja äh prächtig was das wert ist prächtig so weil ne aber wir haben eine neue Waffe und zwar die hier unten ja natürlich mach irgendwie also alles was ein bisschen mehr Damage macht macht Sinn mit Vergnügen feine wären ja halt auch nicht äh äh schwächer so Magazinkapazität würde ich auch nochmal nehmen mit Vergnügen wo können wir denn bei dem ne bei den anderen können wir nichts machen ne hier hätten wir noch Feuerwarte Nachladegeschwindigkeit hier könnten wir nochmal ein bisschen Damage rein klatschen wobei die wirklich schon die macht schon gut gut Damage so ist nicht oh Magazingröße neu ist natürlich auch nicht schlecht na komm 10 komm wir haben 46 komm rein Moment bitte mhm ja na ist jetzt die Frage also in die Limi würde ich jetzt natürlich nicht mehr investieren wenn du jetzt anfängst in die ähm ja ja weil die würde ich jetzt nämlich auch in die Schnellauswahl packen dann macht das bis nächstes Mal ja bis nächstes bis nächstes Mal Schnellzugriff und zwar dahin so du hast gesagt wir gehen jetzt hier rein also sprich Richtung Ostteil genau würde ich jetzt mal probieren passt nicht jetzt musst du ja das Ding wieder demontieren oder wird oh der Vierflügel eh passt nicht die Tür ist mit einem Viergeflügelten Wesen dekodiert äh jetzt nehme ich jetzt hallo Viergeflügelter Schlüssel ok hm ich guck mal ob ich die Tür öffnen kann weil hier sind es ja die Flügel und da sind es ja nicht nur die Flügel sondern auch das Innenleben genau weil das Baby ist jetzt hier zum Beispiel bei uns nicht mit dabei ah ok das heißt uns fehlt ein Teil ok ok haben wir nicht noch irgendwelche Brunnen oder so die wir noch irgendwie erkunden wollten oder so nein Mann oh aber warte mal hatten wir nicht aber noch einen hier ach ne da kommen wir ja nicht hin da kommen wir ja nicht hin ahhh Könnten wir jetzt eigentlich mit der Kurbel? ne können wir nicht ich wollte gerade fragen ob wir mit der Kurbel irgendwie die Brücke er schläft noch oh irgendwas höre ich hier ne meine Tümpelunke ach hei oi 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 Guck mal ein Schadierplätzchen ue ba 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 da da jetzt weiß ich warum ich die Viecher immer abschieße so so geil dass da immer ein Hockey ist irgendwie als wenn das um Gott bringen würde ja das ist für mich so ein einfach so ein Sicherheitsaspekt ne das bei Games mach ich das immer egal welche was ich oh Gott was ich da spiele ey ab dem Moment ey Steve willst du willst du weiterspielen? das ist natürlich auch schön weil man muss jetzt dazu sagen der Benni kann mit Puppen so gar nicht irgendwie das sieht alle das ist alles mir nicht so geheuer wenn du also vorbei rennen kannst spielst du grad auf Zeit Benni? man könnte meinen man könnte meinen mann oh schön schön das einer hat mich gibt das nicht als Igea Bild die Hängebrücke oh oh wir laufen mal durch hallo das ist die Art und Weise des Architekten dir zu sagen du bist zu dick Ethan was? äh von mir nee Ethan das ist nicht mir ja das ist unsere Frau jeder hin los das ist unsere Frau mit dem Kind die kann es doch nur sein ist doch logisch dass sie hier ist Ethan komm mit ich muss dir was sagen Mia komm mit ich muss dir was sagen sag es doch hier wow sag es doch einfach ok ich wollte gerade sagen warum kann ich kein Messer oder keine Waffe oder sonstiges auswählen ach ach guck mal hier das kleine Lämpchen das bringt es hier ja dann können wir zu unserer rechten haben wir Haus Beniviento komm mal hier hin Rose ist anders Ethan du musst dir helfen was zum Teufel ist das? ich schlag nie wieder so eine Statue Hände weg von den fetten Butchentli Engeln Ethan Ethan alle verlassen mich sogar Rose ich will nicht allein sein das ist nicht real ja warum gehst du ihr denn hinterher? also warum geh ich ihr hinterher? da sind doch schon wieder Puppen so 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 das ist für ein Happy Place äh schön mhm schön wo kommt das Licht her? Beniviento 1987 bis 1996 Ah Mia? Mia? Beniviento? Spin ich jetzt? Warst du nicht gerade oder war Ethan? Mit spinn ich jetzt? das war Ethan. Gib deine Erinnerung ab. Ne. Ne. Das hinkt jetzt der Kummerkasten. Also, wir müssen unsere Erinnerung abgeben. Klar. Achso, unser Foto. Foto, was wir haben. Ja, auf den Shit. So, kann ich jetzt mein Foto wieder nehmen? Halt. Dein Foto ist weg, Alter. Dein Foto ist weg. Mach die Tür zu. Wo ist mein Foto? Mach die Tür zu. Gut. Da ist kein Schlitz. Okay. Tür frisst Foto. Ey, sag mir nicht, sag mir nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Ja, wunderbar, wir sind herzlich willkommen hier wieder in den Katakomben. Nice. Und einen Fahrstuhl. Wir sind verglich am Schluss. Geht's ernsthaft? Also, hier? Ja, klar. Auf geht's. Auf zum Atom. Auf zum Atom. Ja, genau. Du, Licht aus. Klar, ich sehe gar nichts. Komm mit mir. Ja. Komm zu meinem glücklichen Ort. Okay. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Man muss aber wirklich sagen, bis jetzt ist die Story doch noch relativ so dicht geknüpft, dass sie nicht vorhersehbar ist. Also, ich kann mir bis jetzt nicht wirklich zusammenreimen, ob wir die jetzt hier hinaus wollen. Nee. Also, nee. Einfach nee. Oh, ey. Da musst du doch, ey. Da kannst du doch aber auch nicht, nicht, da kannst du doch noch nicht drin pennen, Alter. Da musst du doch ständig pinkeln, Alter. Ja, zur Zeit läuft das Wasser. Das kann doch nicht gut sein. Aus. Bin. Verstehten Sie sich. Ahaha. Okay. Bevor wir da reingehen, gucken wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen, ne? Rum und so. Ich bin nicht lober, da ist nix. Ich glaube, du sollst es einfach nur reingehen. Nein, nein, nein. Wir gehen erstmal hier gucken. Hier gibt's bestimmt noch sowas wie... Kräuter und... Nope. Schießpulver? Roßziegereste? Ne, ich geh jetzt einmal außen rum. So. Hallo? Schade. Guck mal hier, ist doch... Eine Ziege? Du wolltest reingehen. Hätten wir die Ziege verpasst. Ja, und jetzt? Die mal hinteren? Die mal hinteren, Benni? Nee, wir müssen noch ganz kurz hier nochmal alles auskundschaften. Verstehe. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt noch eine andere Seite. Also hier, guck mal, hier geht es doch auch bestimmt lang. Warum bin ich hier so scheiße langsam auf einmal? Weil sich kleine Puppen an deine Füße gehangen haben. Sag, Blick da unten. Hallo? Und muss ich sagen? Spindelhände und am Boden. Also, der erste Eindruck, wenn ich mir jetzt nur das hier angucke, sieht schick aus. Ja. Würde mir wieder gefallen. Gefällt mir besser als das Schloss. Also ist zwar natürlich alles sehr, sehr alt und sehr drückend, ne? Aber, ähm, hat was. Hat was. Ja, bis auf die Bilder hier mit ihr hier. Beziehungsweise mit der da. Oh, schön. Schön, schön. Das finde ich ja gut. Das finde ich ja gut. Nee. Finde ich nicht. Doch, das ist doch ein schönes Zimmer. Ja, na, jetzt mal von den hässlichen Puppen nochmal abgesehen. Das Zimmer. Toll. Toll, Junge. Das Zimmer. Richtig schön. Richtig schön. Aber Puppen, nicht mein Ding. Die war noch nicht hoch. Warum ist es jetzt hoch? Die lag erstmal unten irgendwie drin. Check da erstmal in die Etage. Hab ich doch. Hier will ich nicht rein wegen Gerda. Wie rein da jetzt? Das ist irgendwie so ein Schisser. Ah! Ich dachte, da ist jetzt eine größere Puppe. Alter, eine Decke und ein Kissen. Ja, ich habe gedacht, die liegt da aus. Schon wieder eine Puppe oder so. Blödsinn. Bleib ruhig, Benni. Ich bin noch bei dir. So, liebe Leute. Wenn euch das gefällt, wie Benni jetzt hier gerade Blut und Wasser schwitzt, dann lasst doch bitte ein Like. Da irgendwie würde uns sehr, sehr gefallen. Ja. Dann würde sich das Ganze hier auch gelohnt haben. Oh Gott. Möchte ich abschießen? Nee, kann ich nicht. Wie, du bewegst dich. Und ja, es war ein Sicherheitsblick. Ich habe geguckt, ob sie noch da steht. Oh, das ist ja mal eine widerliche Tapete. Das sieht ja mal beschissen aus. Oh Gott. Oh, wer macht denn so was, ey? So ein Raum? Geil? Und... Warum? Also, das ist da... Da kotzt auch Tine Wittler am Quadrat, Alter. Da kannst du doch auch nicht mehr mit Duftkerzen retten, Alter. Oh, nee. Okay. Ich bewege mich generell sehr langsam hier, habe ich das Gefühl. Auch das Schlagen ist irgendwie... Ja. Langsamer. Ja, wahrscheinlich halt kleinere Gegner, irgendwie. Damit du dir das Gefühl hast, irgendwie nicht schnell noch wegzukommen. Toll, 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 toll. Cool, 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 cool. Ja! Jetzt geht's, das ist ja interessant. Der sieht nicht so sicher aus. Ah, komm mal ein in den Gambian-Modigen-Fahrstuhl. Und wir fahren jetzt erstmal wieder... Und das geht nach unten, Alter. Und das ist uncool. Ah, das sieht alles aus wie aus der 80er, irgendwie. Ja, mit diesen Holzverkleidungen, ja. Denkt man, man ist in Twin Peaks, was ist das untersuchen? Ein Sicherungskasten. Oh, nee. Ein Sicherungskasten. Oh, guck mal hier. Der heimische Heimkino-Palast. Mit den neuesten Blockbustern. Zum Beispiel... Lidl Weapon 2. Oh, wie viel Willen. Eins, zwei, vier, fünf. Bestimmt Independence Day oder so. Das läuft jetzt hier gerade. Wir können jetzt erstmal hier nichts machen. Übrigens ist das Spritten. Das ist schon mal langsam, ey. Naja, vielleicht wollen sie aber dadurch halt, wie gesagt, ich gehe mal von aus, irgendwie, dass sie da ein bisschen diesen Effekt pushen wollen, irgendwie. Dass du vielleicht nicht schnell noch wegrennen kannst oder irgendwas. Weil die Wölfe sind schon sehr schnell und da musst du halt selber auch sehr schnell sein. Ah, so eine schöne, gameliert Obst, Alter. Ich finde es erstmal recht beruhigend irgendwie. Also, es wirkt alles sehr beruhigend auf mich. Also, man hat nicht so das ständige Gefühl, der bedrohen ist, irgendwie. Oh. Ein irisches Volkslied. Oh, die Puppenwerkstatt. So, ähm, ich danke für heute. Das war's. Äh, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar. Und, äh, vergisst nicht, äh, den Channel zu abonnieren. Ähm, bis dahin sage ich erstmal. Tschö, du, du, äh, reinjauern. Als ob ich jetzt da reingehe. Ja, das tust du. Das ist jetzt nicht euer Herz. Ja, genau. Ja, Herz aller Liebst. Diesen atmet schwerfällig. Ach, guck mal. Das hat man ja dann sehr schnell gefunden. Ja, glaub mal. Nee, 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 nee. Nee, kennst du diese Puppe? Ja, das ist die von dem, ne, eine von den, von den, von den vier Lords. Ich hab Angst, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt nehme, dann macht die einen auf. Nee, 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 und haut den da ab oder so. Dann guck dich erstmal im Raum um. Das hinten sieht zum Beispiel eine, eine, eine Schreibmaschine. Könnte man's selbst... Ah! Ja, ich hab mich selbst erschrocken über meinen eigenen Schuss. Wo ist eine Schreibmaschine? Da. Saving, saving. Okay, wir haben gesaved. Nice. Selbst Ethan rastet hier aus. Versteht ihr, hört ihr ihn atmen? Ich kann's verstehen. Versteht aber auch nicht. Warum kriegst du jetzt da eine Schnappatmung? Ja, wegen dieser scheiß Puppen. Naja, also, hier bin ich aber der Meinung, hat er schon Schlimmere gesehen in dem Spiel irgendwie, als ein paar Puppen. Oh je, was liegt denn unter dem Tuch eigentlich? Ja, kann ich nicht aufheben. Vielleicht die, die Mami von ihr hier? Da, ich geh aber vollkommen mit dir, Benni, irgendwie, wenn du jetzt sagst. Also, die, man würd's jetzt nicht einfach nehmen können. Das, da fehlt uns ein Symbol. Warte mal, ich kann die anderen Symbole nehmen. Ah, ach ja eh. Na klar, hast du so ne abstrakten Zodix hier einstellen? Oh, mit links, rechts, oben und auch, ne. Das kann ich doch mal hier. Mehrere Augen, okay. Und hier kann ich, ne, hier muss ich was einsetzen, okay. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Mensch, Benni, woher wusstest du? So, na dann komm, triggern wir den Shit jetzt hier, Alter. Komm. Hi, Lara. Immer. Nein. Was? Wo ist meine Waffe? Die. Oh. What? So, man stelle sich, pass auf jetzt, man stelle sich vor, man ist jetzt Lara Loft, die das Spiel ebenfalls gespielt hat, bin ich der Meinung. Und wird jetzt durch ihre eigene Stimme quasi, ja, das muss doch erstmal beschissen sein. Ich, äh, 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 ja, du bist halt waffenlos und, äh, 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 und schon ist die Bumsbude zu, Alter. Dann, äh, los geht's, Doktor Bibber. Was? Blinkweggerecht? Äh, was? Ah, die rechte Schulter untersuchen? Ja. Hm, okay. Es entfernen. Aha, okay. Silberer Schlüssel. Was haben wir denn daneben Licht, am besten, was für ein Foto können wir uns das angucken? Also der Schlüssel... Nein. Was? Oh, mir. Ähm. Ähm. Diese Puppe ist mir? Nur die Einschussdinger hier. Aha. Okay. Auge. Aha. Also ich kann nur so machen. V und S. Dann machst du so und dann beenden. Und das warten wir nicht. Und wir untersuchen den Mund. Und ja, dann mach mal den Mund auf. Äh. Okay. 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 Etwas scheint in ihr Mund zu stecken, aber mit bloßen Fingern kann man das nicht rausholen. Wie bei sieben. Wie bei sieben. Mh. Mh. Den Klauenzwägel. Blutige Ring. Okay. Also können wir hier die Puppe Stück für Stück auseinandernehmen, ich habe das Gefühl. Okay, da kann ich nichts machen, das heißt, ich muss hier nach oben und Unterarm entfernen, klar. Aha. Aha, so, so, drei geschlossene Augen, eine Bürorin irgendwie mit dem silbernen Schlüssel. Weil da wird dann wahrscheinlich auch sowas wie eine Schere oder sowas sein, um das ich... Können wir auch, ja. Genau. Warum brauche ich so einen Mülleimer? Ich glaube, das wollen wir nicht essen. Ah, guck mal. Kennst du das? Objekt Recycling. Schön. Okay. 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 Und... Alter, verschlossen. Also, ich kann hier einfach nur schließen sagen, okay. Das ist verschlossen. Gar nichts, Alter. Dann fehlt mir nichts. Nee. Soll ich hier mitgehen? Den Wasserhahn kannst du aktivieren. Den Ring könnten wir jetzt mal checken. Setzen wir ihn wieder sauber an, ne? Ehering. Da fehlt aber noch... Sie sind ja ruhig, Alter. Ehering! Da fehlt aber noch was. Also, im Ehering. Ja? Ich glaube, da so ein Steinchen oder sowas. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Mit was im Ring? Äh, warte. Der Ring vom Blut befreit. Er sieht exakt aus wie mir das Ehering aus. Ah, eine Kombination. 05, 2, 9, 11. Okay. Also. Hochzeitsdatum. Und damit kommen wir aus der Tür raus. Also, aus fachmännischer Sicht muss ich mal sagen, ist der Fußboden nicht gut verlegt worden. Mit Linoleum. Das wälzt sich stark auf. Aha. Ist das eine... Eine schwankende Frau? Kann ich schräg hängen? Ja, wir können ja damit nicht... Also... Okay, keine Interaktionsmöglichkeit. Okay, gut. Gut, was an Schnüren hängt. Äh. Ich würde gerne meine Waffen wieder haben. Wo! Ist auch toll. Türen, die in beide Richtungen aufgehen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Eason. Leider spielt sie nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir die Kratzer übereinbringen können. Packt man das zweite Rädchen nach ganz vorne. Also das zweite von rechts ganz nach vorne. Und jetzt müsst ihr hinhauen. Ja, 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 ja. Fleißig. Ne Pinzettchen. Ne Pinzettchen, was schön. Da können wir jetzt erstmal das aus dem Mund holen. So, dann machen wir mal Munduntersuche. Machen wir mal den Mund auf. Dann nehmen wir uns hier die Pinzettchen. Schöne Pinzettchen. Und holen uns mal den Film da raus. Boah. Ah, den Affen. Wer? Was? Wer ist er? Das Kind ist nicht von Eason. Das Kind ist von Vater. Scheiße. Oder von Lukas. Ach doch. Ne, bitte nicht. Ähm. Mich wundert gerade, habe ich hier das... Ne, da haben wir noch nichts. Aber wir können ja hier schon mal einstellen für den da. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig. Und das da... Und der ist auch richtig. Ne, war doch auch gezogen. Drei geschlossene Augen waren es. Achso. Okay. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt müssen wir mal wieder dahin, wo die Filmstreifen waren. Kann ich zeigen? Ey, das ist doch wieder so ein... Ach man ey, das wird doch wieder so ein... Oh, das war mir. Das war nur deine Frau, beruhig dich. War nur deine Frau. Als Geist und ist sofort verschwunden, aber es war nur deine Frau auch. Ich würde mich um einiges sicherer fühlen, wenn ich eine Waffe hätte. Immer noch. So, lass mich raten die Sicherung, da kann man nix... Machen. Hehehe, du bist nicht in dieses Schloss. Hehehehe. Okay, wir müssen ja ein... Warum... Was mach ich jetzt zuerst? Erstmal lesen wir. Unsere glückliche Familie. Erstens. Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Zweitens. Diese Geschichte liebt sie. Drittens. Das Wichtigste in unserem Leben. Viertens. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Fünftens. Isens Beweis für seine ewige Liebe und Träume. Ach, jetzt musste das wahrscheinlich in so eine Reihenfolge bringen. Äh, okay. Kann ich jetzt hier schon... Ja, das seh ich ja hier schon. Warum muss ich mir jetzt den Filmstreifen an... Ah, okay. Ähm, so. Erstmal hier, ähm... Wurde ich mal sagen, die 2 kann ganz nach hinten. Der Beweis der ewigen Treue ab auf die 5. So. Dann die Geschichte... Das ist Oma. Wo war Oma? Tausch mal, äh, 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 Village of Shadows mit, äh, mit Rosi. Rose. Ich glaube aber, weil Rose war doch auf der 3, ne? Wenn nicht, guck mal nochmal kurz bitte. Rose bester Freund auf der ganzen Welt ist der Affe. Die Geschichte liebte sie. Das ist Shadow. Das Wichtigste in unserem Leben ist Rose und die Oma ist das Hochzeitsgeschichte. Alles hin. Ja, dann sagen wir mal abspielen. Aha. Oh, echt ja immer so ein... Ein Blair Witch Keller. Ach, das... Oh, entschuldige bitte. The Ring. Ich korrigiere mich. Oh, Gott. Ja. Nee. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin so froh, dass ich das jetzt nicht spielen muss. Haha. Ich bin so... Ohohoho. Ohohoho. Oh, Penny. Oh nein. Scheiße. Ähm. Sei tapfer, Mann. Haben wir hier irgendwo einen Safe Point? Ich würde jetzt, äh, gerne aufhören. Für immer. Oh nein. Das Publikum will nicht, dass du aufhörst. Oh, Mann. Ja. Oh Gott, nein. Ja, genau. Großartig. Ja, hallo, Ladies. Hello, my friends. Oh Gott, da ist eine Schere. Die brauche ich. Ja, danke. Oh, wir müssen leider zurück. Oh, die Schere, die brauchten wir ja für da hinten, für die Brust, für den Verband und so. Da müssen wir, glaube ich, erst mal. Ich weiß nicht, ob man dazu sagen darf. Ist immer noch deine Frau beruhigt. Warum geistert die denn hier einfach so rum? Man schaut ihre Ecke nach vorne. Kann man den Weg abschneiden, geht's? Warum ist die Tür auf? Weiß? Weiß? Mach die Tür zurück. Danke. So, wir nehmen die Schere. Schneiden jetzt hier den Verband auf. Das kommentiere ich jetzt nicht. Und da ist die letzte Scheibe. Äh, hallo? Geh mal bitte noch mal ans Arbeitszimmer zurück. Bevor wir jetzt da hinten die Scheibe einsetzen. Weil es kann nämlich sein, dass dieser kleine Durchgang mit dem Holz vielleicht einfach nur ein kleines Versteck war für irgendwas. Also, ich laufe dich gerne da noch mal hin. Ich wollte zwar gerade speichern, aber du, ich mach da gar kein Problem. Da ist, da hinten, ne? Ich weiß, dass ich da noch durch laufen hätte können. Aber ich wollte es erstmal vermeiden. Aus verschiedenen Gründen. Halt mal durch den Mist. Ich bin mal Blutchenbandagen abgesperrt. Mhm, 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 mhm. Ein Telefon. Nö, klingelt ja nicht. Mann, los, nimm ab, Alter. Nein, der klingelt nicht. Wann hat ich so eine Angst? Was ist das denn? Oh Gott, hier muss ich wieder was einsetzen. Ja, ja, ja. Guck mal hier, kann ich aufmachen. Guck mal hier, dann komm ich nämlich. Aha, aha. Wusste ich. So, abnehmen, sagst du. Okay, komm, wir nehmen ab. Wow. Nimm ab. Es hat nicht geklingelt, warum soll ich nicht abnehmen? Weißt du, jetzt lauf ich da hinten lang, jetzt fängt es gleich an zu klingeln, dann heißt es, äh, Benny, da klingelt es. Geh mal hinten ab. So, na gut, dann machen wir jetzt hinten die Tür auf. Nee, dreht's mal mit die Tür auf. man, also, da muss man, lieber, lieber Zuschauer, wie ihr bestimmt bemerkt habt, irgendwie, Benny hat ja nicht ein Problem damit, irgendwie, wenn er von, von wilden Monstern angegriffen wird, sondern, sein, sein Achillesferse ist der schlechende Horror, wenn nichts passiert und wenn er keine Waffe hat. Ja, wenn ich, also bitte haut in die Kommentare, wenn ihr ein paar geile Spiele habt, wo man sich nicht wehren kann, die Benny Let's Play muss. Ich würde sie so feiern. Na? Hier muss sich also keiner für Interaktion schämen. Da ist dunkel. Ja. Hallo? Gibt's eine Tasche? Ach, da kommt, ach, da, ja, wir haben es im Video gesehen, was da jetzt kommt. Nee, 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 machen wir nicht. Wir gehen nicht in den Brunnen. Nee, 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 nee. Hallo, wir bleiben hier. Guck mal, ach Mia, guck mal, ist doch nicht in der Poppe, oh, toll. Als ob ich jetzt da runtergehe. Dieser Drecksbrunnen Hab ich jetzt schon keinen Bock drauf Wie kann denn das knarzen? Das sind Steine Treppen Das ist die Wiege Das Krippen Die Kinderkrippe Da war ja noch eine Wiege, stimmt Du gesagt hast Sie bewegt sich auch von ganz alleine Kannst du wieder aufhören, dich zu bewegen? Ich wäre dir sehr verbunden Ja, 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 ich weiß Es gibt nur einen Weg Ja, ja, ja So, kann ich denn wenigstens runtergucken? Nee, ich kann, nee, rechts Und links kann ich gucken Oh, okay Lust jetzt zum Sicherungskasten Okay, ich gehe wieder hoch Was war das? Was? Oh, nee Wo ist Rose? Rose? Kommt doch von hier Nee Ist, äh, nicht da Okay, gehen wir erstmal zurück Machen wir den Sicherungskasten an Also, ich muss mal wirklich sagen Irgendwie, äh, jetzt beginnt das Spiel Wirklich, wirklich gruselig zu werden Ja Vorher war eher so eine Hatzjagd Irgendwie Äh Ja, okay, alles klar Ich glaube, wir haben mal einen kurzen Tapetenwechsel Schön Herzlich willkommen bei PT Wie? Oder ist einfach jetzt nur das Licht aus Und anders Ich glaube, die Wände sahen schon vorher so aus, ne? Und die sahen einfach, bis das Licht aus ist, ne? Äh, meinst du? Ich würde sagen, ja Warum hat sich das... Ja, das ist ja nicht nur auch gerade Alles war gut, alles war gut Cool, 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 cool Hallo, ich hab doch den Schlüssel. Jetzt muss ich den langen Weg gehen. So, jetzt haben wir erstmal gesaved. Man weiß ja nie, was da passiert. Ist ja wirklich Pityless. Grüßen, Alter. Quatsch, Visage. Folge den Dickdarm bitte. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn, macht ganz viel Sinn. Ja, man könnte wirklich sagen, oh, wer hat da jetzt sich von wem was? Fuck you. Nix da. Ist mir egal, ich hab jetzt einfach nur grönen gehört. Ich geh jetzt hier weg. Aber wo willst du hin? In den Brunnen. Ich geh in den Brunnen. Ich kann nicht zurück. Was ist das? Hey, Dede! Hey, Dede! Hey, Dede! Geh mal da hin! Oh! Iiii! Was ist das? Iiii! Oh Gott! Oh Gott! Tschüss! Äh, lass mich denn wohl. Nimm mir doch in den Arm, jetzt hat er doch Angst! Ich bin jetzt weg. Ich geh zum Sicherungskasten. Wo ist der scheiß Sicherungskasten? Da. Oh, ist das eklig, ey. Ja, entriegelt. Und, äh, nimm Dattie. Nimm Dattie, nimm Dattie. Jetzt bist du wieder zurück. Äh, Hering? Ohne Sicherung kommst du hier nicht weiter. Okay, dann gehen wir zurück. Gar kein Problem für mich. Hallo Puppen! Tschüss! Lässt du mich hier runter? Tschüss Puppen! Wie, du klingelst jetzt zum Telefon? Du klingelst jetzt nicht. Da, 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 da! Ja, guck mal. Tür geht auf. Auf, mach auf. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gibt's hier irgendwo Waffen? Waffen, 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 Waffen! Ich brauch Waffen. Du kannst dich ja nicht wehren, Alter. Also... Nee, bis auf das hier? Äh, äh, äh. Kann ich nix machen. Äh, äh, äh. Du musst mir dann nur fliegen. So. Ich will eigentlich... Oh, na guck mal. Hier, schön verlosert auf dem Boden. Jo. Wieder ein Spiegel, wo wir uns selber nicht sehen können. Ein schönes, ja. Tracht, eine schöne Tracht. Danke. Oh, hier, Visage. Visage. Ich oben. Äh. Was? 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 Warte mal da hin. Hast du den jetzt gerade aufgemacht oder hat der dich schon eh nie gerade geöffnet? Nee, das habe ich gemacht. Ich habe nur ein F gesehen und dachte mir drück mal auf F, mal gucken was passiert. Oh shit. Was passiert jetzt? Also wir sind jetzt in dem Schrank drin. So. Also müssen wir uns vor dem Kinn verstecken? Wahrscheinlich irgendwie. Na dann zurück zum Fahrstuhl. Also zum Sicherungskasten. Hide and seek technisch bin ich ja gar nicht... Oh Gott. Okay. Okay. Mach die. Mach die. Warte Schranktür. Entschuldigung. Dieses Atmen geht mir so auf den Sack, weil da lass ich mich lieber schnappen. Bevor der da so einen Anfall kriegt. So einen epileptischen Anfall. Keine Ahnung. Angst. Ich habe auch Schiss wie... Ja, dann laufen wir mal hier hoch. Oh Gott. Hier geht's, Alter. Wo kommt der? Da kommt der durch die Tür? Nee, nee, warte mal. Ich habe die Befürchtung, dass er da durchkommt. Nee, 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 nee. Ist das eklig? Na, hier, in den Schrank. Mach zu, den Ding. Nee, 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 nee. vor allem ich sehe nichts also ich weiß nicht wann der da draußen okay ich weiß mal was ich bin noch mal ein Küsschen ist doch nur Kai vielleicht hat er Hunger oder will man ein Bäuerchen machen oh scheiße oh scheiße NEIN PAMI NICHT NEIN ich bin schneller ich bin schneller also ich hoffe ich bin schneller du bist so ein YOLO Typ alter bin ich schneller? ja ich bin krass 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 Benni Respekt was hat der denn hier gemacht? Party so ne man weiß ne ich bin zwar immer nicht so der Freund aber ich mach mal den Steven safety first ich möchte von dir nicht ein Bruch mehr über safen hören alter ey in so einer Situation ist es völlig das ist völlig gerechtfertigt ja aber ja ist mir jetzt egal wir können entkommen sicher mach auf hier ja ist ja schön dass du dich fröhst mein Geheimgang ist weg hatte ich den Schrank? das ist um den Tisch einfach nur rum ja lieb he Oh, was ist das? Was ist denn mit denen los, Alter? Das ist ja nicht so ein Spiel, ey. Wo ist sie? Habe ich eine Waffe? Ich habe aber noch keine Waffen. Oh Gott, lass mich doch in Ruhe, ey. Da komme ich nicht. Die kommt immer näher. Das krasse ist irgendwie, du weißt, dass das die Lara ist, so, wisst du? Also, macht es jetzt irgendwie für mich jetzt nicht mehr so gruselig. Na, ich sag mal so, die Effekte, also jetzt das Lachen okay, aber so, ne, hier so flackern und so. Ja, die Jumpscares sind trotzdem noch da, ja, sicherlich, ne. Ja, das ist ja ein wunderschöner Puppenzimmer. Da unten liegt sie, da, direkt in der Mitte. In der Mitte. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch, hm? Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde nicht kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Gebt mir doch einfach meine Waffen. Willkommen bei Emily Wants to Play. Alter, alter, alter. Guck mal, die auch noch so scheiße. So, wo ist sie? Ich laufe jetzt einfach nach oben, ist mir völlig egal, ob das jetzt richtig war oder nicht. Da geht sie weiter. Bist du hier? Lara? Wo bist du? Oh Gott, oh. Das ist gewackelt. Ja, da bist du doch. Gotcha. Aua. Wenn es raus nicht gäbe, dann wäre alles Schuss. Röder. Jawoll. Ich will Waffen finden. Ich will sie töten. Wo ist sie? Sind sie bestimmt wieder runtergerannt? Boot, boot, boot. Boot, boot, bist du? Oh, dann fangen wir doch mal in der Blutbrunne. Ja. Oh Gott, das mit den Köpfen, ey. Oh, das ist ja. Hallo. Ich hab ne Überraschung für dich. Oh Gott. Wo bist du, ein kleines Mistmadenviech? Ja. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ich mag dieses Gezitter. Geh mal aus dem Raum raus. Raus aus dem Raum. Ja, und dann? Ja, ich glaube nicht, dass sie sich so aufschaukeln und dich dann angreifen, wirst du? Okay, da kann ich nicht... Sie musste... Sie musste... Okay, also läuft anscheinend wirklich ein Counter ab irgendwie, bis wir sie gefunden haben. Da bist du. Ah, shit. Ah, shit. Nee, aber nur mit dir geh ich so um. Komm her, hier. Ich würde gerne schneller laufen. Du bist ja bestattet. Oh, das war jetzt nicht so weit, wa? Du kommst hier niemals lebens raus. Hö? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha! Ha, ha! Blöder Idiot! Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Damit haben wir Zweiten Schlüssel Und Das dritte Teil für den Hauptschlüssel Ja und die Zweite Gräfin quasi Weg Von vier Hast du deine Waffen wieder? Ey ich hoffe Wie kann ich denn jetzt Ja ich kann es drehen und Ah Mann ey Diese Melodie Sie haben ihre verlorene Habseligkeiten Wiedererlangt Nummer zwei Beine Angie können wir bestimmt verkaufen Das war heftig Das war mal heftig Alter Oh Gott Mel zurück zum Duke Ja auf jeden Fall Ab zum Duke Wir verkaufen Wieder Sachen Boah das war richtig krass intensiv Mein lieber Herr Und ich hab's selber nicht gespielt Ich hab was zugekickt Das war echt heftig Benny Alter Chapeau Ich zieh meinen Hut Mein Freund Ey das war jetzt gerade richtig Anstrengend für mich Und drehen umdrehen 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 Alter was ist das denn für Viecher Also erstmal haben wir hier Hallo Alter Scheiße Müsst ein bisschen umsortieren So und die Patronen jetzt einfach da an die Seite Und dann dürfte sie so passen Probier mal aus das Ding Alter Scheiße Hier kommt mal alle rein Hallo Sie streut gut ne Aber ist Recht weak das Ding Ja das stimmt Oh der war nicht gut Ja warte kurz Achso ich dachte ich hätte ihn wegstoßen können Schade Nuss dann draußen Oh Na komm Die tut mir ja weh Die gute alte Hör mal So komm mal her Alter nimm diese Puppe weg ey Kommt die dir jetzt vielleicht bekannt vor So Dat da Dat da 28.000 Oh Oh neulich alter Ne die sollte ich aber belassen Genau Den wollte ich noch belassen Weil ich glaube dass wir da noch den Kopf finden Ja definitiv So komm Lass mal erstmal das Hör mal erstmal ein und reiß ich drauf Ach wir haben Herzanalyse Entschuldigung Porzellanpuppen sind sehr beliebt Weißt du Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten Ja ja Mal zurück oder Ja So Freunde Ich hab hier noch Schuss Und hab Bock Ein paar Leuten auf die Fresse zu geben Oh yeah Da und Da und Da Nice 3000 Lines Und Da Wie Wo sind die hin Das ist jetzt aber Das finde ich nicht Wahrscheinlich Wahrscheinlich wird das getriggert Wenn wir nochmal von der Brücke kommen Achso das Wie hat diese Mehl Ich würde mal wirklich interessieren Was diese Mehl für einen Effekt hat Hier war doch vorhin Ach ne da war nur das Kristall Aber der Kristallschäden Ne der hat wirklich nur Ich hab das mal Mir angeschaut Das soll wirklich einfach nur zum verwirren Sein Für die Gegner Okay Also dass du die kurz damit blendest So und dann Im Teil entkommen kannst So Da ist noch was schönes Hier ist noch was schönes Ah Okay Wir brauchen also anscheinend Nochmal so ein 2000 Ähm Ja So ein Miniatur Castle Genau Eine Murmelbahn Ah guck mal Hier haben wir noch ein Brünnchen Brunnenkubel Aha Schön Den hätte ich eigentlich eher Bei der Bei der Links erwartet Bei der Purple Lady In dem Haus Hier geht's rein Gucken wir gleich Oh deine seltsamen Vogels Na den holen wir uns doch Okay Will der blau Ah Explosivgeschoss Ich würde gerne mal dazu Irgendwie Die passende Waffe finden Ja Ah Schlüssel des Gangenbauers Aha Da geht's doch denn wieder Boyder Gucken wir jetzt mal Was haben wir hier 20. November Donner Donner scheint glücklich Aber Aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab In die Erde Einbrachte Fühlte ich mich Plötzlich benommen Und meine gute Frau erschien mir Wie im Traum Als ich dies Donner gegenüber Erwähnte Schien sie begeistert Und lud mich In ihr Haus ein Sagte ich würde meine Familie wiedersehen Ich weiß zwar nicht Was genau sie damit Meinte Aber das war doch Sehr nett von ihr Okay Mal schauen Irgendwie ne Wir haben ja auch Glaube ich So eine Aha Aha Momelbahn Oh Jetzt wird Seitenbegrenzung Die ist aber Gefährlich Vor allem Diese Seitenbegrenzung Geht da hinten Ganz schön schnell Auf und Ab Ah komm Probier's Da Die Kugel Ruhig 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 Braune Ruhig 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 Das war aber glücklich Jawohl Das war super glücklich Erstmal Das war Onyx Schädel Was ist das Für eine Sache Mit diesen Kristallschädeln Hier irgendwie War jetzt aber Mehr Glück Als verstanden Muss ich ganz ehrlich Sagen Naja Muss ja auch mal sein Ich denke Die lassen dich Wirklich für die Schätze Ein bisschen laufen Irgendwie Also Es kann sein Dass wir zum Beispiel Jetzt irgendwie Im Haus des Geigers Irgendwie die Grabplatte Hier finden Was wir mal Auf jeden Fall gucken können Wenn wir jetzt Auf dem Friedhof sind Ist der blaue Vogel Können wir uns das Bild Nochmal ganz kurz angucken Ruhig Ruhig Eines seltsamen Vogels Ist aber nicht der Friedhof Das ist der andere Friedhof Im Village Ist halt genau Da sieht man ja Wo die Opferstätte Für das kleine Ziegenstück War Genau Ich glaube Den sollten wir uns mal angucken Ich glaube Der ist bestimmt Der gibt uns besonderes Fleisch Freunde Ich habe euch gefragt Wollt ihr jemanden fragen? Oh Das Klo ist auf Schön Ja Snap Snap Äh? Ich wollte eigentlich Nochmal zu Die sind mir eigentlich zu schade Egal Den brauchen wir jetzt Hier für Stevie wieder Ne? Ganz nah Und der Vogel ist weg The Peep Mats It is Saftige Flügel Da ist der Rest So nice Können wir jetzt hier rin? Jawohl Aha Aha Claudia Gehen wir erstmal zum Duke Geben ihm das saftige Fleisch Willkommen Wollt ich ihm eigentlich nicht noch mehr essen geben So wie er aussieht So Weil das Ding glaube ich Mag ich mal gesundheitsstark beträchtlich Ich glaube das Ding ist The way to go Ah Danke Das heißt doch Wir brauchen noch ein bisschen Geflügel Heißt ich darf Hühnchen Ne? Du darfst Ja du darfst Hol dir die Hühnchen Und Ach Wilt Wilt haben wir ja auch Guck mal hier The Wild Mute Denken wir aber erstmal wieder hier zurück zum Damit wir den Bereich abgeschlossen haben Gucken wir uns jetzt nochmal kurz das Grab an Was da für ein Schatz hinterlegt ist So Dann gucken wir mal was Lisch Oh 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 Fuck Alter wer ist er Legt Mine man Alter legt Mine Kommt der überhaupt da hoch Aber du hast recht Ich könnte ja mal hier Wo haben wir denn meine Rohrbomben Wo kam der denn her Das war aber nicht Der Der Ich kann ja mal hier Oh Ich kann ja mal hier mal zu Junge, das hab ich mir doch erzählt. Hau mal, hau mal ne Mine noch hin. Ja, hau mal ne Mine mit drin. Ich kann nicht so schnell die Mine auswählen. Du bist witzig. Na, im Pause-Menü... Im Pause-Menü... Na ja, klar. Im Pause-Menü, äh... kriegen wir jetzt aber keinen... keinen Angriff, ne? Oh, zack. Perfekt. Jetzt locken an. Ne, der ist trotzdem noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt so... blocken kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich... the way to go ist. Der hat schon richtig viel gefressen. Na ja, die... Warte mal, ich probier mal was aus. Ja, komm her, her. Komm. Oh, der springt. Wow! Wir kacken, dreist. Hallo! Danke, tschüss. Echt? Na komm, Alter, kill den. Ja, wie denn? Ich weiß ja nicht, wo seine... Komm, gib ihm jetzt ordentlich Headshots irgendwie. Wo seine Weak-Points sind. Hahaha, ein Schuss hat neu fehlt, Alter. Geil. Hahaha, nice, ey. Das ist eine Riesen-Axt. Oh, da bin ich ja mal gespannt, dass die kommt. Okay. Der kam jetzt aber wirklich aus der Kalten, der Kumpel, oder? Mein lieber Herr. Oh Gott, der war jetzt... Ja. Alter, der war jetzt... Ja. Der hat aber richtig, also der hat 5 Rohrbomben, eine Mine, mehrere Schrotflinten und... Sniper-Munni. Na gut, und ein Schuss mit der Pistole. Hahaha. So, ab zum Duke. Mal gucken, was uns jetzt diese geile Axt... Also das, was wir gerade herausholt haben. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Wie viel uns die bringt. Okay. Boah. Okay. Hahaha. Das ist lukrativ. Ah, siehst du, wir können die Puppe noch zusammen setzen. Stimmt, das machen wir auch vorher. Ich hoffe, dass mehr als 5000 wird, irgendwie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Äh, ja. Also der Kopf einzeln kostet 2000, der Körper kostet 3000. Ah, wir haben ein Foto wieder. Da. Schätze. Wo ist er? Da. Da ist der? Nee, da ist der. Genau. So, und jetzt hier raus. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So, und... 20.000. Da sieht man mal, dass die Summe der Teile doch ein bisschen mehr ist als die Einzelkomponente, ne? Mhm. Ja. Ja. Also, äh, Kohle ist erstmal relativ ordentlich dabei, würde ich sagen. Prächtig, was das wert ist. Alter. Wup, wup. Jo, jetzt haben wir gespeichert und, äh, als nächstes gehen wir jetzt hier den Schlüssel einsetzen. Im Haus des Geigers. Genau. So. Schlüssel des Geigenbaures. Da gehen wir jetzt rein. Happy Birthday! Oh, am 27.09? Oder wann? 21. 27.09.17. Aha. So, dann gucken wir mal, was wir hier für einen geilen Schatz finden. Aha, okay. Aber so, das schreit auch schon wieder nach einem Code, oder? Eigentlich. 27.09.17? Stimmt. Oh, ein paar schöne Werkzeuge. Was sehen wir da? Kugelhammer sehen wir da. Hm, was da ist da? Oh, schön. Engländer haben wir da, paar Schraubenzieher. Hm, wunderbar. Alles dabei. Ach. Ach. Ach, du, als hätte ich's. Du. Was war das? 27.09.17. Jo, dann gehen wir mal ein. Jo, dann gehen wir mal ein. 27.0. Nein, falsche Richtung. 9.17. Und was ist das? Das erweitert das Magazin für das F2? Für die Snipper! Ist, ja, ist das die F2? Ja, hier. Da. F2 Rifle. Ja, geil. Hammer! Können wir doch mal hier gleich mal das Teil ausfußt hin. Damit haben wir, glaube ich, das Ding hier full equipped. Cool. Schön. 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 Das hat doch was gebracht. Äh, und sag mal hier, der, 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 der Adler, den wir jetzt Zeit gefunden haben gerade. Äh, ist der, äh, 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 kombinieren wir mit irgendwas, oder, äh, äh, so ein Standalone-Ding? Äh, ne, ist ein Standalone-Ding. Sehr wärmvoll. Okay, alles klar. Ja. So, was haben wir denn hier wieder? Ich werde Ihren fünften Geburtstag nie vergessen. Okay. Das war aber bestimmt der Hinweis wegen dem Code. Ja, und, äh, eigentlich normalerweise, ja, wenn es nur richtig Resident Evil ist, müsste nachher irgendwo noch eine Selbstzerstörung eigentlich initialisiert werden. Ich glaube, äh, wenn ich mich nicht wirklich stark täusche, ist es wirklich in jedem Resident Evil Teil gewesen, dass zum Schluss nochmal einfach eine Selbstzerstörung irgendwie von irgendeiner Anlage aktiviert wurde. Ich bin nicht bei einem Fit hier selber, Benni. Vielleicht wird doch doch explodiert. Wir haben nur eine Sache haben wir hier anscheinend noch nicht gefunden. Eine Sache haben wir nicht gefunden. Oh, dann haben wir einen Boko vielleicht. Ja, weil hier sagt er... It is red. Ah, ich verstehe. Vielleicht noch irgendwo so ein Kristallbruchstück. Ja, ich überlege gerade, sag mal, ist der, ist jetzt gerade das kleine Mädchen bei dir zu hören oder ist das hier im Spiel? Äh, was für kleine Mädchen? Ich weiß nicht, hier war gerade ein Kind zu hören. Das ist nicht im Spiel. Jo, jetzt haben wir hier das Haus soweit durch. Warte mal, oder? Ja, durch. Wir hätten ja auch das Gefäß noch zum Einsetzen, ne? Irgendwie auf dem... Stimmt. ...zeremonienplatz. Na, dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Zeremonienplatz. Ja, das ist der Weg. So, aber komm, lass uns das Glas einfügen hier. Glas Nummer zwei. Äh, wo ist es denn? Plakon, Beine. Ah, da. Und eine weitere Verankerung löst sich. Krass. What? Oh. Was hat das? Knackt. Okay. Knaggeli-knack, Alter. So, okay. Können wir denn noch irgendwelche Rezepte jetzt beim Duke einlösen? Du willst dich nur umsehen. Tu dir einen Zwang an. Duks Feinkost. Das eine. Saftige Geflügel. Hier könnten wir zum Beispiel. Ah, da fehlt uns noch ein Wild. Fehlt uns noch. Schade. Aber komm, lass uns erstmal abgeben. Ah, danke. Ah, danke. Kohlrohlade mit Fisch eine Selte. Schön, schön. Ganz toll. Klasse. So, was ist der Plan? Okay. Ich würde sagen, wir haben... Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Das denke ich mir schon, wie du so aus hießt. Ähm... Ja, wir hatten ja noch den Schlüssel quasi letztendlich, um jetzt links in die Tür reinzugehen, ne? Ach ja. Genau. Die Frage ist jetzt... Was ist da oben für ein Symbol zu sehen? Eine Mähung? Okay, dann ist das... Nee, Heisenberg ist es nicht. Dann ist es dieser... 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 Möhre? 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 Keine Ahnung. Möhre? Tch. Die... Möhre. Let's check this out. Ah... Hier geht's... Ah, das ist die Windmühle. Windmühle. Oh! Ein bisschen... Hallo! Alter! Was ist das denn? Der war jetzt aber... Der kam unerwartet. Was war das denn bitte? Der kam unerwartet. Was haben wir hier? Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn da draußen auf und ab gehen. Er hat mich mal gezockt, als ich ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein Feierhund. Wenn ich zu einem alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann nicht beschützen. Es ist nicht weit. Verdammt, mir ist es so kalt. Ich kann meine Beine nicht befähigen. Tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Ach, guck mal hier. Das ist Ihr Mann. Das ist Ihr Mann. Ihr Vermisster. Du erinnerst dich? Stimmt. Jajaja. Ahhhh. Hat er denn noch was liegen lassen, außer die Notiz? Außer literweise Blut? Gott, das Pferd. Das arme Pferd! Ja, den... Können wir hier hoch? Stimmt, oben war ja der Glockenton, Mann. Das Getürn? Das Getürn? Findet man da jetzt was? Äh, äh, äh... Wo ist er? Das Problem ist aber, ne? Er hat schon gesagt, so normale Kugeln können ihn nichts anhaben. Ach, ach, ach... Ja, was müssen wir denn mit ihm machen? Hide in Sieg mäßig schon wieder an ihm vorbeilaufen, oder? Ich... Denke, Konfrontation sollte jetzt nicht unser Ziel sein. Ja, wir haben auch zu wenig Munition dafür. Wir haben nur 11 Schuss insgesamt. Naja, vor allen Dingen... Sniper wird uns helfen. Genauso wie alle anderen Waffen. Weiße. Ähm... Ja, warte mal. Wir müssen ja... Wo müssen wir denn... Wo wollen wir denn hin? Wir müssen... Hier können wir nochmal hin zum Schatz. Und ansonsten hätte ich keinen Schimmer, wo wir sonst hin könnten. Genau da, wo du gerade runtergegangen bist. Geh mal runter. Also hier meinst du? Da ist der Durchgang, genau. Okay. Da müssen wir irgendwie vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob wir über den Fluss kommen. Oder durchs Flussbett müssen. Ja, ja. Vielleicht wird's mal probieren. Ja, schön ist, dass er genau da gerade langläuft. Ja, absolut. Kannst du mal mit dem Sniper die Lage vorne sondieren? Ob man da irgendwie vorbeikommen könnte? Ja, da ist ein Loch im Zaun. Da können wir mal durch. Und dann hört's aber auch schon wieder auf, leider. Weil hier haben wir dann Strohballen und hier ist der Zaun. Der Zaun sieht nicht aus, als ob wir den kaputt machen könnten. Ich würde mal sagen... Komm, lass uns mal vielleicht probieren, dahin zu schleichen. Also wir haben gar keine andere Wahl irgendwie. Was ist denn das für ein Vieh, bitte, ey? Ja gut, denn... Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Leiter nehmen, aber gut. Aber wir haben jetzt keinen Damage genommen, oder? Nö. Reagiert der auf mich? Reagiert der auf mich? Äh. Ja, reagiert auf mich? Warte mal, wenn ich jetzt... Okay, komm, 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 komm. Wir laufen. Wir gucken, ob wir schneller sind. Ich glaub zwar nicht dran, aber okay, 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 okay. Run, boah, run, 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 run. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, Benny. Oh, scheiße. Ich wollte schnell F drücken. Lass mich doch hier. Ah, das kenne ich stabile Substanz. Okay, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich muss mal ganz kurz irgendwo mich rein verdünnisieren, wo er mich nicht kriegt. Wie hier zum Beispiel. Äh. Hier ist schon besetzt. Nix besetzt. So, weil es sieht nämlich aus, als ob wir... Guck der von oben? Ne. German. Wir gucken nochmal ganz... Wahoo! Haha, scheiße! Damn! Das ist ein Agro. Okay, okay, okay. Wir gucken mal ganz kurz, weil wir haben doch noch... Haben wir nicht! Scheibenkläße, ich dachte wir hätten Rohrbomben. Rohrbomben, uhhhh… Eh, können wir Rohrbomben herstellen? Ja. Eine. So, warte mal, wie könnt ihr denn... Na, machen wir mal vorsichtiger, aber zwei. So, denn, äh... Rohrbombe, 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 da ist sie. Die werden wir jetzt ausrüsten. Ich würde gerne wissen, wo der jetzt hin ist. Hallo? Bist du vor der Tür? Der ist auf jeden Fall unmittelbar in der Nähe. Ich würde gerne wissen, wo er sich verdünisiert hat. Da hinten ist er. Ich sehe ihn durch die Fässer durch. So, wenn er jetzt Richtung... ...Turm wieder gehen würde, würde ich mich darüber sehr freuen. Hallo? Wir probieren es mal sneaky. Ohne zu rennen. Einfach in der Hoffnung, dass er uns wirklich... ...nicht hört. So, und hier heißt es ja... Hier hieß es ja... Äh, hallo? Hieß es nicht hier, dass es hier irgendwie... Warte mal, wir probieren es einfach mal. Nice. Das hat funktioniert. Schau mal, ob er dir jetzt hinterher kommen könnte. Ich hoffe nicht. Okay, aber ich glaube, er ist... ...er ist nur auf das Dorf begrenzt. Okay. Und da sind wir schon bei der Windmühle. Okay. Also hier muss ich wahrscheinlich noch eine Rohrbombe hinschmeißen, damit wir an die Leiter kommen. Haben wir denn nicht irgendwas anderes, was Feuer gemacht hat? Sie haben keine Fackeln mischt, wahr? Nee. Guck mal, hier sind Schweinchen. Weil du musst ja... Ach, verdammt ey, jetzt muss man echt... Ich hätte gerne den Granatwerfer gefunden. Dann kannst du... Benutz mal kurz das Messer. Einfach mal nur auf doof. Vielleicht funktioniert es ja schon mal mit einem Messer. Scheint nicht so. Ich kann ja mal... Ah! Draufschießen hätte es auch getan. Okay. Äh, ja. Die Leiter funktioniert ja top. Das funktioniert nicht. Hochklettern. Jetzt kann er springen. Ja? Jetzt kann er, ne? Jetzt... Jetzt auf einmal geht's. Es ist... Ich muss boilen. So, okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen wild. Eigentlich? Ach, Mann. Die haben ich Meintchens. Ja, ja. Tut uns auch leid. Oh. Ah! Ich hätte gedacht, dass ein Kopfschuss ein bisschen besser wäre, aber gut. Liebe Zuschauer, bitte seht's uns nach. Irgendwie, äh... Es ist leider vom Spiel so forciert irgendwie, dass du weiterkommst, indem du Fleisch abgibst. Dies bekommen wir leider nur, indem wir diese armen Schweine getötet haben. Und hier haben wir den nächsten Murmelkasten. Der nächste Murmelkasten. Ja, irgendwie war... Wo war... Guck mal hier, wieder schön gelb, ne? Hier können die Brunnen... Äh... Die Brunnengrube können wir hier nicht benutzen. Ne, der hat ja auch einen anderen... Differenzial da drin. Aber vielleicht finden wir ja hier, in der Mühle, das passende Stück. Das passende Zahnrätschen oder so. Der Mühlstern. Brot, ein seltenes Tier. Ach, wie schön. Das Schwein. Okay. Äh? Ich wollte mir das noch in Ruhe angucken, aber gut. Kann das sein, dass wir das Schwein schon... Hatten wir nicht schon so ein weißes Schwein mal gefunden? Glaube ja. Okay, stopp, 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 dreh dich mal kurz um, bitte, Benni. Da war ein Schild um. Aufzug zum Stausel. Okay, gut. Okay. Jetzt geht's... Ach, wie ich diese Wände liebe. Ja, jetzt gehen da und da. Okay. Lass uns gucken. Vor allem bin ich auch wieder gespannt. Ja, wenn es jetzt wieder ein neues Haus ist, was uns jetzt für Gegnertypen entgegenkommt. Und es geht immer noch weiter hinab. Hm. Das ist ja mal... Okay. Jetzt kommt Überraschung, Überraschung. Lukas! Das sieht ja mal gar nicht unheimlich aus. Ja, doch wieder sehr verschachtelt alles, ne? Ah, okay. Ein Minenstollen soll das sein. Okay, hier kommen wir nicht durch. Jetzt könnten wir dem Minenstollen folgen oder da vorne nochmal langlaufen. Ja, mit dem Ganzen kann man sagen, ist das ein ganz schön nasser Keller, wenn ich mir so die Wände angucke. Und wer hätte denn hier sein Müll hängig müssen? Schau doch mal. Und ich muss immer noch wieder betonen, ey, wie geil ist diese Grafik, bitte? Boah, das sieht ja fast aus wie eine Tech-Demo. Oh, 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 oh. Äh. Oh. Kann es wirklich... Da ist Morrow. Und er guckt sein Lieblingsprogramm. Ein RTL. Din, 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 din. Das wird er nicht. Als ob ihm das nicht auffällt. Klar. Ja, er guckt definitiv RTL. Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt, was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind. Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, warte, warte. Bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage, als die... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Was ist so lustig? Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dich. Was soll das? Das ist mein Revier und ich lass dich nicht gehen. Ich kann hier nicht durch. Nee, ich kann hier wirklich, ich kann hier wirklich nicht durch. Schade. Wir sind festgeschleimt. Ja, tatsächlich hat der, äh, so was, so was, äh, Gollum's Mergol... ...artiges an sich irgendwie, ne? So Zwiegespalten. Verlass es dir nicht. Ein bisschen drümmelig jetzt. Kann ich hier irgendwas machen? Kannst du irgendwas mit dem Messer kleinschlagen? Das Holz vielleicht? Unten? Nee. Okay, jetzt mal ganz blöde. Kannst du unten eventuell diesen Glasbehälter wieder unten durchschieben? Ja, ich kann ja nichts, wird mir ja nichts angezeigt, dass ich da was hinlegen könnte. Hm, okay. Warum so irgendetwas? Na, die Lampe. Ich komme mir denn jetzt hier raus und werde jetzt hier gefangen. Kannst ja jetzt nicht sein. Ja, wahrscheinlich kann ich das. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ey, warum kann ich denn jetzt... Okay. Warum auch immer. Wuhu! Äh, okay. Doch. Nein! Ich werde mal ein bisschen schneller laufen. Äh, dieser Eingang war doch zu, oder? Ja, das ist... Okay, da hat er alle zugeschnoddert. Zugeschnoddert ist auch schön. Naja. Ah, guck mal, hier kommen wir nach oben. Jetzt ist die Frage, wollen wir raus oder wollen wir nach oben? Mal wieder mein Trigger-Happy-Finger. Hier gibt es noch Munition. Ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an, alles. Irgendwie, das... Also... Na gut. Wir haben ja blind geraten. Kann ich jetzt, warte mal, F-Untersuchen? Sieht es aber richtig aus. Aber exakt, exakt so gefallen, dass man rüberlaufen kann. Perfekt. Oh, schön Wasser. Oh. Ach, die kann ich jetzt kaputt machen. Okay. Okay. Der wird schon, ne? Aha. Ja... Das sieht doch wieder nach... Oh, die Gras aus. Oh. Nein. Metall-Rest. Reicht anscheinend, wenn man die mit der Schnipper einfach nur trifft? Naja, wir hatten sie letztes Mal nochmal gepimpt. Vielleicht reicht das jetzt schon aus, wie eine normale Lykaner. Ja gut, für so einen richtig Bösen wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr viel Boots-Schlüssel. Wie z.B. er hier. Ja, z.B. Shit, ich hab echt recht wenig Muni. Du hast dann auch eh eine Rohrbombe, ne? Ja. Ja. Wow. Oh. Ja, okay. Er ist drin. Boop-Boop-Boop. Ja, die krieg ich nicht so schnell ausgewählt. Out of ammo. Okay. Ich bin nur auf den sechster Schuss gewesen. Was kann ich denn recht und kreuz da mal rum? Nicht nur einer. Oh, drei. Wow. Nein. Oh. Okay, der tobt dann. Ja, wirst du mal nicht rausgekommen. Tja. Mal in der Bude geblieben. Hat er uns dafür irgendwas hier schönes freigeschlagen? Nee, hat er nicht. Aber wir können jetzt eine Bootstour machen. Guck mal, wir haben jetzt einen Schlüssel zum Bootshaus. Nice. Ich würde mich aber eigentlich jetzt so ab und zu mal über ein bisschen Munition freuen, Freunde. So, da würde ich jetzt, da hätte ich Spaß dran. Also wieder rinnen in den Stollen und Treppe runter. Ach so, meinst du, das war jetzt einfach nur erstmal so... ...den Schlüssel zu bekommen. Den mussten wir wahrscheinlich hierher. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hinten raus. Hier ist schon wieder ein Grabstein. Hier sind die Graeber. Oh, da wurden wir in den Zitronen geopfert. Ist es aber auch in dieser Ecke eine seltene Frucht. Da fragt mich, wie kommt hier eine Zitrone her? Also hier kommt doch nicht irgendwie mal der Fruchtexpress vorbei. Okay. Gab es schon immer so viele Windmühlen hier hinten? Ist, äh... Oh, oben auf dem Dach. Okay, also drei Headshots. Drei Headshots ist aber auch wirklich heftig irgendwie. Also wir reden hier von Kopfschüssen. Ja, das ist... Das ist doch völlig unrealistisch, das Spiel. Ist doch totaler Quatsch. Sag mal, drei Kopfschüsse. Oh, ja, ja, zum Lasern. Zum Lasern? War der Norbert Android außer zum Lasern? Ne, dann müssen wir erstmal Lasern. Sei so gut und bring den Bootsschlosser zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot. Also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Yay! Na dann. Na, auf geht's. Scheiße. War nicht der riesige Fisch extra hier für unser Rezept? Gab's doch auch so einen Special-Fisch. Achso, äh, äh, saftigen Fisch? Ja, ja, irgendwie so ist das. Okay. Kann sein. Und hier ist ein Boot. Womit wir schippern können wahrscheinlich. Motor starten. Das ist halt die Frage, können wir das Boot selber steuern? Oder werden wir denn einfach... Trägert das einfach bloß eine Sequenz, dass wir losfahren? Und das aus? Das wäre mal interessant jetzt. Oh, ich kann es selbst steuern. Ja, auf. Auf, auf. Aber warum komme ich denn? Kann ich jetzt hier eigentlich aussteigen und schwimmen? Ja, wer will denn das? Guck dir mal das Wasser an, was das für Brackwasser ist. Stausee. Voll das Bracke-Wasser. Grüße, Mario! Okay. Aha, aha, aha. Das ist ja mal ein Staudamm. Okay. Oh, okay. Was war das? Okay. Ja, also hier habe ich auf jeden Fall ganz schön heftige Resident Evil 4 Flashbacks gerade. Also die Steuerung lässt sich aber ganz schön hart zu wünschen übrig. Ja, ist die so flickerig an der Watt? Ja. Ja, und Open World ist anders. Da vorne ist doch eigentlich... Ey, du bist ja so schnell gedreht hier. Okay. Nur tippeln, merken, nicht gedrückt halten. Okay, also ich kann wirklich nur bis dahin und dann war's das. Gut. Also ich kann nicht währenddessen irgendwie aussteigen und fischen. So richtig. So die Angelreihe einfach rein raushauen. Und viel entscheidender, nicht schießen. Ja. Was? Was ist das denn? An der Forschungsstation? Was läuft dir für ein kranker Scheiß? Runter, Fabian! Halt still, verdammt! Ethan. Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade... ...wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier. Und Miranda weiß es. Hey, hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Schau! Oh, shit! Blatvek! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Ja. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott. Mutter. Warum? Warum? Oh. Äh. Oh. Okay. Oh. Ja. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Nee, nee, nee. Ich brauche festes Land. So, hier, da, ja, ja, sowas. Bloß mit vorm Steg, ey. Alter. Okay. Der hat das Ding mal komplett weggefetzt. Okay. Okay, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir wieder auf Chris getroffen. Chris Redfield? Ja, der ist ja echt suspekt in diesem, in diesem Teil, ne? Irgendwie. Also, man könnte schon fast sagen, ein Arschloch. Also, ne? Verdammt. Was jetzt? Muros Klinik. Oh. Oh, das ist auch alles ja, also, das, oh. Ja, voll von pein gebeutelter Typ, ey. Also, der muss anscheinend nur Schmerzen haben. Er tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, dieser Muros. So, wir gehen jetzt aber erstmal noch nicht in die Klinik, sondern wir gehen jetzt erstmal hier noch... Geflutet, hat er gesagt. ... mit Gatehouse uns anschauen. Das Gatehouse. Oh, Gatezone. Was gibt's hier? Boah. Okay. Untersuchen. Das ist wie Simon Says. Kann das sein? So mäßig? Was gibt's noch? Auf der Rückseite? Nope. Also, orange, 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 blau, blau, blau und schwarz. Weil, ich gehe mal davon aus, wir müssen das hier... ... in den Haus abbilden. Aber mach's mal. Seh dich mal kurz erstmal im Raum um. Ja, ja, ja. Abbilden wollte ich's jetzt noch nicht. Für ne Ziege. Ich weiß, das können oft natürlich diese Knochenlampen sein. Uh! Was macht ihr denn jetzt hier? Ja, der feiste Kerl schnell. Okay. So. Was gibt's denn hier? Ich glaube, die Kobel macht's nicht mehr lang. Es ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von der Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Das ist die Kobel, die wir benötigen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sieht eigentlich sehr labil aus. Genau. Das sieht eigentlich nicht so wie euer aus. Da kannst du durch... Hier kannst du die, äh, Kobel... ...mitnehmen. Ja komm. Nehmen wir mal. Äh... Ich wollte die mitnehmen und nicht... Ja, jetzt müssen wir zur Mühle 2. Echt jetzt? Die Mühle 1 sah nicht mehr so gut aus. So, was haben wir denn hier schönes? Oh... Hier geht's noch ziemlich... Hätten wir jetzt dieses Steuerpanel schon irgendwie benutzen sollen, im... 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 Kleinen. Äh, welch meinst du denn jetzt das, äh, von... Im Steuerhaus. Nee, also... Glaub ich nicht, oder? Kann ich hier eigentlich jetzt? Ja, okay. Weil das sah mir ja doch ein bisschen hoch aus, um einfach runter zu springen. Jut. Jut. Gmalenhirse. Gibt's denn hier noch irgendwas zu entdecken? Ein Kristall oder so? Nothing here. Nothing, nothing here. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier so irgendwie drüber laufen, um zur... Mühle Nummer 2 zu kommen. Richtig. Ja, und dabei haben wir aber diesen wunderbaren... Ja. Hier würde ich, glaub ich, ungerne langlaufen. Ich glaube, dass nämlich dann hier der... Olle Fischi Fischi kommt und sagt... Hallo! Ippins, Einslauch! So. Also das Setting hier fällt mir schon... Sehr, sehr gut. Kann ich den irgendwie... Damagen? Irgendwas? Ja, tatsächlich bin ich mir nicht besonders sicher, ob man den mit der Pistole irgendwie... auch noch ansatzweise. Kein Eindruck. Alter, der erschreckt mich aber auch... Mutu... Eher hast du jetzt gut? Warte. Jetzt? Uh! Ohhhhh. Is da와 krass lachen. O укah ho 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 ho! Alter, er ist och ultra langsam wenn dann dieлизidung passiert, ne? Oh! Oh ne. Komm erstmal, nICHT dass ich's... Wart man sich denn noch kaputt machen, damit du umfällst? Da. Ah! Genau. Genau! Oh Mann. Sniper-Money! Aha. Was reicht für nicht? Ach du Scheiße. Wer gibt hier? Aber... Nee. Widerlich. Ach, da drüben ist ja auch noch was. Oh nein. Oh nein. Jetzt ist die große Frage. Muss ich das zuerst aktivieren oder muss ich das zuerst aktivieren? Probier einfach raus, irgendwie. Ich weint einfach. Das sieht auch sehr lecker aus da drinnen. Aha. Aha. Jetzt kannst du die nächste da rüberschauen. Guck mal. Guck, der kam mir gerade sehr nah. Ah! Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Ich musste mich denn da draufbleiben, um... Okay, 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 okay. Schnell, 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 schnell! What? Wir bleiben nur nur die gewisse Zeit oben. Dead. Sie sind tot. Okay. Wir warten jetzt nochmal hier zwischen ab. Lassen beides nochmal runterfallen. Genau. Um jetzt den hier hochzuholen. Den hier hochzuholen. Damit ich hier drüben bin. Und Kiste. Mag eine Munition. Sehr gut. Nice. Jetzt ist die Frage, bleibt der dauerhaft da oder wackelt der auch irgendwann sich zu Ende? Ich gehe mal davon aus, dass die alle wackeln. Ich glaube, die wackeln alle. Boah, das ist fies. Dann fallen wir runter. Aber er bleibt ziemlich lange oben. Okay. Das ist schon mal okay. Sie, was sagst du? Zuerst Orange, dann Blau und dann Weiß, oder? Nee, ich würde sagen, erst... Nee, erst den... Erst den Weißen. Erst Weiß, dann Blau, dann Orange. Okay. Also erst Weiß, dann Blau, dann Orange. Und jetzt... Feuer frei. Run, Boy, run! Oh, 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 oh. Gott. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Hä? Scheiße. Ich bin doch gar nicht hingelaufen. Auf den Meno. Das war... Das war... Das war nicht fair. Okay, cool. Ah. Ja, ist aber wirklich fairer Safe Point. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr fair. Das ist natürlich... Das ist eine echt fiese, lange Strecke. Und da musst du, glaube ich, erstmal einen Zwischenhalt machen, da, wo dem Fass ist. Wo dem... Wo dem Fass ist. Wo dem... Bestes Deutsch. Auf diesem Kanal. Wo dem Fass ist. Wo dem Fass ist. Warte, ich gucke, wo dem Fass ist. Ja, Mist, du bist der Allerbeste. Okay. Zwischenstopp gemacht. Ganz schnell weiter. Nein. 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 Oh. Kann man da drin? In dem Schauenstein? Schauenstein. Ah, schau. Da kann man auch schöne Sachen verstecken, eigentlich. So. Wurde ich gerade sagen. So eine Ziege oder so. Das wäre schon... Leee. Dieser Fisch. Oh, schieben. Was ist schieben? Achso. Ah, okay. Schieben. Verstehe, ich verstehe. Schieben, schieben, schieben. Ja, wie gesagt. Äh, wie vorhin schon adeens. Also ich finde dieses Setting sehr cool, weil es mich halt sehr an... an so ein klassischer Shit. HP Lovecrafts Setting erinnert. Alles so ein bisschen gammig. Viel mit Fisch und Wasser. Und alles auch irgendwie so ein bisschen... Wow. Der sieht auch aus wie so ein... Togote. Okay, okay, okay. So. Sauber erklärt, Benny. Sauber erklärt. Äh, ja. Also wir sind ja nur zweimal gestorben. Nein, das macht ja nichts. Guck mal, ob du dich da durchhacken kannst. Ich bin der Meinung, das geht um ein Messer. Ja. Okay. Musst ein paar Mal drauf klatschen, dann funktioniert der Spaß auch. What? Warte, der ist da hinten. Bin ich hier eigentlich safe? Erstmal? Für den, für den Moment. Brrrr. Okay. Vergiss es. Wir gehen einfach nach oben. Aha. Jetzt angeln oder was? Jetzt angeln wir. Was für ein Fang. Was für ein Fang. Ja, aber wirklich. Oh. Kids. Okay. Das ist mir jetzt blöd. Auf der rüber. Genau deswegen. Gibt es hier sowas wie eine... Hochspringen. Okay. Nichts hochspringen. Kaputt mache. Da muss das Schlöss hier kaputt gemacht werden. So, Delay. Ob sie sonst so weit findet. Hallo? Der kann aber hochhüpfen. Ja, ja. Kabel! Aua, lass dich mal berüchen. Du. Drehen wir doch mal da dran. Kobel. Okay. Was? Was? Was können wir jetzt damit erreichen? Schau mal, wo die Leiter ist. Ah! Oh, anschautet! Anschautet! Verstehe, verstehe, verstehe! Oh, das Game ist jetzt auch gerade gar nicht laut mit dem Fisch. Jawohl! Machen wir doch mal hier. Oh, krass! Oh, krass! Yikes, Alter! Ich bin gerade froh darüber, dass das jetzt ein bisschen leiser ist. Ein bisschen ruhiger. So, jetzt haben wir hier die Kurbel. Jetzt haben wir uns hier einen abgekurbelt. Okay! Und jetzt? Ja, jetzt sollten wir vielleicht den Hebel drücken, da. Im Gatehouse. In the Gatehouse? Können wir in the Gatehouse einfach hier so rüber laufen? Ja, war ja so. Genau. Ah, dann braucht man quasi Feuer, also Strom. Ja, ohne dass wir... Ohne dass wir es mussten. So, das passt. Das war... Wie kann ich das jetzt hier... Kann ich denn jetzt die Farbe ändern? Also ich kann hoch, runter? F auf, fertig? Ah! Ah, verstehe, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich bin... Hab mich gerade nur ein bisschen blöd angestellt. So, und... So. Meine Fresse. Now push the button! Ja, jetzt machen wir hier Hebelchen auf. Ach, jetzt können wir hier das Wasser ablassen. Das ist nice. Ja, und weiter. Einen Weg rausfinden. So, na guck mal. Jetzt haben wir den kleinen Jungen trockengelegt. Vielleicht, vielleicht kommen wir jetzt hoch zu der großen Truhe. Oh, was ist das denn? Ist das eine... Wo gar nicht wird es angeguckt? Betriebsanweisung. Stausee, Fördnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasser... Kann die hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens setzen Sie die Windmühle mit einer Kurbel in Gang, um das Fördnerhäuschen mit Strom zu versorgen. Vortens bedienen Sie den Hebel im Viertnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Das haben wir ganz intuitiv selbst herausgefunden. Genau. So, na dann. Na dann, na dann. Oh! 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 Oh, mein Kospa, mit Wasser? Oh, du Scheiße. Hallo? Wie ist das? Hey, sag mir nicht, dass du hier direkt vor der Tür stehst. Hey, wo ist er hin? Hallo? Vielleicht ist er... hier links runter gehüpft, irgendwie. Da, wo sich das Wasser hinabricht, durch den Stausee. Oh, krass. Okay, also hier können wir nicht zurück. Das heißt, wir können nur hier lang laufen. Vielleicht solltest du schon mal präventiv die Schrotflente in die Hand nehmen. Wenn wir die Zunge gerade auf ihr haben. Ja, zwei Schuss. Wir könnten ja, ähm, ein bisschen Schrot machen. Dann sollten wir das tun. Wie viel haben wir denn? 9, 9, 12. Ja, da können wir ein bisschen was reinklatschen. Hier nochmal Heilung, weil das ist auch wichtig. Ja, Heilung. Zweimal mindestens. Und den Rest würde ich jetzt so lassen. Und hier laden wir jetzt mal schön fleißig erstmal nach. Kann ich hier Fisch mitnehmen? Oh, hier ist eine Kiste. Will man hier mal Fisch mitnehmen? Der sieht mir nicht mehr halt so frisch aus. Oh, schau. Ist das eklig, Alter. Aber wie sieht denn die Karte überhaupt aus? Achso, da sehen wir nichts. Ob wir alles schon geludet haben oder nett. Was ist hier los? 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir fünf Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadieu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schön darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. Vier von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Liken, ein Likan. Ich habe ihn in meinem Labor an den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will stark gehüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Hier gibt es aber bestimmt wieder ein Attachment. Ich hoffe so. Yeah. Für? Nice, für die Pistole. Pistole. Und zwar für die, nein, für diese hier. Teil ausrüsten. Defi Steve. Das sieht aber so, der macht es lächerlich aus da, mit so einem ewig halben Meter langen Magazin da unten dran. Ich würde gerne auch die, äh... Magnum finden? Ja. Also Magnum und Granatwerfer. Die beiden wären jetzt so... Da würde ich mich richtig drüber freuen. Ich will hier an ihm vorbei. Ich warte immer. Jetzt laufe ich. Lass mich doch. Lass mich doch. Aha, guck mal da. Na, komm mit. Put, 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 put. Nicht, dass du auf einmal hinter mir auftauchst. Ich wusste, dass diese Mistmarde irgendwie anders läuft. Ja, komm her. Komm her. Das ist hier, einmal den hier. Wenn du geil auf mich wirst. Komm zu mir. Komm zu Daddy. Guck mal, da ist noch ein Kanister. Hier sind noch ein paar Gegenstände. Das rote Fass, die sehen die auch, ne? Ja, ja. Ja, das ist hier rechts. Snippe-dii. Oh Gott. Oh Gott, Säure-Regen. Nicht nass. Kann ich hier einfach auf die Augen schießen? Nope. Ich würde gerne die Person wieder da drinnen sehen. Ja, dreh dich um, genau. Mach deinen Mund auf. Mach den Mund auf. Aber nicht so. Shit. Also wenn man nach der Augenfarbe da oben gehen sollte, irgendwie... Äh, ist er bald tot. Ja, ich hoffe. So. Wo bist du denn? Gib mir aus dem Weg. Gib mir aus dem Weg. Oh Gott. Nein, nein. Boah, ich bin auch nicht der Schnellste hier in dem Wasserrad. Ja, den Tüffel. Oho, der verpässt mich. Ey, ist das widerlich. Schade, ich dachte, das bringt irgendwas, aber das juckt ihn gar nicht. Ja, dreh dich um, dreh dich um. Das ist es. Oh, ja, ich hoffe so. Ich hoffe mal. Ja, das sieht gut aus. Oh, ja, im wahrsten Sinne eine Ekelpaket. Oh, ja. Im wahrsten Sinne. Oh, schlechtester Spruch ever. Oh, okay. Super. Haben wir Morö oder wie auch immer heißt, auch erledigt. Da vorne ist der Ausgang. Äh, wo? Da. Ach da. Oh Gott. Okay. Aber wir haben jetzt keine Kugel gekriegt, oder? Nee, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht jetzt. Vielleicht bekommen wir jetzt ja noch eine Kugel. Ah ja, guck mal, hier hat er ja mein RTL. Bim, 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 bim. Der Schlüssel. Ja. Warte. So, jetzt. Ja, man muss sich nochmal bewegen. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erst mal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Aha. Okay. Oh. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich. Deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ein wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann, was passiert denn mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein. Das will ich nicht. nein 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 so könnte mutter miranda sogar vielleicht die mutter aus der schichte sein ich hatte ja mal die tese in geschmissen hat vielleicht das kind ist aber vielleicht ist einfach die mutter von wem am anfang ist das kind einer mutter weggerannt ja ja bei der shadow of shadow of village könnte natürlich auch sein der 6 für die embryo schlüssel das ist schon eine eklige scheiße irgendwie aber wir müssen doch jetzt zu dem schatz zurückkommen oder das wäre eigentlich ganz geil wenn wir irgendwie den schatz uns da noch cashen können blendgeschoss ich muss diese halt granatwerfer ich will ihn da engelstaatung silber sehr gut sehr gut weil hier fehlt uns jetzt die nicht haben wir doch nicht ja ist okay kürbel die kürbel die kürbel die kürbel die kürbeln mal unten mal gucken oh wiegende kürbel eh wo denn also ich gebe dir recht da die kürbel die kürbeln magnum ist derti eventuell runter gefallen Ne, der ist da oben. Leider geblieben. Nein! Was ist los? No. Boah, Alter, hier haben wir so einen schönen Pferderhofen-Gulasch. Lieber her, die Sangsvereine, ey. Was geht denn? Achso. Ist da noch einer? Hallo! Bleib liegen. Okay, also hier gibt's auf jeden Fall guten, guten, guten Loot. Achso, hier geht's nach oben, dann kannst du hier so rüber hovern. Okay, 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 okay. Okay. Kannst du nämlich hier... Passagen... Was denn? Wollen wir erstmal unten um? Vielleicht Lichter, oh Gott. Ne Magnum. Kraut. Nee, Kraut. Ich würde sowieso erstmal hier unten die Wege noch langlaufen. Zum Beispiel hier lang. Guck mal, hier gibt's mich noch... Äh, Brünnchen. Brunnen, aber könnte schon mal so ein Werwolf. Ich auch. Aber... Das ist anscheinend. Noch White genug von mir Rack. Oh, guck mal da hinten. Oh, das hier gewerkt, ne? Blendgeschoss. Blendgeschoss. Scheiße, Alter. Du findest mega Munition irgendwie nicht geknüpft dafür, das darf nicht wahr sein. So, hier gibt's aber bestimmt... Da drin. Ich hoffe nicht, dass du... Das sind wieder diese... Geht man kurz durchs Fenster nicht, dass der der Obervieh ist. Ja, das... Das Endefenster habe ich es nicht gesehen. Ich dachte, dass es vielleicht hier noch irgendwie was gibt. Ah, nee. Die gehen wir eigentlich von hinten einfach so? Ja, so ein Stealthkill wäre geil, ne? Ja. Noch einer. Ne, doch nicht. Es hörte sich gerade so an, als wenn da noch einer wäre. So, was haben wir hier? A case. Jawoll! Wolfsbane! Alter, was ist das denn? Ist das die Magnum? Ja, mit Tarsport. Ja, da machen wir doch. Da schaffen wir doch. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Da schaffen wir Platz für. Magnum gefunden. Jetzt haben wir noch hier was zum L-L-L-Lasen. Die Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit Cadieux machen. Ein geheimnis Labor. Heute habe ich drei Experimente mit dem Cadieux gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles deikig gemacht. Ich habe das Cadieux eingepflanzt und dann habe ich mir eine Nadel Wolfsblut ins Rücken nachgespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen. Deshalb habe ich es ewig getan. Jetzt muss ich es füttern. Okay. Das war das Fieber neben dem Fernseherstand. Genau, das ist ja dieses Cadieux. Das ist ekelhaft, Alter. Bist du dir sicher, dass ich die Wehrwolfs Geschichte jetzt nicht nehmen sollte? Die Magnum? Das ist ein Wehrwolf, Alter. Ja, das hat sich gerade nach dem Großen angehört. Ach, easy. Selbst den Großen, Glubi, könntest du damit auch nicht töten. Es ist sogar der Große. Meinst du nicht, dass ich ihm damit schaue? Normale Kugeln wirken nicht. So, die Frage ist jetzt aber auch, warum kriegt dieser nervende Wichser jetzt hier rum irgendwie? Ja, weil wir die Magnum gefunden haben. Das ist meine Theorie. Ja, wenn hier eine Speicher... Oh, schön. Wenn hier eine Schreibmaschine stehen würde, dann könntest du ja speichern, dann könntest du deine Theorie gerne austesten, ob das verbringt, die zu töten. Aber will hier keine Speicherpoints? Naja, müsstest dann zurückgehen. So, wir versuchen uns mal jetzt hier... Ins Gebäude kommt der ja selten. Hallo! Will ich hier erstmal rein? Hier bin ich safe, aber er gibt doch einen Fick auf mich. Okay, dann müssen. Und dann? Dann würde ich auch nichts ausprobieren. Wenn er mich so in Ruhe lässt... Okay. So, jetzt würde ich nämlich mal die Kugel einsetzen. Mobilkasten. Genau. Damit wir hier nämlich noch das wunderschöne... Das wunderschöne Ding ins Moment bekommen. Wo ist denn hier...? Leichten Mann der Frau. Cool. ... Mehrjumpfrau. equipment megns strategy. Snow & hogs Snow, 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 snow. Snow. Snow, snow, snow. Oh, schön rauslassen, genau. Schön, 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 schön,ён. So hier sehe ich es jetzt leider nicht, warte mal, wie kann ich das jetzt hier umdrehen? hmmm mhm 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 mhm. I see I see. I see I see I see. Und gib ihm! Versenkt. Jeeey. Nehmen es. Mmh, hellgrüner Schäfer. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Kader. Guck mal, hier haben wir jetzt nämlich auch Le Schatz gefunden. Ja, und das war auch die Waffe von ihm. Cool. Nice. Na, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder Richtung Duke. Oder wolltest du hier noch was schmulen? Ich denke, wir sind eigentlich alles durch hier. Äh, achso. Na gut, dann auf zum Duke. Was ist das jetzt? Bin ich... Was? Hier lang, Papa. Aha. Äh, ja. Okay. Äh, okay. Schmiede eiserner Schüssel. Oh! Tada! Und wir sind voll. Nein! Wait a second. Wait, äh. Ich muss dieses Ding hier inkriegen. Hier willst du nicht nach irgendwo, wo bei den Dietrich. Scheiße. Äh. Ich mach mal auf das Spiel. Echt Spaß. Hey, guck mal, die Sonne kommt ein bisschen raus. Na, toll, 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 toll. Wir könnten ja jetzt auch nochmal gucken. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal kurz... Ach, scheiße. Wir gehen jetzt erstmal zum Duke. Und zum Koffer. Komm mal wieder. Können wir uns ja nur einen Koffer kaufen? Wir müssen jetzt wieder einen neuen Koffer kaufen können. Ah, tja geil. So, jetzt sind wir erstmal beim... Was hat er denn da in der Hand? Er hat das Karten. Ja. Oh Gott. Überlegt er sich jetzt daraus, was zu essen zu machen, oder was? Wir kaufen doch nicht. Wir kaufen doch bitte nicht. Oh Gott. Okay, komm. Ah. Entschuldige. Oh ja. Entschuldige. So, jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen was verkaufen. Schnie, schnab, 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 schnab. Schnab, schnubi, schnab. Da haben wir hier 10.000. Kristall noch. 40.000. Nice. Hier würde mich immer noch interessieren, was wir da einsetzen können. Aber gut. Engelstatue hätten wir noch. Das Geflüge brauchen wir wahrscheinlich noch. Und Dietrich. 85.000. Nice. Das gehörte, Moro. Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Ja, mit dir recht. Die ist ja auch schon nachgeladen. Die ist ja auch schon nachgeladen. Die könnten uns noch den anderen Dietrich aufnehmen. Aber wie gesagt, wir sind dann halt einfach voll. Ich glaube, du solltest jetzt eher ein bisschen mehr mit der Pistole rumballern, um von der Pistolenmunition ein bisschen runterzukommen. Ey, schießt du die ganze Zeit mit der Pistole rum? Wieso? Wie der Gottesarmbele schlechthin? Naja, oder wir müssen halt jetzt Munition verkaufen. Aber da tut ihm richtig weh, finde ich. Wie kann ich hier Munition wechseln? Hä? Ah, okay. Zielen und F drücken. Dann, ja, okay. Okay, okay, okay. So, was ist ja jetzt unser nächstes Ziel? Achso, wir können ja hier nochmal gucken. Wir können ja nochmal gucken, genau. Und das Schweinchen. Wir wollten das Schweinchen. Mechanische Tür. Stimmt, hier ist die me-me-me-me-mechanische Tür. Hier ist die mechanische Tür. Endlich. So. Le Courbel. Porr. Bisschen was für ballern. Stimm hat gesagt, ich darf hier ballern. Oh, Baby, baller, baller. So, und jetzt noch Schweinefleisch. Selten ist das... Na, ich glaube, hier kommen wir... Achso, nee. Wir kommen mit dem sechs Flügel in den Schlüssel kommen weiter. Hier jetzt. Ja, weil hier würde ich jetzt mal gerade kurz gucken, was gibt's hier? Muss ja irgendeinen Grund geben, warum wir hier hinkommen. Weil da ist noch wichtig. Um diese Truhe ranzukommen. Oh. Oh, das sieht doch aus, als wenn's Taubenblut-Rubin. Dann können wir mal gucken, ob der an die Kette passt. Oho. Nice. Ist aber nur ein Teil. Von zwei. Cool. Cool, cool, cool. Cool. So, äh, jetzt wolltest du wohl zum Schweinchen, wa? Zum Schweinchen-Babe. So, das Schweinchen-Babe. Nein, wir geben ihm keinen Namen. Erste Regel auf dem Land. Ach, hello. Erlesenes Wild. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Fisch. Was mich auch wundert, ist, dass wir den, äh, Fisch, nicht gefunden haben. Gut. Ich pumpt ja da noch. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Motorboot. Ha. Okay. Ich werde jetzt gerade überlegen. Ich glaube, mit dem Motorboot könnten wir fischen gehen. Und ich glaube, dann finden wir auch den wunderbaren, legendären Fisch. Na, dann machen wir das doch mal. Auf geht's. Nein. Gehen wir doch mal fischen. Ich durfte ja auch kein großer Seemonster mehr auf die abstressen. Das ist die Frage, wo wollen wir hin? Wollen wir jetzt erst mal da lang oder wollen wir da lang? Äh, äh, überrasch mich. Ich überrasch mich, ich hab keine Ahnung. Ich war jetzt mal hier lang. Und hier ist, äh, Steg. Stegideik. Wo kommen wir denn hier hin? Kennen wir den? Ja, den kennen wir doch. Da waren wir doch schon mal. Mann. Waren wir hier schon mal? Oder? Ich bin ja meiner Meinung nach. Äh. Ich bin ja meiner Meinung nach. Ich bin ja meiner Meinung nach. Das sieht alles sehr gut aus. Nein, waren wir noch nicht. Steg. Explore. Okay, mal gucken, was uns hier so in der Höhle erwartet. Ja, lauf weiter. Weiter. Hm. Okay. Äh, 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 okay, 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 okay. What? Okay. Was ist das denn? Ah, schau mal an. Okay, hier gibt's ein paar neue... Antike Münze? Nein, echt jetzt. Was, antike Münze? Nein, antike... Loil! Okay. Und? An Attackant? Konkel. Oh, nice. Ja, können wir den immer nicht direkt... Kannst du nicht sagen, benutzen? Also, halt kombinieren von da an uns? Nee, leider nicht. Ich kann klicken, was ich will. Ja, hier packt doch die eine, wie so gut, ne, die eine Brandgranate raus, aber da haben was. Wird, wo? Wird für eine Brandgranate? Achso, hier nehmen wir jetzt die Rohrbombe? Nee, ja, zum Beispiel die, wo. Nicht die, oder? Ich kann, ich muss erst noch hier raus. Ja, Inventar schließen. Geh mal hier ins Inventar. Äh... Ja, komm, ausrüsten. Denn hier, machen wir mal hier sinnfrei. Wiedersehen. Genau. Teil ausrüsten. Äh... Und, was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, wir werden den hier erst mal ersetzen. Mit der Kurzwand. Bis jetzt habe ich immer noch mit der anderen, äh, mit der anderen geschossen. Ja, aber denkt dran, die hat, die hat eine kürzere Distanz. Ah, okay. So, dann wollen wir mal gucken, was hat alle denn hier der liebe Laptop? Was, was, was finden wir hier noch? DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95-prozentige Übereinstimmung mit dem Dalvi-Mutter10. Oh, ich kasse dieses Wort, diese... Mutter-Myzet. Äh... Die Abweichung ist muss... Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Kerle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig. Wie die Connections, äh, den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat mir Render es abgesehen? Mutter-Myzet, Alter, da halten wir schon bei Resident Evil. Da habe ich mir so einen abgebrochen mit diesem Wort. Also, Mutter-Myzet. Eigentlich easy auszusprechen, Mann. Ist das auch eine Kiste? Können wir da was abpacken drin? Nee, leider nicht. Oh, nein! Ich hatte gedacht, dass ich da was hinschmeißen kann, aber nein! Was ist denn da los, Alter? Flap! Twap! Twap, Alter! Du hast doch noch überlebt. Jetzt nicht mehr! Interessant wäre ja mal, was das für eine Münze war. Oh! Das ist ja mein Name, der Baum, Alter. Okay! Was für eine Münze? Die Münze, die wir mal gucken. Angesichts- oder Verteidigungs-Münze? Wir gucken gleich mal draußen. Ich bin mal ganz kurz schnell weg vom Baum. Diese Wurzeln sahen jetzt nicht sehr... Krieglieb da aus, ne? So, wir gucken mal. Münze. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-münze? Antike Münze. Ah, okay. Ist einfach nur eine Münze. Okay. Also, bei Resident Evil 7 gab es Münzen für Verteidigung oder Angriff. Stimmt. Und deswegen wäre mal interessant gewesen, ob das ja... das irgendwie eine Kombination ist. Jetzt auch noch irgendwie lang. Oh, das sieht doch nach seltenem Fisch aus hier. Der gelbe. Putti putt. Putti putt. Ja. Twan. Feinster Fisch. Sehr gut. Und immer noch den Rest hier mit. Jawohl. Was? Ach, weil der so länglich ist. Dann heilig, irgendwie. Oh, ich wollte gerade sagen, komm, jetzt, jetzt, ja. Dann machen wir jetzt hier kurz C. Heilig. Das ist alber. Wir waren sowieso leicht eingeschlagen. Was? Ah, ich war zu schnell. Okay. Was für ja zu, 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 zu schnell und zu furios. Ah, du fährst. Und du fährst. So. Ja, geil. Dann können wir jetzt hier noch das vorletzte Rezept machen oder so. Aber gerne. Aber gerne. So, und zwar das hier. Nein, uns fehlt ein bisschen Fisch. Weiter so. Zwei Fisch fehlt uns. Nochmal. Ja, was denn? Ich hoffe nicht irgendwie, dass das diese Benen Fischstücken sind, die wir am Anfang verkauft haben, die jetzt fehlen. Alter, das wäre so. Asi. Also insgesamt fehlt uns ja hier auch nochmal drei Fisch. Ja. Das ist dreierlei Mitteil. Mitteil. Und hier fehlt uns auch nochmal vier Fisch. Also Fisch bräuchten wir eh noch. Was wollten wir jetzt als nächstes machen? Ähm, das Glas einsetzen. Ah, stimmt. Glas einsetzen. Komm, Arme. Okay. So, und dann wäre nochmal interessant irgendwie zu speichern und zu gucken, ob wir diesen Wehrwolf da oben mit der Magnum töten können. Mit der Wolfsbane. Wo bist du? Ja, da höre ich dich doch. Achso, ne, warte, fälter Bereich. Ich wollte ja dahin gehen, wo ich ein bisschen mehr sehe. Damit man nicht Plein schießen. Ja, ja, komm ruhig mit. Huch, da bist du ja. Ja, ja, ja. Boah, okay. Alles klar. Ah, krass, wie er sich zurückverwandelt. Uhrzeit, Bestie. Na klar, also die Wolfsbane ist der Bringer. Das ist es. Du, du packst ja gleich, nimm gleich das Messer in die Hand. Ja, 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 ist ja gut. Ja, 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 ja. Wir alle kennen doch den Benni. Ja, 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 das ist richtig. So, dann gehen wir jetzt nochmal die Sache hier verkaufen. Willkommen, Ethan. Ja, herzlich willkommen. Wie viel gibt das? Das gibt bestimmt gute... 80.000, Alter. Oh, krass. Okay. Erstmal. Das ist einfach saniert. Essen ist Leben. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Nice. Oh, jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Endgegner. Der Ola Heisenberg. Richtig, ein Haus, ne, irgendwie. Und wir haben auch jetzt nur einen Weg, wo wir jetzt lang können. Wir haben nur ein Tor, das quasi... ...mit dem sechsflügeligen Schlüssel zu öffnen, wer. Wollen wir mal gucken. Führe uns dorthin, Ben. Führe uns dorthin. Also es geht ja hier durchs Dorf, durch die Vakülen-Statue, würde ich jetzt sagen. Ist auch, glaube ich, kaum zu übersehen, wo wir hin müssen. Ja, du, Rose is waiting for us. Für uns, ne? Also for you. Steht auch hier, schön. Rose wartet auf dich. Okay, ähm. Das Spiel weist uns dezent drauf hin, wo wir hin müssen. Ja, ganz subtil. Okay. Okay. Werden wir hier? Viel Glück. What? Wir sind auf dem Dach. Sind wir der Große? Ne, ne? Der Große ist ja eigentlich tot. Den Großen haben wir gelegt. Ich frage es, wie viel gibt es davon? Wo hinter uns? Guck mal, sind die runtergesprungen? Ne. Nö. Ja, wahrscheinlich springen die über uns in einer Schlucht, ne? Irgendwie. Die Säcke. Äh, okay. Okay. Oh, diese schöne mobile Kunstwerke. Oh, ihr fehlt alle, ey. Ich frage mich persönlich, warum sind die eigentlich jetzt wie bescheuert? Oh. Warum sind die eigentlich über die Dorfhelfer hin, freut mich. Lässt sich noch nie so wirklich beantworten, die Frage, oder? Ne. Aber Benni nimmt wieder souverän mit dem Sniper die Wehrwolfsrudel auseinander hier. Steht da oben noch einer am Baum? Wo die Fackel ist? Oh, ja. Da hast du recht. Die habe ich übersehen. Ah, deswegen sind Sniper immer zu spänen unterwegs. Ich würde jetzt mal interessieren, kann ich die hier alle abschießen? Oh, das war... Also, Atok würde ich mal vielleicht eher sagen, nee. Ich glaube nicht, dass das wirklich interagierbare Elemente jetzt sind im Spiel. Naja, okay. Kann ich wirklich nicht. Beim ersten hätte ich gedacht, okay, ich habe daneben die Chance. Aber der Zweite hätte sitzen sollen. Ich frage mich. Okay, okay. Oh, Mann, Alter. Die haben wirklich die ganzen Dorfbewohner alle platt gemacht, wa? Komplett. Ja, mal gucken, ob wir noch erfahren, warum, wieso, weshalb. Bin ich echt eh spannend. Also, weil Atok eigentlich lebt... Nein, da war es mal. Da ist mal einer. Hello! Oh! Also, soweit wir wissen, lebt ja auch kein Dorfbewohner mehr, ne? Also, alle, die wir getroffen haben... Ne, ja, alles jetzt. Die haben ihn getötet. Genau, also... Und... Andere haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, ne? Außer hier, die... Freakie-Verwandtschaft hier. Oh. Ja, mit Fall und Boom. Wow! Jetzt ist es mir zu lange gedauert, ja. Nope. So, hier oben war noch einer. Ja, genau. So, okay. Ich denke, wir werden jetzt auch wirklich in das Herz... Nee, in den Wolfsbau vorstoßen. Also, noch nicht hier, aber ich denke, das Sägewerk wird auf jeden Fall von diesen Viechern wimmeln. Also, die Range ist echt krass zum Einsammeln, ne? Das ist das... Aber ist auch praktisch. Also, aktuell. Aha. So ein Fässchen... Bedeutet nix goodet. Okay. Du interessierst mich da unten nicht. Komm erst mal hier hoch. Ich stehe direkt vor dir. Huch! Hello! Das ist der Pfeil. Der Pfeil ist einfach krass. Okay. Oha, okay. Irgendwo ist noch einer. Der hat echt Power, die Knifte, wa? Mein lieber Herr. Hier sind überall diese roten Fässer. Also, drei Stück finde ich schon, ist nicht gerade wenig. Ich habe fast die Befürchtung, irgendwie, dass jetzt hier nochmal vielleicht so ein Secret Boss kommt oder so. Vielleicht der mit dem Hammer oder so. Ach, den haben wir ja auch noch vor uns. Oh nee, so ein Zwischenboss wahrscheinlich. Irgendwie so eine Art. Wie kriege ich dieses Tor auf? Wie kriegen wir das Tor auf? Warte mal. Ich will mal ganz kurz erstmal nochmal hier hinten hoch. Ah, und da wollen wir uns... Warte mal, stopp. Links von uns. Äh, rechts von dir. Lag gerade was, glaube ich. Munition. Scharschutz und Munition. Ah, ich hoffe, dass das jetzt nicht... Ah. Ja, 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 ja. Vor allem ist das Zeit... Zeitbasierend, irgendwie. Also, man hält die ganze Zeit so einen Mechanismus klicken. Versuche einfach mal, beide gleichzeitig hinzukriegen. Wow. Die habe ich nicht gerechnet. Wieder weg. Voll. Klingt aber auch wie nasse Säcke, wa? Irgendwie. Flatsch. Flatsch. Ah ja, kommt mal hier hoch. Und abwärts geht's. Beschreckt mich doch nicht so. Das ist einfach komplett von der anderen Seite, grabbelt das Ding. Kommt, für euch. Kommt mal her, hier. Oh ja. Okay. Also, das ist eher Call of Duty als Resident Evil. Call of Evil. Aber das Tor ist offen. Guck mal, hier. Schön, 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 schön. Ja, willkommen bei Modern Village. Und jetzt betreten wir hier. Ach so. Na, der Schatz muss sich jetzt aber gelohnt haben, hier irgendwie. Wir können hier zwischenspeichern. Oh, Bombe. Okay. Okay. So. Oh, hä. Der Thron von Amun-Sul. Na, dann lass uns mal nach oben gehen. Gucken, was da uns erwartet. Oh, hier ist noch ein Abzeug. Scheiße, Alter. Wir kommen ja auch gar nicht so weit nach oben, weil... Ja. Ja, hier kann er ja nicht springen. Das ist ja... Wenn du Batman wärst, dann würdest du es schaffen. Hast du eigentlich Dark Knight Rises mal gesehen? Nee. Da ist nämlich genau so eine Szene. Klingt schon ja sehr nach... Bevölkert durch haarige Biester. Ja, ich bin mal gespannt. Oh Gott, das ist hier. Das muss ihr Nest sein. Ja. Okay. Na, dann treffen wir hier auf jeden Fall auf den... Wenn das hier das Nest ist. Ich würde gerne sehen, wo die sind, damit man die so schon mal vorher so ein bisschen... Äh... Sich sondieren kann, wa? So separat ausschalten. Robert Lowe, die werden SC-Träger durch irgendetwas. Daher kommen sie. Na, warte mal. Ah, ein kleiner Sockel hier. Eine Mine wär geil. Wir haben... Wir arbeiten uns sehr wenig mit Minen, ne? Ja. Weil ich, glaube ich, auch kaum Minen habe. Wir haben so viel Munition, dass ich hier erstmal die Pistole einfach mal, glaube ich, äh... Leerschieße. Oh, der war nicht gut. Ja, kommt immer hier rüber. Immer. Ey, 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 ey. Ah, schön den Engpass hier nutzt, Benny. Strategisch gut positioniert. Der Boy. Oh, das gab jetzt aber auch ordentlich wieder Cash. Ja, ich denke mal, die ganzen Updates... Die werden uns noch ganz schön Kohlekosten. Oh. Oh, oh. Entschuldigung. Okay. Ah. Mann, die hat das Power, die Kniffte, Alter. Wir haben, es ist Brustel, wenn der Headshots setzt, zwei, zwei Headshots. Ja. Hinter uns kam jetzt keiner mehr runter. Das ist ein Stück. Ach, schade. Ich dachte, die... Explosion... ...hätte ein bisschen mehr Bums gehabt, aber nee. Ich glaube, wir laufen einfach nach oben. Ich glaube, die kommen einfach, werden getriggert. Soll ich jetzt einfach mal so machen? Dadadada. Dadadada. Hat sich nicht schnell genug umgedreht, leider. Aber kein Problem. Also hier muss ich auch wirklich nochmal ganz klare Gegner, die seien nochmal ganz dolle positiv hervorheben. Das haben sie wirklich geil gemacht. Also hat das jetzt keinen Gegner bei ihr gehabt, wo ich sagte, ja, das ist ja lame irgendwie. Also, na, sei mal mal irgendwie im Resident Evil-Universum mit Wehrwölfen oder so, das machen wir alles mal so ein bisschen außen vor. Aber die wirken halt krass. Und die setzen einen, finde ich, auch ziemlich unter Druck irgendwie durch die reine Geschwindigkeit und die Agilität. Oder wie gesagt, du bist gerade total im Stress, war? Boah, ich lege ein paar Minen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch Minen hingelegt. Oh, da ist ja der. Ne, 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 ne. Weg da. So, jetzt setzen wir mal aus, ob ich die Minen auch auslöse. Nope. Oh, bitte nicht. Okay. Ah, in der Kam. Oh, schön. Perfekter Christiane-Naschie. Also, ich muss ja sagen. Also, dein Aim ist, äh, ist Sahne, muss ich mal sagen. Es, ist, heute, heute läuft es irgendwie. Also, heute ist es besser als sonst. Ne, das war jetzt sehr schön mit anzuschauen. Ne? Sehr präzise, der Boy. Trotzdem hat er 223 Schuss. Ja, das ist, wir wollen uns jetzt nicht darüber beschweren, dass wir zu viel Munition haben. So, gibt es denn hier noch was Feinde zu Entdecker? So, schauen wir uns doch mal die Ritter-Rüstung an. Magnum-Munition. Magnum! Ich mag ja die Magnum. Was ist denn, Magnum-Mandel? Oh, da kriegt ja selbst die Blutspritze auf der Knifte, Alter. Ja, stimmt. Oh, Ziege. Hört sich auf jeden Fall ja schön heftig an. Kannst du in der Mitte runtergucken? Ne, ne? Warte. Ne, ist ein Boden. Ne, ist ja. Water. Ich glaube, die Schatten ist schon mal nicht schlecht, irgendwie, wenn du die jetzt... Äh, zu spät. Ah, das ist doch fies, Alter. In Teil 7 konntest du wenigstens nach vorne gucken, aber jetzt wusstest du selbst der Sichtberaubte. Ach du Scheiße, da hängen die Penner. Oh, nee, Alter. Okay, wie laufen wir weiter? Oh, nee, Alter. Oh, nee, Alter. Die, die wir in Ketzer an die Festung an der Grenze überlassen müssen. Ja, nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es lohnt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Wurde jetzt von diesem Zeremonienplatz quasi gesprochen, also dem vor dem Altar oder hinter dem Altar? Ja, immer den Altar und dann immer da, wo diese gigantischen Statuen sind. Ihr habt ja nochmal so ein Pendant dazu. Ja, genau. Das eine war ja der Altar, wo wir die Gefäße einsetzten und das andere ist ja der Zeremonienplatz. Der Zeremonienplatz ist da, wo die Gefäße eingesetzt werden. Und der Platz der Giganten ist da, wo die, wie ich schon gesagt, die Giganten sind. Da ist eine rote Tür. Eine rote Tür. Ich habe so ein bisschen Angst, die Runde zu rennen. So ein bisschen. Genau deswegen. Wir machen jetzt mal den hier. Ich frage es, ob er alleine bleibt oder ob er Verstärkung sucht. Die Claim will ich damit nicht abschießen. Oha! Alter! Okay. Kurz mal nachladen. Ich habe nur noch drei Schuss. Das sieht mit Heilung aus. Sah gerade recht, recht finster aus bei uns. Boah, können wir hier mal nebenbei. Wie, was? Leck mich doch, was hat das schon? Haben wir ihn schon? Nee, oder? Das war er jetzt nicht hier. Ja. Okay. Der kristalliner Hammer, Alter. Okay, gut. Dann, äh, für die anderen brauche ich hier. Weg hier. Ich sag ja, die Magnum. Boah. Könnten wir für diese Munition herstellen? Das wäre halt mein Favorite-Time. Ja, ich glaube, dann macht man sich aber auch viel das Spiel kaputt irgendwie, wenn man mit so einer absoluten OP-Waffe da rumläuft. Ah, das stimmt auch wieder. Aber, äh, die Magnum ist halt immer die Crème de la Crème neben dem Raketenwerfer im Resident Evil-Universum. Okay. Oh Gott. Jetzt haben wir aber die Magnum verballert, äh, so fast, so ziemlich. Ich glaube, ich habe nur noch drei Schuss oder so. Äh, hab jetzt nur ein bisschen Schiss vor Heisenberg, weil das war jetzt, ich sag jetzt mal, der kleine, äh, Boss. Der kleine Heisenberg. Genau. Du, sag mal, äh, bewegen wir uns immer noch Richtung Schatztruhe? Ich glaube nicht. Wir sind schon dann vorbei. Ja, das Problem ist, nee, wir laufen dahin. Warte mal. Nee, wir sind dran vorbei gelaufen. Weil wir jetzt hier wieder zurücklaufen. Ach so, ah, wir springen quasi wieder auf dieses Areal zurück. Kann, okay. Also, würde ich jetzt, ja, keine Ahnung, also. So sieht es zumindest erst mal auf der Garde aus. Ah, das sieht schon, das sieht irre gut aus, ey. Also, das Worldbuilding und das Setting ist mega in dem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Okay. Okay. Findest du nicht? Doch, doch. Doch. Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen verwundert über den, äh, laufenden Fernseher hier wieder. Über meinen RTL. Das RTL, meine RTL läuft hier. Und, der Flakon-Torso? Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Arzt ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Hm. Aha. Okay. Kann ich eigentlich... Schade. Schade. Okay. Ich glaube. Wahrscheinlich wirst du genau über der Kiste jetzt rausgeworfen. Oder einfach davor. Ah. Gelmos Teller. Na bitte. Finden wir jetzt auch noch schöne Ziertellerchen. Das ist doch geil. Okay. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen Baut fahren. Bauty Baut. Das find ich jetzt aber erstaunlich, dass wir diese gläserne Fäße gefunden haben. Ich dachte wirklich, dass Heisenberg derjenige ist, der das halt noch... Na, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das Ganze in den Altar einbasteln. Bei Heisenberg wird ja dann dennoch irgendwann irgendwo bei uns oder für uns ja auftauchen. Genau. Ja, das kann sein. Also ich bin halt nur davon ausgegangen, dass man halt erst das ganze Sägewerk auf links krempeln muss irgendwie, um an das Ding zu kommen, ne? Okay. Kannst du kurz... Genau. Ein Blick auf die Karte wäre super. Ah, da kommst du in der Katakombe raus. Nice. Auf dem Friedhof war doch eine Katakombe, ein Mausoleum, war da vergittert. Und da geht die Leiter hin. Ah, stimmt. Aber was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier feines? Da haben wir die 015-Folterbank, wa? Ein Fleisch zart machen. Oh, Fotofilm. Geisterfisch. Ach, das war... Ja, ja. Selbst den haben wir ja schon, ne? Den haben wir ja schon gefunden. Das war ja der feinste Fisch. The finest selection. So, hier gibt's doch bestimmt aber auch wieder... Ein Versteckerchen? Ne, ne Zio oder so bestimmt, oder? Das ist doch hier wieder so... Na, wäre bestens prädestinierter für den Ort, ne? Okay, hier gibt's ne... Oh, was ist das denn? Notizen zum Cadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mihai M. Merkmal 21, männlich, Silberschmied. Namen von einer Lungenentzündung. Ergebnisse? Geringe Kompatibilität. Cadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Likens. Auf die Weide geschickt. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmal 21. Weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankungen. Ergebnisse? Tot. Proband 181. Als CNAD. Aha, guck mal. Merkmale. Merkmale 44. Weiblich. Nachkomme des Adelsgeschlechts. Nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse? Sehr gute Kompatibilität. Keine Wahrnehmungsverlust. Keine Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle. Implantiert und zur Beobachtung entsandt. Ja, das ist hier Lady Dimitrescu. Als CNAD. Okay. Auf die Weide geschickt, fand ich ja mal ganz makaber gerade. Alter. Auf die Weide geschickt. Ist das hier hinter noch irgendwas? Nee. Also auch da, wo die ganzen Leichen jetzt hangen und die Wehwürfe alle gefressen haben. Oh. Fand ich schon heftig. Auch die Gegner, finde ich. Stark gemacht. Haltet ihr jetzt mehr als einen Schuss aus? Oh ja. Oh ja. Damit habe ich nicht gehört. Die Frage ist halt auch wirklich, ob es jetzt mal ganz untypisch. Wir sehen irgendwie wirklich die Köpfe, die Schwachstellen sind. Weil normalerweise, klar, ist immer Headshots eigentlich der Spot, wo du hin willst. Guck mal, ich mache jetzt den Steven-Style. Pass auf. Ach, schade. Du haust mit der Shotgun um. Ja, ich wollte eigentlich, dass er auf dem Boden liegt, sodass wir hier ihn dann mit dem Messer finishen. Nein. Steven-Style ist Pistole, Knieschuss, ran, Messer, 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 tot. That's the way. That's the way Steven goes. So, aber geil ist, wir kommen jetzt natürlich gleich direkt im Village raus. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Guck mal, hinter uns, vielleicht ist da noch irgendwie, haben wir irgendwas, eine Ziege? Nee. Also nicht, dass ich was gehört hätte, aber wäre halt auch ein schöner Platz zum Verstecken. Miep. Doch, nicht so, dass man durchs Gitter greifen könnte und das aufmachen kann, wa? Oh, da, ein Edelstein. Äh, da war doch gerade ein Steinchen hier oben. Aber ich will mal gucken, genau, da haben wir schon alles durch. Eine Brosche oder sowas, wa? Nee, ein großer Kristall. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu Duke. El Dulce, genau. Machen uns mal wieder ein bisschen, verkaufen wir mal ein paar Sachen. Und vielleicht können wir ja nochmal ein kleines Update vornehmen. An den Waffen, die wir haben. Und dann Sägewerk. Okay. Achso, wir können ja auch erstmal gucken, was passiert, wenn wir den vierten Glascontainer einsetzen. Ja, das können wir auch natürlich gleich noch machen. Uh, das wäre vielleicht am sinnvollsten. Ich bin auch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Willkommen Ethan. Willkommen Ethan. So, verkaufen wir erstmal hier die ganzen Dinger. Den großen Kristall zweimal. Ja, Vivian Need, ähm, kann man den vielleicht einsetzen? Okay, dann lasse ich den nochmal drin. Gelb Quarz. Bei dem Gelb Quarz genauso, ne? Irgendwie. Oh, Alter, 16 Schädel. Krass. Das ist mal heftig. Den nehmen wir auch noch mit. Was haben wir noch? Oh, der Hammer. 35. So, und hier haben wir ja noch die Kette. Dann machen wir erstmal den hier so. Gehen hier nochmal kurz raus. Das hat nämlich gerade nicht einen Sinn, was wir in die Kette eingefügt haben. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Können wir nicht kombinieren. Nicht kombinierbar, ja. Nicht kombinierbar mit dem Gelb Quarz und auch nicht mit dem, äh, Vivian Need. Vivian Need. Na gut, dann verkaufen wir mal. So, das, 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 das. Pass auf, nein, kriegen wir, für die komplett eingefügte Kette kriegen wir dann so 1000. So kriegen wir ein bisschen in Relation zu nehmen mit der Schleppe. So, okay. Aber wir können nichts Neues kaufen, ne? Neu einen Koffer oder so gibt es auch nicht. Wir könnten hier gucken. Ne. Wenn du willst, kannst du natürlich, äh, die, die Feuerrate kannst du natürlich ein bisschen hochschrauben jetzt, wa? Ja gut, ey, wir haben ja 300.000. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Und auch die Nachladegeschwindigkeit einfach mal hochsetzen. Einfach mal full equipped. Wir haben immer noch 298.000. Also, vor allen Dingen, uns fehlt ja noch. Also, wir müssten ja mindestens noch einmal den Duke, so ein Upgrade kriegen vom Duke. Damit wäre ja die Waffe wirklich voll. Hm, absolut, ja. Essen ist Leben. Essen ist Leben. Man, du überlebst, jo, weil, Alter. So. Lass uns den Glasbehälter einfügen. Okay, mal gucken, was passiert. Jetzt schleppst du diesen Knopf da mit, Alter. Okay. Jetzt soll ich Heisenberg aufsuchen. Äh, wahrscheinlich wird Heisenberg am, am Platz der Giganten stehen. Na gut. Dann gehen wir mal dahin. Jetzt schleppt ja dann wirklich da jetzt da so, 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 so ein, so ein Megastain mit, Alter. Das ist doch heftig. Wie kommen wir denn da nochmal hin, sag mal? Ach so, da vorne, ja. Genau. Oh, was war das? Äh. Hallo? So, nach meinem Verständnis, war, sollte man noch eigentlich, glaube ich, das Ding jetzt hierhin stempeln. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, Heisenberg ist einfach eine krasse Sau. Ist einfach ein krasser Ding. Äh. Äh. Hallo? 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 Wer sagt denn, dass ich hier runter will? Äh. Okay. Okay. Ähm. Okay. Willkommen im Fahrstuhl des Grauens. Ja, denn, äh, lass uns mal schauen. Oh Gott. Ah. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha. Ja, stimmt. Na los, komm einfach über die Brücke. Ja, das ist natürlich eine Einladung, irgendwie, der man jetzt, glaube ich, nicht so blauäugig folgen sollte. Aber wir werden ja Kinder in der Wahl haben, ne? Sieht schon, sieht schon krass aus. Ethan Winters. Schreibe ich doch mal, ey. Winters. Du hast Donner und Moro bezwungen, Respekt. Hast du in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Nein. Bestimmt nicht. Das ist keine Falle. Sollen wir liegen hier Panzer? Ja. Okay. Okay. Oh. Was willst du hier? So. Willkommen bei Fallout 4. Hier wartet deine Powerrüstung. Oh Mann. Ich gucke Modul, der Killer steht, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh. Oh Gott. Ich will das nun gar nicht abnehmen. Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal. Du, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner. Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück, eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal an! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Graf. Das war jetzt vorhersehbar. So, willkommen bei The Evil Within. Ja, genau, ey. Oh, shit, ey. Was bist du denn? Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Transformers. So, wir rennen mal ganz kurz. Und, bevor wir hier weitermachen. Nein, bevor wir hier weitermachen. Ausrüstung. Weitere Richtung. Äh. Äh. Geht doch. Kann ich jetzt eigentlich einfach hier mal so... So, wir müssen einfach was abhauen, ne? Ich glaube auch. Oh, oh, nee, oh. Tetanus-Impfung, bitte. Ich glaube nicht, dass wir hier sicher sind. Nee. Okay. Auf geht's. Na oben. Oh, nee, komm. Oh, Alter, wie sehen die denn aus? Oh. Dieser Greifarm. Ich hab schon gerade gedacht, dass der mich hier gleich... Ja, der Kuscheltier rauszieht, ne? So, die, 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 die. Juhu, juhu, juhu. Öffnen! Okay. Okay. So scheinbar wohl, und das sehen wir eher so ein bisschen so, sag mal, technisch veränderte Gegner auf uns, äh, so scheuchen. Der Heisenberg war ein kleiner Tüftler. Ach du Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Oh, was ist denn das, ey? Aus der Fabrik entkommen, jawoll. Klass, guck dir mal an, was da am Förderband läuft. Oh, dann haben die alle eine Kettensiege da dran, oder was ist das? Was ist denn da, was produziert der denn da? Er braucht sich ja in einem Armie. Okay, hier gibt's auf jeden Fall ein paar Granade Wafer. Das macht auf jeden Fall Nietzsche. Oh! Okay. Dick bei Duke. Fahrstuhl. Aha. Oh, komm, jetzt lass mal einen Koffer jetzt hier. Aber gerne. Aber gerne. Aber gerne, ja! Guck mal, ein Köpfisch hier. Oh, hallo, Alter. Na, schau mal, guck. Und eine Schülterstütze. Wer reicht schon mal drin? Schultern, damit sie Lasten tragen können. Und du nimmst den Wohl beim Wort. Aber jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also wir müssen ja jetzt hier entkommen. Der Fahrstuhl wird ja jetzt hier nicht ohne Grund sein. Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal ein bisschen exploren hier irgendwie. Und dann wird sich uns der Weg schon offenbaren, denke ich mal. Ja, toll. Wie so ein U-Boot, wa? Irgendwie müssen. Ja. Äh, ja. Und ja. Eine Art Steuereinheit sieht leicht zerstörbar aus. Mann. Oh. Nicht gereicht? Schade. Dachte, das hätte gereicht. Aber nope. Also Heisi stellt hier seine eigene Terminator-Armee her mit Zombies. Oder mit, warte doch immer, Ghouls. Bäh. Und mal für eine Krepe ist. Oh. Da wäre ich ja fast jetzt reingelaufen. Kann man das sich nicht bedienen? Doch, doch. Äh, ich hätte jetzt auch untersuchen gehen können. Ich wollte aber erstmal ganz kurz hier nochmal schmuggeln. Ob es hier unten noch was Schönes gibt. Okay. Oh ja, ein paar Gegner. Ja, und auch da muss ich sagen, sehr gelungende Gegner. Irgendwie. Ach, das war ein Magazinwechsel. Ich habe mich gerade so ein bisschen erschrocken. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal hier nach oben. Gucken, was passiert, wenn wir das Panelchen auslösen. Gucken, was er uns denn hier sagt. Scheint nicht genug Strom drauf zu sein. Okay, also wir müssen Strom einschalten. Damit wir an diese Tür kommen. Also suchen wir einen Generator. Einen Generator. Ein, ein, eines Generator. Quasi. Ja, ja, ja. Eine Karte wäre auch prinzipiell sehr geil von dem Objekt hier. Was kann man hier machen? Passt nicht. Okay, müssen wir irgendwas wieder einsetzen? Aha. Hier haben wir ein bisschen Aliens. Lässt grüßen. Da, damit haben wir noch schön... Ach du Scheiß, Alter. Ja, ich bin ja mal guter Skateboard-Unvergewiesen zu sehen. Pff, mein lieber Herr, da. Okay, hier müssen wir auch irgendwas einsetzen. Oha, da würde er doch noch aufhören. Da muss man uns wahrscheinlich ein Symbol pressen, ne? Dann sind wir verschlossen. Gut. Ohohohoho, das sieht fies aus, ey. Ich bin gerade so wickgezuckzuckzuck. Das sieht wirklich zwei Schüsse aus, halt, ey. Das ist... Ergelitsch. Ja, du musst aufschneiden. Aufschneiden. Nee, Dietrich. Oh, doch nicht. Dietrich. Dietrich. Was haben wir hier? Ein Gelbquartz. Na gut. Na, der hat ja wenigstens 10.000 gegeben. Die gute Gelbquartz. Scheint kein Strom drauf zu sein. Hm. Ne, wirkt auch krass, ja. Ui, ui. Wie ist denn der? Oh nein. Ich will nie weiter. Nein. So eine Kettenseele da dran. Nee, Bohrer. Oh Gott. Oh Gott, warum das denn, Alter? Ach, shit, ey. Haben wir den gebaut? Okay. Oh, 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 oh. Da muss noch mal eine große Kiste. So, jeff, guckele. Hm, hm. Das können wir denn da unten einsetzen jetzt. Wo wir gerade waren. Ich wüsste so. Mach mal lieber an ihm vorbei, schnell. Meinst du? Naja, was hier hinten ist Sackgasse. Komm mal her. Aha. Muss er also sein. Den Sweet Spot. The Weakness Point Treffen. Kannst du ihn irgendwie durch Knieschüsse verlangsamen? So, warte mal. Ja, mal testen. Nö. So. Ist ausgeschaltet. Ist instabil. Oh, ne. Okay, okay, okay. Er reagiert auf, äh, ne? Wenn ich ihm zu nahe komme. Hey. Hand. Äh, da. Okay, wir brauchen noch Material. Allerwart. Ach, nee. Ach, ist alles schon da. Super. Ist, guck mal. Alles automatisiert. Willkommen bei Forged in Fire. Wettkampf der Waffenschmiede. So ein bisschen Angst, dass er uns jetzt hier gleich um die Ecke, äh, rumkommt. Danke. Was? Wie er sich freut. Äh, er hat sich gerade bedankt. Ach, das war Ethan, mal das. Das hat sich jetzt gerade wie Heisenberg angehört. Hm. What? Warum fällt ihr nicht mehr? Der letzte war nicht gut. Warum fällt ihr nicht mehr hin? Ach so. Ich dachte, er muss aufschießen. Nee, oder? Oder? Bist du so aus? Ach, musst du. Oh, okay. Oh, krass. Eigentlich zu schade für die. Ich wollte gerade sagen. Da gibt's wieder was Schönes. Kann ich hier? Nee, kann ich bestimmt nicht. Brauche ich dieses Pferd-Pferdyschlüsselchen. Okay, warte mal. Nee. Souverän, Benny. Sehr souverän. Hier ist nur einer. Oh, der war da. Guck mal hier. Siehst du, hast du zu früh gelucht. Okay, ich nehme alle zurück. Ich nehme alle zurück. Deh die Zielhilfe sofort wieder an. Da oben ist nur so ein Spötchen. Okay, 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 okay. Alter, wer baut denn so eine Teile? Alter, überleg doch mal, was du für Gussformen brauchst, um so ein Stück, so eine Kurbelwelle da zu machen. Mit den verkackten Karpaten hier. Oh, was war das? Bin jetzt gerade selber noch nicht. Was war das denn? Kommst du denn her? Lass mich vorbei, habe ich gesagt. Der spielt bestimmt gerade Resident Evil 7 VR. Gut. Zara. Huch, das ist ja neu, ne? Nix da, VR ist vorbei. Ja, die haben auch mehr Power jetzt, ne? Irgendwie. Ja, die hat ein bisschen... So merke ich mehr Power. Vier Schuss mindestens aus. Oh. Ich weiß, dass da von rechts einer kommt. Ja, schade. Ich dachte, der Körpertreffer... So, wo ist hier die Kugel? Das ist die Kugel. Dankeschön. Kommt ja das Stillstand, ne? Nichts bewegt sich mehr. Nichts ist mehr... Achso, ich dachte, da oben wäre auch noch was. Aber nee. Dachte da oben wäre auch noch ein Lämpchen zum Ausknipse, aber nö. Na, da geht's ja wahrscheinlich hier wieder durch. Währenddessen gucken wir erstmal hier, ob wir hier noch was Schönes finden. Ein Schönes Gasleck. Aha. Aha. Okay. Von einer Seite verschlossen. Ach du Scheiße. Oh, nee. Es hat jetzt auch so ein bisschen was von Star Trek mit den Borg. Widerstand zwecklos. Aufschließen. Ah. Da sag mal. Ba-bam. What can't show us? Mechanische Teil. Zylindrö. Weißt du, wir müssen uns jetzt hier wahrscheinlich, ja. Den Reservegenerator anschmeißen, damit wir Strom kriegen. Ja, nachher. Dann müssen wir uns mal alles zusammenbauen. Jetzt gerade mal überlegen, ob ich, bevor ich das mache, aber ich habe nämlich Angst, dass die denn angehen. Ich denke auch, ja. Das wollen wir uns erstmal hier in Ruhe kurz nochmal kurz umschauen. Also warum zu bezweifeln, was hat eh eine Teil, was wir jetzt gefunden haben, ausreicht dafür. Ja, aber jetzt ist es noch ein bisschen ruhig, ne? Also jetzt könnte man ja noch so ganz ruhig gucken. Absolut. Absolut. Äh, kennst du diese Schränke noch? Ja. Auch schön recycelt, wa? Ja. Ähm, München. Oh, könnten wir ja auch überlegen, siehst du? Ja, wohl, wird er bei den Cyborgs da oben nichts ausrichten. Zahnrad fehlt. Fehlt ein Zahnrad. Ach so, aber nicht der Zylinder. Zylinder reicht nicht aus. Das ist okay. Dann, gehen wir mal hier oben. Ah. Ah. Guck mal, Karte. Sehr schön. Und komplett mit Öl verschmiert. Und ich kann mir gar nichts erkennen, aber hey, wir haben die Karte. Sehr schön. Na, das ist doch schon mal was. Ah, okay, hier können wir dann zumindest aufschließen. Äh, jetzt wollen wir die reaktiviert, oder? Kann nicht sein. Ist ja zu rot. Und Zahnrad. Ach, gib mal. Muss man jetzt mal nochmal stanzen. So, haben wir hier auch noch was zum Lesen. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.0. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe herzantfernt und Cadieux angepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stehstand. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.01. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen Lycans. Können wir mal ganz kurz mal, ist das Lycans? Normalerweise ist das doch, sagen wir mal Lycana. Wohnen nach drei Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.1.0. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen. Mechanischer Soldat, Modell Soldat, Version 1.1.5. Cadieux Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lycans innerhalb einer Minute. Drei Lycans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Können Sie bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktionen einstellen. Okay. Dann schauen wir mal, ob die jetzt aktiviert werden nachher. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja, dass das auch da hinten... Na gut, komm mal mit. Jetzt können wir mal was gucken. Ah, die ist okay. Wir halten ein bisschen was aus. Wo ist er hin? Na da. Umläuft er. Oh, falsche Seite. Da hole ich gar nicht hin. Nice. Dankeschön. Wehe, jetzt kommt hier noch einer raus. Rustig aus. Naja, im schlimmsten Fall erfolgt er dir. Kleine Mistmale. Hält sich aber auch direkt davor, oder? Lalala. Nein, komm hier, ich will mal ein bisschen hier Rigglepeats mit anfassen. Hallo. Oh, naja, war nicht gut. Ne, ne, ne. Was sich zu viel bewegt. Ach, hier wieder. Bewege ich dich nicht zu viel. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich so gekillt kriege, oder? Was ist eigentlich, also... Laut... Lautes... Schiebst du jetzt gerade? Ja, wie viel Schuss hält der denn aus? Ja, ist halt ein dicker, oder? Und du schießt mit der Pistole. Also, schießt! �... Eui... Ejei... Ejei... Und explodiert. Oh, da muss man... Menschliches Herz. Das ist halt unbes Herz. Wunderbar. Sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, dass die nachher explodieren, wenn sie fallen. das kann man auch für sich einsetzen in später mal vielleicht aber ich weiß nicht ob die anderen da hoffen wir nicht dass die aktivieren ich höre doch da schon wieder was oder großes zahnrad schichtende ich hoffe nicht ich dachte wir können uns gegen dieses mist stück verbünden wirklich wirklich enttäuschen sie hat mich und okay das war eigentlich blöd die hier mehr ich bin nicht wie meine geschwister ich will frei sein so viel wie nötig sie zu vernichten die früchte meiner das ist der lauf der welt ich eigentlich immer ok schrotflinte ist auf jeden fall effektiv gegen die viecher kann man die eigentlich auch mit dem messer kaputt machen spart mal ein bisschen munition ein bisschen hier sieht es aus es wäre immer geil deswegen soll ich ja das muss ich jetzt mal ausprobieren hier hier gibt es ja noch einer immer noch einer weg 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 es ist ja auch alles wirklich sehr labyrinthartig gebaut war ja man kann sich hier superschnell verlaufen also für mich fällt es auch extrem schwer die orientierung zu behalten gut hier war nichts weiter dann gehen wir mal weiter nach oben oder sind wir von hier oben gekommen nö bitte ohhoho er hat sogar zwei oh 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 sieht ihnen nochmal so ne mine an warte ja ich drücke mal die falschen Tasten warte ich nehme die snap wie eine mine und erst weg oder wie ihr dort und so die jetzt eigentlich noch mal einsam ja okay das ist natürlich cool wenn sie jetzt nicht verschwendet die ist wirklich eine mine ist weg okay nehmen wir das mit hier gibt es den nächsten raum jetzt können wir hier nämlich auch knöpfchen drücken wenn jetzt hier nicht einer abgelassen wird ok ok ich habe noch die hoffnung dass wir den den granatwerfer ja noch richtig schön ausprobieren können zum schluss war ich immer von aus dass wir am ende denn wahrscheinlich einmal gegen alles kämpfen müssen diesmal auf die schulen jetzt war er kurz es ist dann für mich gerade hier lang nach uns den spaß ok ich bestimmt noch eine mine rumliegen lassen ja genau da haben wir natürlich wieder ein lassen ja hier nichts liegen man merkt noch wirklich die ohne spot die sind deutlich schlechter ok owo wo komm her denn her der propeller head kommt durch gedrückt mal ganz schnell den kopf hier geht es nach oben da gibt es den knopf kunde warst konnte ich meinen service erweitern ja anscheinend müssen wir dann irgendwie weil jetzt haben wir hier den unteren part anscheinend irgendwie durch jetzt gibt es hier den den paar das sind anscheinend so mehrere ebenen die wir dann einmal alle durchspielen müssen liegt noch einiges vor mir ja da liegt noch einiges vor uns da sagst du was mein freund da sagst du noch irgendwas was ich abschießen kann irgendwelche ziegen viel spaß beim suchen alter in dem objekt erst mal wieder gucke ich dachte eigentlich dass die kaner auf den auf den felsen nicht mehr als kinder nicht dass sie sich um uns sorgt sieben zwerge jetzt mal hier den steven das war jetzt der steven ja das war das die wir sehen uns aus ok ein paar rohrbomben nice naja wir haben ja noch ein paar von den sieben zwergen so willkommen beim eurotunnel projekt rechts nehmen und steht auch in also eigentlich greifen die uns jetzt gerade nicht an jetzt scheiße muss den würflichter visier untermaischen warum weil denn sind sie erst wirklich anfällig wieso der hat doch hier auch kein ach so schade der ist schon weg der hat auch nur noch sein visier droff nee der hat es abgeschossen so die drüch hurra so und gehen wir mal zum bohrer zurück bitte auf die anderen seite vom bohrer und dann gehen wir mal nach unten nice was war das denn ein fragment schade ich dachte wir finden endlich mal das teil für die halskerze aber sieht nicht so aus schade ein paar spielen wie ich bin ok 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 bäh 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 oh für Ethan alter oh ganz viel crystal so was haben wir denn bis jetzt überhaupt geschafft wir haben jetzt strom angemacht ne wir haben jetzt das war eigentlich oder in der untersten etale da bist du nicht für ein schreiter schade äh wir haben strom angemacht genau das war eigentlich so das sind sielle hat jetzt und passiert ist ähm er hat so was das macht dies war das ist das ist jetzt äh äh so es uns glocke läutet nein aber ich nicht schießen jetzt schießen da war man schon ok Woppa Woppa Okay, warte Freunde Wir haben zwar nur noch zwei Minen, aber Diese zwei Minen gehören euch Nummer eins Nummer zwei Schade, ich dachte er Killed damit den anderen, aber Nope, alleine nicht Was stellt sich denn der Heisenberg, der da für eine Armee zusammen Tja, wir waren ja sehr kranke Okay, 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 gleich haben wir hier noch den letzten Part Und jetzt können wir bestimmt Da hochklettern Ohne zerberstet zu werden Richtig? Richtig Okay, 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 okay Äh, das sieht doch aus wie Nicht gut Habt ihr unten noch was? Irgendwie sind was? Leider nein Das ist mega groß Was haben wir hier? Achso, jetzt werden wir wahrscheinlich hier die anderen Endgegner haben Die Robocops Modellverbesserung Ja, Modellverbesserung Modell Soldat Jet Habe ein Jetpack Äh, und Kopfstabilisator Äh, Stabilisatoren An ein Soldatmodell angebracht Mobilität deutlich verbessert Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit Langstreckenflüge nicht möglich Aber bereits erfolgreicher Flug durch Zerklüftetes Gelände Mobilitätsverbesserung Modell Der Soldat Panzer Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung An einem Soldatenmodell angebracht Um Brustreaktor und freiliegende Gewebe zu schützen Experimente haben ergeben Dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann Panzerung zu schwach Gegen stärkere Einschläge Weiterentwicklung nötig Och, komm ey Am Ende kommen wir doch Das ist doch schon wieder scheiße Ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr munitionslastig hier der Clever, ne? Irgendwie der Abschnitt Äh, ja Ich weiß gar nicht, wie viele Variationen er noch gebaut hat Oder auf die wir stoßen Propeller-Männchen haben wir ja ohne, oder? Äh, ja So, wo sind wir hier? Uh, aha Schön Wofür wir auch immer das brauchen Ja, okay Vielleicht eine Kugel, die da her macht Für das, für das Murmelspiel Kann ich jetzt hier, das Ding hier kaputt machen? Äh Legiert Mensch, da Nee Schade Wenn ich das schon wieder höre Ist ein bisschen windig Genau, das hab ich mir durchgedacht Ach, du Scheiße, Alter Schnell, schnell, schnell Oh, schieß Oh, super Gut reagiert Du meine Nase Das war knapp Ah, da ist ja der Balkon, wa? Was? Balkon? Wo? Mit, na, hinter uns jetzt quasi Ja Da ist auch noch ne Ziege Wir haben ne Ziege gefunden Nice Gehen wir mal hier durch Ach, du Scheiße, ist alle da Ich muss hier runterspringen? Ist der jetzt der Achso, doch nicht Ich muss ja hier bestimmt aufs Rohr oder so Ja Leider wieder hoch Alter, wer baut denn da oben ein Ventilrad? Ach, dezent rostig, das Ding Oh, flüssige Flüssige Chemikalien So, wir wissen nicht, was dieser Knopf macht, aber wir drücken hier You don't know what this big red button does But you push it Und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose Wenn es dazu kommt, war's das Für dein Kind Und für das ganze Dorf Keine Sorge Ich halte sie auf Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat Versuch's doch Hm Und ein paar Dinge gefunden hier Könntest recht haben mit der Kugel, wahr? Dass wir uns selbst unsere eigene Kugel erstellen Für dieses Wankelding ins Moment Aber Haben sie auch noch nicht mehr gefunden Es geht noch weiter Ne Es hört gar nicht auf Guck mal, hier ist wieder der Duke, den wir uns holen können Jetzt haben wir alle Etagen zumindest, wo der Duke hin kann, einmal durch Naja, man könnte ja mal überlegen Also wir müssten jetzt sowieso wieder runterfahren Ähm Und quasi In die Form eingeben Ja, weil wir ja genau Wir müssen ja einen Schlüssel machen Und das haben wir Das haben wir Sü Was nehmen wir da jetzt erstes? Wir nehmen erstmal Le Schlüssel So ein Werk unter ein Sägewerk So Und Kugel, Kugel Ja, das ist halt auf jeden Fall Für die Kugel Und die Farben sind echt nice, ne? Jo Kugel, eisernes Pferd Okay So Schön Hier unten war doch auch noch eine Tür, ne? Mit diesem Pferdesymbol, oder? Da Und zwar Da Wir müssen jetzt nach Armenbergs Unterkunft achten Ja, das schon durchglitscht glitscht so mit absicht jetzt extra die dings nicht kaputt gemacht so lei lei und die welle eine welle und wahrscheinlich hier hin oder f ja das ist halt so ein operations halt doch schon mal wichtig da in der bumsbude ja ich bin doch bestimmt alle gleich auf könnte ich dachte wir hätten jetzt habe ich das ding hier erschrocken ich dachte jetzt stehen auf jeden fall auf mindestens oder so was was mit dir 20 jahre alt viel betrunken in einem körper in gutem zustand und lebenswichtige organe genau ausgezeichnet kato haftet sich an das nervensystem an schnellere verarbeitung als zuvor es war offensichtlich genau das richtige den meter albumin anteil im synthetischen blut zu erhöhen leute jetzt strom durch den hirnstab spannung 6609 ja Los! Man muss es klappen! Ja! Ja! Ha 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 ha! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststipp dran! Ha ha ha! Protokoll Ende. Frankenstein lässt grüßen! Alter! Gott! Jemini! Nee, da gehen wir doch mal... Genau, wir haben jetzt alles. Okay, tschüss! So, jetzt ist die Frage... Was versteckt sich hinter Tor B? Lass uns mal... Schau in! Du kannst druck... Dein Türkonstrukt, ey! Wahnsinn! Okay... Nicht ne harte Nuss! Aber genug geplaudert! Zeit für deinen Abgang! Du kannst es hören, oder? Jeder... Wartet auf dich! Okay, jetzt wird wohl Propeller-Held. Puh! Warte, machen wir gleich! Propeller-Held? Warte mal, dafür... dafür... Laden wir uns erstmal hier mit aus! Laden erstmal nach! Laden auch die andere nach! Sehr gut! Und wechseln wieder auf Brand! Ja, es hat alles hier, ne? Muss, muss so haben! So, jetzt lesen wir uns das hier nochmal kurz durch! Prototyp-Modellsturm! Habe eine billige Propeller-Turbine verbaut! Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt! Denn Modell stürmt vorwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren! Von vorne durch nichts zu beschädigen! Allerdings hat der Depp es fertig gebracht, sich am Propeller seinen eigenen Arm abzusehen! Oh Gott! Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit! Fazit! Auf ganzer Linie ein Misserfolg! Gut zu wissen! Also von hinten! Genau! Und wenn da zu lange eben Zeit an ist, dann, äh... Überhitzt da! Dann hat man genug Zeit, ihn wahrscheinlich... Ja, äh... Wegzuschießen! Okay, okay! Boah ist alles sehr eng hier! Ich glaube hier drin wird er wahrscheinlich nicht kämpfen irgendwie! Meinst du? Ich vergesst was ich gesagt habe! Ich hab keine Zeit für dich! Scheiße! Äh... Thampa? Warte! Warte, warte, warte! Aha! So warte, 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 warte! Sehr interessant! Okay! Auspüssen! Latt nach! Latt nach! Ja, komm her! Jaaa... Oh, krass! Oh, da hat ich euch jetzt eigentlich nur Glück! Oh, da hat ich euch jetzt eigentlich nur Glück! Ich glaube nicht! Ich denke, ich könnte es irgendwo schön die Shotgun hinten aufsetzen, soweit er stecken bleibt irgendwie! Alter, hast du es mit ihr verkehrt? Der Überhitz-Setzer! Das ist nie wieder! Wie, das war's? Ja, das war's! Okay! Komplexes Herz! Das... War mal okay! So, Eisenberg! Jetzt habe ich hier deine Überraschung erlebt! Jetzt bist du dran! Mein Freund! Garde! Können wir uns hier einfach mal auch so anzünden! Gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwelche Buttons, die man klicken kann? Nee, leider nicht! Wir müssen mal wieder lesen! Miranda ist einfach widerlich! Ihre Falschheit kennt keine Grenzen! Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Cadeaux-Experimente! Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf! Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen! Was für ein Witz! Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat! Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle! Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experimenten und Familie! Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen! Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören! Aber so gestört sie auch sein, Mark! Sie ist stark! Dank der Mega-Mizeten kann sie jede Gestalt annehmen! Meine einzige Chance ist dieses Bulk, Rose! Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften! Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen! Hm... Interessante körperliche Eigenschaften! Ja, also irgendwie... Muss es ja... Wenn er sich die Hand hier abhacken lässt und dann einfach... Und ich klebe mal schnell wieder an und gucke, ist es wieder da! Ja, da muss irgendwas sein! Wahrscheinlich würde er sich auch bei Resident Evil 7 irgendwie angesteckt haben! Mit diesem Pilz! Was? Oder es kommt noch völlig anders! Na schau mal, was jetzt kommt! Was uns erwartet! Okay! Erstmal... Nichts! Hm... Point of no return! Oh je je je! Mhm... Weiß nichts Judith! Dat weiß nichts Judith! Oh! Okay... Woher glaube ich hier der Bossfight stattfinden! Jaaa... Ist auf dem Ausläufer hier! Ist im Ausläufer! Da ist alles nachgeladen, gut! Dann... Nehmen wir auch erstmal... Den Granat! Wäre fair! Boah... Sind wir ja noch gar nichts für mich hier mal! Ach... Scheiße! Ne! Äh... Okay! Okay! So jetzt bitte lass mich nicht so einen Trigger Happy Finger wieder haben! Ich habe jetzt den Granatwerfer in der Hand! Das wäre jetzt nicht so klug! Warte mal! Wir wechseln mal! Vorsicht selber! Scheint ein bisschen ruhiger zu sein! Ey, ich kenn mich! Auf einmal so... Ist ja eine gute Idee! Öffnung! Was zum? Nicht schlecht! Nicht schlecht Winters! Du bist hartnäckig! Aber meine Rebellion wartet! Und du bist mir im Weg! Du bist mit der Seelen! Und du bist mit der Seelen! W은! Bees! I have to German! Und du bist mit der Seelen! Und du bist mit der Seelen! ja und jetzt ist doch ein witz hier gibt es geht noch was ja 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 ich dachte es gibt vielleicht noch was hier schönet ja wird das nun wohl jetzt irgendwie jetzt hat er uns ganz runtergeprügelt ist wieder ganz hoch ich hatte dich gewahrn diesen halte ich raus was erwartest du von mir du hast meine frau getötet glaubst du das ernsthaft das war sie nicht das war mir andere was sie ist eine bio waffe hat ihre form verändert und ihr mir vorgespielt die schüsse hat sie auch überleben aber ich bring das zu ende warum hast du das nicht gleich gesagt weil ich wusste du würdest dich einmischen und wir können bei so einem auftrag keine zivilisten gebrauchen warum wir chris was läuft hier eigentlich okay die erklärung bin ich dir wohl schuldig gib mal den schlüssel kurz gesagt miranda ist eine irre und das dorf die monster diese freaks hat sie erschaffen wohl in einem experiment mit dem pilz der pilz wie in louisiana verflucht ich dachte ich könnte meine familie retten ich kann ihn nicht weg ich kann gar nichts tun das stimmt nicht ganz sieh dir das an sie haben meine männer mir vorhin geschickt miranda sind noch mehr rose scheiße wir müssen los ruhig meine männer beobachten die situation aber sie haben rose kapiers endlich allein hast du gegen miranda keine chance ich bleibe hier und platziere die restlichen schwängsätze du nimmst den aufzug wir treffen uns dann oben wir holen deine tochter da raus versprochen wir holen deine tochter da raus versprochen zusammen verlass dich drauf und wenn ich miranda finde bring ich sie um ok dann nimm den hier und eins noch spiel nicht den helden ich darf panzer fahren cool ich bin verwirrt was hast du sie ich ich bin gerade ich weiß jetzt gerade jahre zu sagen so chris sitzt jetzt hier in dem scheiß ding und baut sich ein panzer zusammen sind wir hier beim a-team oder was 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 soll denn das jetzt warum also das ok also mia ist nicht unsere frau gewesen sondern halt miranda äh ja ok ja das ist also jetzt doch nicht so böse wie wir anfangs angenommen haben so aber es ist ja da kommt mir jetzt ein bisschen hanebüchen gerade vor irgendwie das ist halt so haben sie jetzt versucht irgendwie auf teufel rum raus jetzt hier eine lücke zu stopfen naja ok aber weiter geht's so was haben wir denn da gucken wir mal an houndwolf squad durchsuchung der fabrik abgeschlossen keine beweise für verbindung mit den organisationen mit der organisation war wohl nicht unser glückstag ich habe ein paar dokumente mit informationen über mirandas experimente gefunden die unsere vermutung bestätigen sie scheint sich selbst mit den mutamycet infiziert zu haben was ja eine reihe von fähigkeiten gab darunter mimikry die leute die nicht wissen was mimikry ist quasi das simulieren einer anderen gestalt manche insekten typen können das sie kann also ihre zellen kontrollieren und jede beliebige gestalt annehmen sei es jemand oder etwas sie hat sich als mia ausgegeben und ist in ethans haus eingedrungen ihr ziel war eindeutig die entführung von rose vielleicht dachte sie es wäre leichter die kontrolle über rose zu erlangen wenn sie wie ihre mutter aussieht mit unserem angriff hatte sie wohl nicht gerechnet deshalb musste sie ihren tod vortäuschen später im transporter hat sie sich selbst wiederbelebt alle mitfahrenden getötet und ist dann mit rose verschwunden für sie lief es nicht ganz wie geplant aber letztendlich hat sie bekommen was sie wollte doch damals ist jetzt schluss sobald ich die fabrik gesprengt habe stoße ich zu euch ein kampf gegen heisenberg ist wahrscheinlich aber ich habe hier etwas gefunden das mir nützen könnte ein kampffahrzeug das aus einem metall polymer verbunden zu bestehen scheint und das kann er mit seinen kräften nicht kontrollieren mal sehen wie ihm das schmeckt ja trotzdem quatsch also wird wird will man mir jetzt erzählen irgendwie heisenberg hat sich das gebaut glaube ich nicht ist ja also ok gut dann schauen wir mal auf den panzer fahren na gut dann fahren wir jetzt mal panzer je metallpolymer verbunden na hauptsache es schießt hmmm so jetzt müssen wir mal kurz gucken was haben wir denn hier halten und geschütz abfeuern blocken aha ja maschinengewehr geschütz ist leck mich am arsch das ist ja mal stellte der sich oh gott ja wie ein panzer ist auch gar nicht laut hehehehe aber du hast auf jeden fall unendlich muh das kannst du erstmal schlunzen was geht oh you enter the battlefield war der Tor auf geschütz benötigt einige Zeit zum machen du verdammte kleine kakaulake du glaubst du bist mir gewaschen gib ihm dann bin ich wenigstens in schwung für das wesen stimmt lass uns das klinge alter echte männer deine leiche das ist gut in meiner hobby wahrscheinlich die roten punkte sind deine spots die der oh shit eckig müsste ich da jetzt alle in einen roten punkt treffen oder nicht ja aua ja ja forget Ja! Pakete bereit? Oh, deinem Stahlkörper! Ein Song wie ein Buche steht! Wo ist denn jetzt der Red Point? Der Red Button! Oh! Nice! Schöne Ding! Einmal raufschauen oder was? Ja, haut den Pakete rauf! Ah, irgendwo... irgendwo hast du noch was! Ja, sieht nicht mehr so frisch aus! Oh! Okay! Feuer! Ja! Wow, 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 wow! Wow! Hallo! Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Winter um! Äh, warte! Nein, falsche Taste! Immer wieder, wirklich die falsche Taste! Ausrüsten! Oh, nicht aufgeben! Wo bist du denn? Wo hast du denn noch was... Warum bin ich denn nicht so schnell? Warum bin ich denn nicht so schnell? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Hast du Spaß? Jetzt wird's ernst gewesen! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Ausrichtslos hab ich recht! Ne, 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 ne! Nichts ausrichtslos! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht da, wie gegen Konius! Doch, doch! Aaaaaaah! 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 Es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Okay. Okay. Mia! Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer, Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Ja! 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 Beruhige dich. Rose wird Leben. Der Megamycet vergisst niemandem. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Yvonne. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich habe es auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, wenn sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Drei Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Drei Jahre zu lang. Wir kriegen Sie was. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten. Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Den alten Zeiten. Ausschwärmen. Rose retten. Kanine, ich will wissen, warum die BSA hier ist. Schimpf raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Es ist schon eine Weile her, seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich habe das beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dass sie sich in mir verwandeln konnte, ist echt krass. Okay, das ist jetzt mal ein Turn hier. Das ist ja mal ein Story-Twist. Ivan ist tot und wir sind jetzt Chris. Ja. Und... Ja, na dann, führ mal den Wolfs-Pack an hier, den Wolfs-Quad. Wir wohnen uns Miranda. Okay. Ja, okay. Machen wir das mal. Ach du Scheiße. Ja. Hey Alpha, sieh mal. Ach, BSA. Die kennen echt nichts. Ach, mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen, Ausschau. Okay. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Wir sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Kälte, Power. Okay, 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 okay. Also, äh, geht's weiter im... Oh Gott. In dem Dorf. So, ich geh jetzt mal davon aus, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie noch looten oder so. Also, bis auf hier solche... Ich denke, der Weg wird direkt sein. Weil hier ist noch ein Klo. Kann ich das öffnen? Nee. Aha, okay. Also, die Sachen sind wirklich alle verschlossen. Das heißt, wirklich instant. Und... Auf dahin. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Gut damit seht. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Kann ich hier irgendwas mit den Dingern machen? Muss ich hier abschießen? Oder einfach drüber vorbeilaufen? So, wir sind vorbei, war. Oh, fuck. Wow, 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 wow. Oh, shit. Schnapp dir mal die andere Knipse. Neue hinter mir, ne. Verdammt, der Weg ist blockiert. ganz ruhig ja okay dann gehen wir mal außen rum das mache ich was ich denn hier rein cool konntest du oben durch um die oben was soll jemals ja sorry oder reicht sogar ein schuss okay hat immer gedacht ich brauche mal zwei ich sehe ich noch etwas feines ich sehe ich noch etwas feines Oh, da kommst du glücklich nicht. jetzt bräuchte ich das schnippert man so behindert uns war noch die waffen haben echt power blöd Naja, ein paar ordentliche Headshots zu vergeben, mein Freund. Ja, ist trotzdem sehr aufregend. Äh, wie jetzt? Oben, 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 okay, oben, oben. Okay, lädt. Oh. Oh. Da krieg ich immer noch nicht. Ach, jetzt hast du geladen, ja? Jetzt. Nase, Alter. Guck mal, oben, dauernd ein bisschen. Huch. Das wird nix. Oh, jetzt. Ja, ja, dauernd ein bisschen. Zum Glück hab ich genug Schuss, meine Freunde. Halt. Ja, warte kurz, ich muss mich mal ganz kurz hier mal beschäftigen. Guck mal, ob das funktioniert, was ich mir so vorstelle. Oh, abgefallen. Nice. Das ist schön souverän gemacht, mit dem Regen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier... Darin in die Krater. Round zero. Ich hab einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Das ist klar. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genome-Editierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. So, genau. Wie sieht's denn überhaupt gesundheitstechnisch? Sieht's noch gut aus? Okay. Cool, 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 cool. Okay. Ist das dein Ernst? Was ist das? Oh, nee. Ja. Indem wir hier runterspringen. Mit dem Hammer, wa? Ja. Alter. Ist doch mal ein Morgenstern. Alter. Okay, auf dem Weg. Ich bin gleich bei dir. Könnte ich mich abrollen? Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt ja gar nichts. Also du kannst dich glücklich am Rücken treffen, aber vorne ist halt panzert. Oder an dem Parasitenheim. Okay. Nein. Au. Na, das war mir fast klar, dass du sowas machst. Gottes Willen, Alter. Steht doch keiner mehr an so'n Ding. Ja, wie schmeckt dir das? Du musst nachladen. Warte kurz. Okay, komm. Komm, komm. Ich dachte, ich krieg ihn nochmal ausge... Ähm, 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 ähm... Ähm, ähm... Danke. Äh, ist das ein Morgenstern, Alter. Ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm... Ähm... Der ist ja jetzt tot, oder? Der ist ja jetzt tot, oder? Der sieht nicht, wie er ist. Oh, okay. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Und unser Ziel ist es ja wahrscheinlich immer noch... Mir... Genau. Ich auch nicht. Yeah. Auf Mutterliefer? Ist ja mal ein Kado, Alter. Der Megamycet. Der Megamycet. Alpha Anthem, ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Mhm. Das muss Mirandas Labor sein. Die ist doch krank. Frankensteinz Hilde, Alter. Probant Salvatore Moron. Kado Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kado hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und einer Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, die Mutation zu kontrollieren. So viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeinigt. Okay. Dann ist nächstes Buch. Proband Alcina Dimitrescu. Kado Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerste Regenerationsrate. Probanden heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu klauen verlängern. Die raschere Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis. Gegen eine vererbte Blutkrankheit muss die Proband in ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Karl Heisenberg. Kado Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die einst Zitterrochens. Wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Er kann so Magnetfelder kontrollieren, Metall beliebig umherbewegen. Vorausragendes Experiment, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Na die wird es jetzt sein. Die Puppe. Proband Dona Beneviento. Kado Kompatibilität gut. Funktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltreibende Substanz ausscheinen, die der muttermizetinfizierten Pflanze kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probanden ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kado in ihre Puppe verteilt. Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay, also alle sind sie nicht geeignet. Na wunderbar. Deswegen Gross. So, da haben wir nochmal ein Kado. Hallo. Hallo. So, irgendein Glas. So, dumm, dumm, dumm. Fisch, 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 fisch. Was haben wir hier? Ah. Aha. Okay. Aha. Ist es Miranda? Scheint so. Attentiere Frau. Ah, guck mal, das ist Evelyn. Iggy. Ah, den hat sie an Evelyn gearbeitet. Na, das hatte ich an ihrer eigenen Tochter. Nee, nee, Evelyn war nicht ihre Tochter. Nee? Nee. Miranda, ich brauche zutiefst, dass sie auf so unpersönliche Weise kontaktiert zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, in ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, ihre unsterbliche Visie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckenden Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich bin die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteilwohnen, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution wurde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Arm für Arm führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sie ihre Überzeugungen von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne, verstorbene Person zurückkommen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen, die ich anstrebte. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermeldete Abreise. Ich bereue noch heute, ihn nie lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich ihn Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimlischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirm-Symbol aus der Höhle, über die wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages ihr zu erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer. Nice. Spencer war übrigens... Ich glaube es nicht. Nachdem war auch die Villa benannt. Im ersten Teil. Spencer anwesend. Okay. Einer der Urgründer von Umbrella. Wie war er? Also so möchte Capcom quasi die Sachen miteinander... Drückgeschlagen, genau. Ah. Nimm die Hände hoch. Amber Ice 4 Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben... ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefecht mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir. Wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ich bin Mist. Warte. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Furt? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein. Du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Wie komme ich hierher? Oh Gott, ist das kalt. Scheiße. Du bist so tot. Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tot. Ich meine... Miranda... Sie... Nein. Ich muss Rose retten. Falsch. Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du... Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor drei Jahren... Vor drei Jahren... Bei den Bakers... Jack... hat dich... getötet. Du bist tot. Du bist tot. Drei Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß. Mit dem Scheiß. Du solltest mich leben. Fick dich! Was bin ich dann? 1 2 2 2 3 4 4 5 Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. F-Familie? F-Familie? Nein! Raus! Ich muss! Meine Tochter! Du bist schon lange tot! Tot! Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Rose! Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan. Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Hä? Dann mal los. Äh. Wie jetzt? Ja, das war mal eine Plotbombe gerade, oder? Ja. Die sind tot. Die sind tot, Alter. Jack hat uns damals getötet. Ja. Getötet? Wie kann ich denn noch ein Kind zeugen? Ja, äh. Warum hat der keiner mitgekriegt? Wie da unter ständiger Beobachtung sind. Guck mal, dann lass uns mal. Ich kann aber nicht rennen. Äh. Okay, hier sehe ich jetzt zum ersten Mal so richtig den... Oh Gott. Was? Lasst mich in Ruhe. Ich bin ja trotzdem wirklich auf der Anrufe. Fall mir und aus. Ah, jetzt kann ich ein bisschen besser rennen. Weißt du was? Weg. Weg. Kurzen Prozess mit euch, Freunde. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Ah. Ich habe dich so vermisst. Ah. Ah. Was? Ah. 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 Meine Kräfte verlassen mich. Rose. Leander. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort. Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wirst du... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Bruce ist mei! Was ne Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamytheten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das Verspreche. Oh shit. Du kannst also in Frieden gehen. Kann ich jetzt dich einfach nur abschießen? Ich lass dich nicht davon kommen. Gib ihr! Bitte, Ethan, quäl dich nicht! Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann? Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Aua! Wurde es nachladen? Oh, einmal kurz heilen. Sehe ich gerade. Genug, der Spielchen! Lade doch nach! Der Megamythet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Wir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Wow! Wo bist du? Hinter mir. Alter! Das ist sehr arme, guckt apokalyptisch aus ey. Warte mal, haben wir noch Granatwerfer? Jawohl, kommen noch Munition. Die Magnum. Oh ja, stimmt, die Magnum. Drei Schuss wenigstens. Wo bist du? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Überlässt. Schlaf jetzt, Eve. Wie ich schlaf jetzt. Was er kriegt? Oh, einen Schuss habe ich noch für dich. Halt dich mal. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Jetzt habe ich wohl, glaube ich, keine Heilung mehr. Ich verstehe deine Gefühle, Eve. Das tue ich wirklich. Aber jetzt... Ich werde nochmal schön gesessen. Wenn ich Rose mit dem Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Hundert Jahre habe ich gewartet. Hundert! Nur für diesen Tag! Warum? Warum stirbst du nicht? Warum stirbst du nicht? Halt still! Halt still! Wow! Die Luke-Attacke ist relativ noch entspannt irgendwie. Wie? Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nur um wirklich sicher zu gehen, Verwütterrecht dich an den Männern! Sieben! Du sollst ein für allemal versch- Hast du noch... Ich habe jetzt gerade unendlich Munition anscheinend. Und ich habe keine Medizin, glaube ich, mehr. Meine Tochter! Meine Hilfe! Die Frau wird nach unten. Oh, oh! 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 Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris, Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Brows auf. Hey, hey, hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf Sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Ich will nicht, meine Mutter. Rose! Los! Los! Bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist! Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin! Nein! Wo ist er? Chris! Was hast du getan? Er ist tot! Ich kannte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid! Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt! Das ist eine Biowaffe! Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams! Dann zur europäischen BSAA-Zentrale! Dafür werden sie bezahlen! Wir machen die ganze Zeit! Sieh dir zu können! ... ... ... ... ... ... ... alter ja was für ein ende also böse erst mal einsortieren wenn die kommen aber draus ich kann dazu nicht wirklich viel sagen also ja also von der story her mehr fragezeichen am ende leider also für mich ich muss aber dazu sagen auch dass ich die anderen resident evil parts nicht so ausgiebig kenne wie steve ansonsten vom setting her also sprich spielerisch sowie optisch und auch die atmosphäre kann ich nur sagen ist das spiel top mega also da haben die sich wieder selber übertroffen man hat ruhephasen man hat man hat hunting phasen man hat auch witzigerweise baller phasen ist jetzt nicht so dass es reinweg wirklich horror ist die ganze zeit sondern dass du auch eben halt mal ein bisschen entspannen kannst du hast eben auch was für die leute die ein bisschen mehr shooter haben wollen und ja vom setting her ganz geil gemacht das ist schon mal das finde ich cool wie gesagt die story selbst ja das muss jeder für sich selbst interpretieren eins was ich jetzt erstmal dazu sagen kann ist dass das halt einfach gigantisch inszeniert ist also letztendlich war ja über die story jetzt glaube ich noch nicht so viel im vorfeld klar außer dass es halt um ethan winters geht der ja eigentlich vorher halt ein gesichtsloser hälp war irgendwie man wusste halt vor resident evil village äh quatsch vor resident evil 7 nicht wer ethan winters ist und man wusste auch danach nicht wer ethan winters ist also man kann halt wirklich sagen dass jedes haus war unterschiedlich und jedes haus hat eine gewisse komponente für die wahrscheinlich leute resident evil mögen auch dargestellt ich fand es ein gelungenes spiel wirklich also es ist toll für sich so ein stand alone ding irgendwie es war mega es war ein mega inszeniertes spiel denke mal dass halt auch einfach für 2021 dass halt einfach mal erstmal so die granate war die die messlatte relativ weit nach oben packt wir waren gütig doch du wurdest gierig fauchte sie nun gibt was uns zusteht und sie sperrte das kind in einen spiegel doch bald erschienen ihre eltern die verzweifelt nach ihr suchten zornes erfüllt stellte sich der vater der hexe während mutter sanfte hände den bösen zauber vertrieben doch die hexe war stark der vater rief rette unsere tochter und so ließ die mutter den wald hinter sich das kind in sicherheit auch heute erinnert der verkohlte wald an das opfer das der vater erbrachte und bis heute träumt jedes kind das zu lang in die wüste landschaft blickt wie es sich beim bären pflücken ganz allein im wald verläuft und wenn er eine rakete besitzt äh ok dann vielleicht doch aber es wäre sehr sehr kalt du machst nur spaß der wund fühlt sich bestimmt wie ein killer wald an ja bestimmt aber nein wald ja ich i Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht, die Pflicht ruft, hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Du bist froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020